Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. 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 Willst du einen Tipp abgeben? Also es gibt halt richtig viele. Die sehen das nicht. Okay. Ich sitze hier ohne Maske. Ich kann ja mal gucken, was... Ja, ich glaube, Niki wird gewinnen. Oh Mann, das wird aber cool. Konntest du hier schon krass? Schon. Ja, Arthur nicht da ist. Mal mehr, mal weniger ist da krass. Wie Sie sich Ihre Wante wissen. Ja. Ja, ich bin ja. Ja. Kommt der in den Sargum drauf hin? Bitte? Kommt der in den Sargum drauf hin? Der Nasen, ich weiß nicht. In die Küche. Jan, ich brauche dich. Dario kommt jetzt in so 20 Minuten. Er sagt mit Jan und Michele. Wir brauchen euch. Immer hart, aber eben zu Sonder. Oh, jetzt noch da? Ja. Machst du eine Szene mit beiden? In dieser Spiel werden wir bestimmt bei Arbeiten. Das macht eine Szene für den Sprechen, sehr gut. Oh, nice, nice. Passieren Sie mal noch mit Nettel? Wollen wir es ein bisschen zuerst? Kann man das gut machen? Prüß, gut, was du gemacht hast. Prüß, gut, was du gemacht hast. Prüß, gut, was du gemacht hast. So? Wir brauchen alles in Nido. Ein Wunder, das ist das hier in die Nido von Nido. Wie ihr vielleicht wisst, haben wir zur Feier bezeichnet, ein wenig eine Preisverleihung organisiert für alle wichtigen und ehrenswerten und guten und geilen Spieler in dieser Community. Ey, wollt ihr das aus der Waste faken? Na gut, okay. Also, Konsti, Jan, Michele und ich haben das organisiert. Anni auch. Und Anni auch, selbstverständlich. Mit hervorragender Hilfe von Heide haben wir auch für, gut wie alle, außer die Person, die da ist, die in dem Umstand Most Mist sich befindet, haben wir für alle Urkunden bekommen, und zwar hat Heide die gemacht. Schaut euch nochmal da, in die Richtung. Und dabei, ich will sich auflegen, weil... Most Mist, ihr habt ja dafür abgestimmt. Und der Gewinner ist, was denkt ihr? Ist es Ritka? Ist es Ritka? Wo, Benno, wo bist du? Wir haben den Award für die Highest Hopes. Die Highest Hopes? Highest Hopes. Nee, wir haben gar nicht eine Wahlbogen gemacht. Nominiert für Highest Hopes waren folgende vier Spieler. Niki, da hinten, Anni, hey. Bob Tage, wo zur Hölle steckt Bob Tage? Hey. Marley. Und ich glaube, das ist Rick, aber Jan. Hey. Und der Sieger in der Kalkerie Highest Hopes ist Bob Tage. Oh mein Gott. Wie hier sieht man wieder aus. Ich habe richtig gemacht. Ich habe richtig gemacht. Da haben wir die nächste Kategorie. Konzis Lieblingskategorie. Theo ist Liebling. Theo. Theo ist Liebling. Wer wird Theo ist Liebling sein? Es ist entweder. Es ist entweder Third. Er ist Rappenstift. Er ist Rappenstift. Er ist Rappenstift. Es ist Jonas. Ist es schon wieder Anni? Oder ist es Michele? Und? Na, dann gucken wir doch mal. Es ist natürlich Jonas. Hey. Oh mein Gott. Ist das geil. Dankeschön. Sieht man es? Oh mein Gott. Oh, oh. Es ist spannend hier. Wir haben Mose-Ecke. Und da habe ich selbstverständlich eine Liste sogar, wer die aktivsten Spieler sind. Das ist es da. Aller Zeiten. Und bei Jedu. Ach so, die Aktivität. Naja, also nein, nein, es gibt nur ein Nummer eins. Dann kann ich gleich mal vorlesen, was ich so rausgefunden habe, als ich das recherchiert habe. Bei 200 Videos. Ah, es gibt nämlich keinen Nominierten, aber ich weiß, wer gewonnen hat. Folgendermaßen, die meisten Turniere hatten. Also, das Schlusslicht in dieser Auflesung mit Leuten, die über 70 Turnieren bin ich. Mit 70, dann Hoxie und Julian mit 79. Mit 80, dann Hasen mit 85, dann Kevin mit 94, dann Alex mit 104. Also von allen? Ja, ja. Also von allen zu mir in den letzten, ich glaube, fünf Jahren. Also die allermeisten. Benno mit 110. Oh, oh, oh. Bro, Bro. Schon wieder. Benno meldet sich. Benno, du warst unterschiedlich auf jeden Fall. Der Award geht in der aktivsten Spieler, geht an Hamid, an Benno. Und auch hier für Benno. Benno, irgendwann wirst du das sehen und wirst dich richtig totärgern. Das kann nicht sein. Du musst herkommen. Du musst herkommen, dass die abholen. Guckt der Zubrat oder was? Hey, ich hoffe, zumindest ist es das Wort. Okay, nächster Wort, biggest upset. Wir haben bei diesem Wort ein biggest upset und, keine Ahnung, der tollste Spieler, die heißt auch. Haben wir aktuelle Ereignisse genommen? Ihr wart ja dabei, ihr habt ja aktuelle Ereignisse genommen. Und das größte upset ist, wir haben nominiert, Marley besiegt Maxi. Dario besiegt Maxi und Marius nacheinander. Anni entledigt sich Ofis. Und Maxi besiegt nicht nur Konzi, sondern gewinnt noch das gesamte Turnier. Aber die Gewinnerin ist Anni. Wir haben den besten Gamer. Weil wir alle Gamer sind, eben nur sehr viele Spitznamen. Und es gibt zwei Zweigeplätze, also gibt es keine dritte, sondern zwei Zweige. Und die sind Rudi-Verlag und Lil Rusi. Hey! Rudi-Verlag und Lil Rusi. Moment, jetzt muss ich hier verteilen. Ich weiß nicht, wer das ist, Alter. Das ist für Arthur, für Arthurs Parallelperson. Arthur Peel. Arthur Peel. Aber es gibt noch einen Rumi-Verlag. Und hier, Maxi, das ist für dich. Du bist Platz zwei in der Kategorie, das ist der Gamer. Und Platz eins ist selbstverständlich der inzwischen erwachsen gewordene Gelbmann. Haule. 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 James Junge. Haule. Und Corven. Und gewonnen hat... Paule. Haule! 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 Haule. Der nächste Award ist das beste Set und da haben wir als allererstes das Grand-Final zwischen Maxi und Marius von IDO 97. Dann haben wir von IDO 92 Arthur gegen Konsti, die war auch im Grand-Final, wir haben Geldmann gegen Sodreck von IDO 88 und von IDO 97 Banane gegen Liv Roosie, die war auch im Grand-Final. Und gewonnen hat, selbstverständlich, George Dean gegen Liv Roosie. Und ich hoffe, wenn ich beide nach vorne, das hier ist für Maxi und das hier ist für Mario. Das ist lustig, Mann. Hey Mario, was muss ich noch vorzeigen? Ja, zeig uns mal, ob man vorzeigen kann. Das ist jetzt so nervös. Ja. Wow. Ja. Das ist lustig, Mann. Das ist lustig, Mann. Das ist lustig, Mann. Das ist lustig, Mann. Okay. Kommen wir nun zum ernsthaftesten Award für die ganzen Abstimmung. Ihr habt abgestimmt, wer den Sterlimann im Award bekommt. Oh, yeah. Wird es entweder ich? Oder es ist Gutenförer? Oder es ist Ponzi? Oder es ist sogar Heide? Was ist denn? Es sind Heide und ich. Warte. Warte. Du hast es vorbereitet. Sie wusste es nicht. Ich wollte euch geheim halten. Ich habe Option. Dann müssen wir zusammen mit den Kameraden. Geil. Und unser Popal dafür ist... Ne, ist kein Popal. Das ist ein Sterli. Was hast du denn gemacht? Nein, ihr kriegt jeder ein Sterli. Jeder ist ein Sterli. Einer holt zu uns ein Sterli. Wir sind gerade Sterli für jeden von euch. Ja! Und der wichtigste Award von allen ist der Community Appreciation Award. Es gibt tatsächlich bei diesem Award keine Abstimmung. Ihr fragt euch. Hä? Hä? Ja, wir haben in unserem kleinen Kleele-Konski, Anni, ja, nicht ich geregelt und bestimmt, dass Jonas... Die Sonne im Ort stand. Die Sonne ist ausgestattet. Hallo. Er kommt jedes Mal als erstes her, baut den Stream auf, geht als letztes, baut den Stream wieder ab, macht sowieso alles, was er machen kann. Noch mal einen Riesenapplaus für Jonas. Oh, krass gemacht. Ich dachte, weil die in der Schule hast, dann hat die Wester. Und jetzt müssen wir die Schalt aufhören und gehen auf. Ich muss sogar versuchen, die Wester. Und sagen wir doch, in der Küche gibt es Lola. Was? In der Küche gibt es Lola. Und sehr nice. Ihr müsst da auch passen, dass wir heute wahrscheinlich nicht viel in der Küche. Der Lola-Award geht an Alex. Danke, Donald. Soll ich sein. Hey, hat irgendjemand mit Benno zu tun? Die lassen wir uns zukommen. Der Julian. Julian, nein. Aber Julian kommt erst Weihnachten. Ich denke, dass du nicht. Kannst du das, wenn du Weihnachten mitgeben? Okay, cool. Sterni-Mann. Sterni-Mann. Du bist in Sterni-Mann-Worten-Sterni-Mann. Hat euch die Brühe gewählt? Ja, aber nicht jetzt. Dario kommt so. Ja, bei Dario gibt es eine Neuigkeit. Aber gibt es bei den A's und den anderen noch eine Neuigkeit? Haben wir irgendwas geschrieben? Äh. Ich will dir jetzt ungern die Kühe sagen, aber wenn sie einfach nicht da sind. Kannst du schreiben? Ja. Ja. Discord? Fragen? Achso. Hey, es ist ein... Haben wir irgendwas geschrieben? Äh. Wenn die halt sagen, ich komme zu spät, dann kann das halbe Stunde, das kann zwei Stunden sein. Äh. Äh. Ich habe nur gesagt, es ist offenbar nicht der Erste. Nein. Ich habe nur gesagt, es ist ein... Nein. Wir wissen, dass... Äh. Das ist ein Sprache. Nicht aller, aller Spätestens. Für die Frau. Hast du eine Siede? Ja. Ja. Vielen Dank. 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 Ja, was ist... Das wäre... Ich hab's... Ich hab's... Und... One... Sollen wir Ofes sagen, dass er jetzt gewonnen hat und wir die Q'en jetzt Big Manning Strongens gewonnen haben? Konzi ist am Spielen gerade, aber er meinte, um 8 will er die Q'en. Machen wir so, oder? Ofes, du hast gewonnen. Hatte Glückung. Es ist nach 8. So machen wir es. Das ist so geil auf dem Tablet eigentlich. Maxi, du kannst dann gegen den Endspiel. Wir haben Big Manning Strong jetzt einfach gepackt. Wenn die so will. Es ist nur sehr cozy, dass du mit einfach sitzen lässt, ob wir jetzt die beiden Lernspiel sind. Du hast recht, ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt. Pasek haut die ganzen Favorites nochmal an. Ja, ja, natürlich. Zeig sie uns auch mal. Let's go, Domme. Spiel den selben Song nochmal. Das ist übrigens Domme, der bei den Gefängnis hat. Haben sie nicht gepackt? Wir haben Big Manning Strong ins Losers gehauen. Okay. Du hast ja gesagt, du hast ja gesagt 8. Deswegen habe ich gesagt. Ich meine, wenn die Runde vorbei ist. Aber ich glaube, der mit ihm nicht kommt jetzt. Ich weiß nicht. Ich denke, wenn die Zusatzrunde 1 vorbei ist, dann die Kühne. Ja, natürlich. Also bald er in den Racken aufgeht. Wenn die anderen drei Matches. Ja. Aber ich finde krass, wie viel Payout-Sprung es mal gibt. Ja. Selbst 8 Platzierter hat mehr Geld als letzte Woche. Ja, voll. 8 Platzierter hat 5. Ne, 5, ne? Ja. Also ein Netto-Mail. Okay, nach diesen 4,5 Minuten Handwarmer sind wir endlich ready. Noch mal Kommentar, was jemand ist. Konzentrier dich mal an. Natürlich, ich habe ein Award dafür bekommen, inoffiziell. Das ist wichtig. Game! Hey, du bist auch auf dem Austin Melee Top... Das stimmt. Ich bin Top 8 Commentary-Duos ever. Ja. Das wurde von dem sehr guten YouTube-Kanal Austin Melee festgestellt. Ja, da fängst du nicht für dich rein. Also jetzt habe ich 2 Award gewonnen. Den von dir und den von denen. Okay. Ace aus Kolumbien gegen Animal Rights, auch bekannt als Ben Wobble Art, auch bekannt als Baumwolle Art. Unser Geburtstagskind, Alex, wird er sich selber ein Geschenk machen? Nein. Oder nicht. Dann schauen wir mal. Ich weiß nicht, wie versierend Alex im Luigi Matchup ist. Er hat auf jeden Fall die ganze Zeit in einem Handwarmer die Down-Bee nicht gesehen, mit der Ace direkt eingestiegen ist. Der Down-Bee hat sehr weirde Properties. Da kann man sich mit in der Luft richtig gut recovern. Und zwar horizontal. Das ist falsch. Vertikal. Ich verwechsel die immer, seit ich ein Kind bin. Aber man muss sie vorher einmal auf dem Boden gemacht haben, damit sie funktioniert. Sobald man sie einmal gemacht hat, muss man sie wieder aufladen. Anyway, genau so hat Ace das Match gestartet. Und hat richtig gut Damage auch direkt auf Alex bekommen. aber Alex sucht halt nach Stray Hits, weil er weiß, Luigi zu Combo ist nicht so super leicht. Oh, okay. Da hätte er einen Edge Rock haben können, aber er hat sich nicht ganz getraut. Da merkt man die Matchup-Inexperience. Er weiß nicht genau, wann er wo sein will, darf oder kann. Und da sehen wir, was ich gesagt habe. Die vertikale... Oh, klasse! Der Ballack! Und das könnte wieder ein Edge Rock sein, aber Alex nicht schnell genug. Aber ja, er nimmt dann eben die Position, die er kriegen kann. Luigi's Recovery ziemlich predictable. Oh, okay! Alles klar, er nimmt die Münze und Schein speikt ihn. Alles klar. Und Alex ist unser Geburtstagskind mit seinem ersten Stock des heutigen Tages. Na, gucken wir mal. Wir wissen von Ace überhaupt nichts. Er ist aus Kolumbien. Er hat, glaube ich, auf Discord geschrieben, er wird dann und dann da sein. Und mehr wissen wir nicht von ihm. Und er sieht ziemlich lässig aus. Und jetzt hat er mit einer ziemlich lässigen 3-Hit-Kombo sich das Stocks entledigt. Schaut auf seinen Jonas für das Overlay. Wir sehen jetzt, wie viele True-Hit-Kombos nacheinander passieren. Kann man nur verlieren. Okay, und da hat er wieder die Down-Bee gemacht. Wie gesagt, er muss sie aufladen. Und ja, eine Sache, auf die man gegen Luigi immer achten sollte. Oh, wow, die haben er killed. Okay. Oh, wow, wow, wow. Oh, lololo. Wie der eine oder andere sagen würde. Eine Sache, auf die man gegen Luigi auf jeden Fall achten möchte, ist, dass er auch im Short-Hop eigentlich die allermeiste Zeit zwei Aerials machen kann. Also, wenn er mit einer Down-Air auf dich zuspringt, dann kannst du davon ausgehen, dass, bevor er landet und du deine Out-of-Shield-Option machen willst, er vorher noch eine Nair oder sowas raus hat. Und so kann er dich natürlich oft bekommen. Und die Nair ist ein sehr guter Lift. Ich nenne es immer Lift, also wenn du den Gegner direkt über dich haust. Peach's Dash Attack wäre zum Beispiel auch ein Lift. Sheik's Dash Attack ebenfalls. Fox Up-Tilt, das sind die Lift-Moves, mit denen du die über dich hauen kannst. Und da kannst du selbstverständlich Falcon Stomp ebenfalls. Und dann kannst du einen weiteren Move-Combo oder mehr. Bei Luigi ist es schwierig. Oh mein Gott, der Fiese mit dem zweiten Hit-Do getroffen. Die APR sehr gut von Alex. Alex gibt hier wirklich keine schlechte Figur ab. Lässt sich kaum beirren von den ganzen unbekannten Variablen, die auf ihn eingedroschen werden. Aber Ace hält, ich sag mal, wacker dagegen. Er musste aber auch sich irgendwie viereinhalb Minuten einspielen. Deswegen gehen wir mal davon aus, dass er einfach nicht so richtig hart ist. Das ist ein Best of Three. Es kann alles passieren. FD kann natürlich gebannt werden hier von Alex, was ganz cool ist. Weil es ist eine Stage ist, auf der das Punish-Game für Luigi exponentiell besser ist. Das ist eine Corona-Party. Ja Sam, wie würdest du es denn nennen? Also ich nenne es immer einen Lift. Weißt du, wie ein Fahrstuhl ist? Also er lifte dich halt nach oben ein bisschen. Okay, und da sehen wir auch wieder die zwei Aries. Er approached ihn mit einer Short-Hop Down-Air und haut da noch eine Forward-Air hinterher, um da reinzukommen. Du, man sagt nur, klasse, wenn es killt. Da bist du im falschen Chat. In Berlin sagen wir immer klasse, weil wir unsere Reverse-Upsmashes so appreciaten. Weißt du, Last Doc, ich hatte 156 Prozent der Reduce. Hast du gegen Dario gewonnen? Nein. Oh, Dario hat gegen Jan gewonnen. Ein weiteres Upset. Nee, das war Hörgesiegel. Er war Hörgesiegel. Aber die 8-9, ne? Ah, deswegen bist du die erste Runde. Ja, true. Genau, genau. Und das ist das 1-0 für Alex. Und wir erfahren hier gerade, dass K17 hierher gekommen ist, um Names zu taken. Einen weiteren, nämlich Third. Das nächste, was jetzt kommt. Ich weiß noch, das letzte Mal, als Dario da war, hat er so Handprobleme und hat so Peach gespielt, weil er nicht wusste, was er machen soll. Ich meine jetzt vor dieser Season so. Das letzte Mal vor Corona, als er da war. Er ist eigentlich ein Fox-Main. Er hat dann auf Pikachu geswitcht irgendwann. Er spielt auch super gerne Falcon und so. Da weiß ich nicht, Peach, das ist jetzt vielleicht nicht so anstrengend für die Finger oder so. Da weiß ich noch nicht so. Da müssen wir mal gucken. Er kann vielleicht ein Fox-Main. Er kann vielleicht ein Fox-Main. Er ist ja krass, oder? Äh... What?! Oh mein Gott! Did he just stand there at Fs? Holy shit! Okay, äh... Ich nehme an, FD wurde gebannt von Alex und dann geht Ace auf die, wie er denkt, nächste bessere Stage. Aber ich weiß nicht, ich glaube die Plattformen sind... Ah, wobei, die sind vielleicht gar nicht so schlecht für Luigi, das stimmt schon. Aber die unterbrechen natürlich den Fang-Grab oder beziehungsweise die gesamten, äh... Horizontalen-Kombus, Radikalen-Kombus. Und Alex probiert es hier mit Jab-Upsmash. Bei den Prozetten könnte es halt killen, aber ich glaube der Jab-Connected halt nicht mehr. Der kann Rüte kommen. Damn, okay. Ace ist offenbar heiß gelaufen. Oh! Der Tag macht ihm eine Ehre. Was? Nicht schlecht, Jan, nicht schlecht. Garden. Ich mache meinen Tag nicht so richtig. Ja, vielleicht ja noch. Ja. Deswegen spielen wir ja Double-Elimp. Mit dem Insane-To-Losers-Run-Berlin. Aber Dritter dafür dürfen nur Niki und... Du oder Consti. Ja, einen von uns muss... Also wenn Geltunge krass... Oh! ...meine Geltunge-Magie rausholen... Ja, das kann halt passieren, dass er magisch wirft. Für Susi ist halt auch... Die spielen ja gegeneinander danach. Oh! Ja, das erste Game gegen Alex Heide, falls du das nicht mitbekommen hast. Habe ich nicht mitbekommen. Siehste? Ja genau, das erste Game an Alex. Ich darf gegen den Verlierer. Oh, du darfst gegen den Verlierer? Ja, ich darf gegen den Gewinner. Kommt damit? Nee. Ach doch, doch. Oh, schön! Können wir den... Oh, schön! Ja, können wir ausmachen. Ja, ja, voll. Dann müsst ihr den klopfen. Abtopfen... Was? Hast du gesagt abtupfen? Abtopfen hab ich verstanden. Der wird halt immer nur zu warm laufen und dann geht er kaputt irgendwann. Und wir haben einfach nur eine Menge draufgelaufen. Das wäre halt richtig scheiße, wenn der kaputt gehen würde. Genau. Deswegen denke ich, wir machen das an, wenn Leute tatsächlich draufgucken würden. Zum Beispiel halt, wenn gleich mal spannende Messen laufen und die Lichter fällt. Ja, genau. Das dachte ich auch, dass wir, wenn wir Top 6 haben... Wir sagen vor Top 6 eine ganz kurze Pause, sodass keiner spielt. Ja. Und dann sagen wir, wir machen jetzt den Lichter aus. Lüchter aus. Lüchter aus. Top 8? Licht an, Licht aus. Können wir den ganzen Top 8? Kann jeder ein Einlaufleben bestimmt? Was? Der ganzen Top 8 wäre zu viel, oder? Wir können gucken, wie wuten wir mit der Zeit voran. Wir haben gestern durchgeplant, dass Top 6 sich ausgehen könnte. Also wenn wir neu mit der Top 8 anfangen würden, dann wären wir zu viel. Weil Top 8 ist halt, dann geht's mit dem Geld los. Was? Bei Top 8 geht's halt mit dem Geld los. Ja, das ist ja schon. Aber... Ich glaub, das ist, das ist ja nicht Zeit. Ich meine, Top 8... Oh, what? Okay. Alex hat offenbar nicht FD gebannt, sondern FD gecounterpickt in Game 3, was halt gegen Luigi eher eine fragwürdige Situation ist, wenn ihr nicht fragt. Aber ich bin mir nicht... Wir können ja nicht sicher sein, ob er Chain Graham plant. Und dann ist Luigi irgendwann auch ein bisschen schwachsinnig. Ich mein... Ja. Unwissende Frage, aber vielleicht auch eine pädagogische Frage für den Chat, der es auch nicht weiß, ein bisschen nicht drauf zu fragen. Okay. Dürfte man theoretisch so in einem zweiten Spiel von einem Set, nee, vom zweiten Set von wie immer, dürfte man Charakter wechseln? Ja. Das ist eine Regel. Man darf die ganze Zeit Charakter wechseln. Aber man darf sich mit jemand anderem reden. Genau. Man darf sich nicht coachen lassen. Man darf nicht mit jemand anderem reden dazwischen. Du brauchst aber eine Hungry Box. Es geht! Nicht hier? Auch nicht hier? Auch nicht hier? Also wenn man sozusagen... Man spielt ein Best-of-Five und es steht irgendwie 2-2. Ja. Und ich stehe dann auf, ich spiele gegen Konzo, ich stehe 2-2, ich stehe auf und ich gehe so zu Maxi und sage so, Maxi, was mache ich denn jetzt eigentlich gegen 5? Dann wäre das verboten. Außer mann ist Hungry Box. 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 Aber was geht ist halt zum Beispiel, ich spiele gegen Maxi und Maxi ballert nicht. Und ich sage so, das klappt jetzt mit Falke nicht. Ich wechsle jetzt auch noch. Das darf ich, aber ich muss das dann als Verlierer des letzten Matches zuerst sagen. Genau, du musst zuerst sagen, wen... Ja, als Verlierer muss man als letztes... Damit theoretisch Maxi auch... Sorry, sorry, sorry. Du als Verlierer, du pickst die Stage, dann kann der Gegner sagen, ob er wechseln möchte und dann kannst du sagen, ob er wechseln möchte. Dann kann der Charakterwechsel greifen und dann kann er wechseln. Dann kann er wechseln. Dann kann er wechseln. Und wenn ich dann zum Beispiel sage, ich bin jetzt... Wenn ich jetzt verloren habe, dann sage ich... Champions-Fan. Keine Ahnung. FD. Oh mein Gott! Jobzone? Oh! Oh! Und das killt, selbstverständlich. Final Destination, ja. Da kommt die Low Ceiling natürlich im Spiel. Es gab eine Zeit, da haben das viele Leute auch gemacht, weil sie dachten, das ist der richtige Weg. Ja. Gibt es denn viele Spieler so bei... Ähm... Weißt du was, Magic Millie? Dass die... Die mehrere Characters richtig gut können. Ja. Also nicht nur, also klar irgendwie alle können, aber ich meine, so die richtig gut sind, also es ist quasi egal, in welchen Sinne ihr besuchen. So die besten paar Leute, die können eigentlich teilweise so sekundär im Turnier spielen und damit immer noch was genommen. Ja. Oh! Mango, der spielt halt gleichermaßen Fox und Falco. Und er hat jetzt seitdem immer Mark rausgepackt, so und das war auch eigentlich genauso gut. Und sein Falcon auch. Und sein Falcon auch. Dieser Falcon? Ja. Und er war früher Pubmain. Also auch das. Also genau, Mango spielt halt sehr, sehr viele. Mew2King. Mew2King, das ist auch so einer der oldschoolsten Spieler, der hat drei Charaktere gespielt immer. Ja, und der hat immer sich das im Match-Up abhängig gemacht, gegen wen er muss. Hat er dann immer gesagt, ich spiele entweder Sheik, Marv oder Fox. Ja, aber es ist immer so einer der besten Hungry Pops. Der hat zum Beispiel die Game-Chain-Reese, wenn der Alex Sprecher nicht. Der ist bei mir zum Beispiel auch so. Das ist bei mir zum Beispiel auch so. Ich glaube das aber, ich finde es bei manchen Charakteren halt auch fair. Jiggs zum Beispiel ist auch super so unique einfach, weißt du? Ja, ja. Du hast halt viele Sachen, die auch andere Charakter nicht machen. Hast du eingetragen? Ja. Also du spielst, glaube ich, mit der tendenziell immer Charaktere, so wie du deinen Main spielst. Ja. Und wenn du Fightens was spielst, dann den Jump-Up. Du spielst Kopf. Das ist tot. Aber wenn du das mit Peach machst, ist der Kopf in der Nähe. Du musst gegen die Würde. Beide noch einen Stock, äh. Du musst gegen den Luger-Locker spielen. Ja, ja, genau. Ich will doch einfach floaten die ganze Zeit. Ich weiß nicht, warum ich das nicht kann mit anderen Charakteren. Was ist das für Winner-Round-1? Ja, was sollt ihr jetzt? Das ist aber Round... Ja, das stimmt. Wir haben das Round-1. Nein. Das ist so Hype, Alter. Letzter Stock für beide. Ich glaube, Alex holt sich sein Geburtstagsgeschenk. Oh! Oder auch nicht. Okay, aber Ace kommt nicht hinterher mit dem F-Tilt. Bisschen zu kurze Beinchen. Oh, und da tippelt der an. Der will den Upsmash so hart. Ja, Alex will so dermaßen den Upsmash. Oh mein Gott. Oh! Oh! Das ist ne Down-Air. Meiner macht ne Back-Air. Okay, alles klar. Wie leben beide? Die Back-Air. Oh mein Gott. Das könnte sein. Oh, der kickt den F-Tilt nicht. Oh, der kickt den Upsmash nicht. Oh, oh. Oh, oh. Oh, no. Und das ist ne Down-Air? Nein, der kommt nicht rechtzeitig hinterher. Ey, die Chokes waren, Alter. Die sind so am Choken. Oh ja, Alex macht... Oh! Oh, der hat die Absprache. Jetzt wird er nach vorne ab, weil er merkt, die Absprache dauert zu lange. Oh, shit. Das ist es. Oh! Das ist es. Und das muss es sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah. Das ging jetzt auch ein Wort für die Bestes Türs. Das war... Bestes Set? Das war... Oh, sorry. Bleib sitzen. Das war ein sogenannter Slobberknocker. Das liegt wie ein Pico bei Alice. Ein slobberknocker. Das war unglaublich anstrengend anzusehen. So. Dann haben wir ja ein gutes Set, was da hinpacken können. Okay. Ähm... Little Fruising. Ja. Little Fruising Geltmann. Little Fruising Geltmann. Wollt ihr? Okay. Dann warte ich eine Sekunde und ich sage... den Rosa entlegen. Aber schauen wir mal, dass es gespielt wird. Ja. 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 Oh mein Gott. Ja. 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 Das ist der Amerikaner, das ist der Bruder von Kevin, das ist Brian, die sehen beide aus wie B-Soles, genau, hey, das sind die Brüder B-Soles. Sie sind ja beide aus Texas, ich glaube, er war jetzt noch länger verreist. Der ist von mit seinem Pfeil. Hey, mit dem Pfeil. Alles gut, Anni? Jonas, hast du schon appreciated, dass Anni sich heute komplett in Füchsen eingekleidet hat? Ach, geil. Zum Anlass angemessen. Anni! Ja, was soll ich machen? Einfach raus und reinstecken. Hat Maxi gerade Probleme mit seiner Box? Ja, der hat die beiden Modus. Ah, okay. Ja, aber Fruzi hat leider noch ein paar Probleme. Mit seiner Box, es geht noch nicht richtig los. Ja. Er ist gerade irgendwie in dem Ultimate Modus sogar gut. Und ich weiß nicht, wie man das umfällt. Das ist ja nicht, wie man das umfällt. Nee, er hat einen Ultimate Modus und er kann das Leipzig machen. Das ist ja wahr. Ja, ich schwebe da. Marius, kommst du zu mir? Ich bitte mir hier noch einen Modi dafür und er ist gerade in dem Schwein Ultimate Modus. Nein, ich bin mir die Tolerung. Ich bin es kurz vor. Ja, ich bin es zum... Ja. Ja, ich bin es zum... Aber Geld nur mit einem Teil. Das ist richtig, das... Ich bin es zum... Ich brauche jetzt erst kurz so voll. Ich brauche jeden Tag noch einen Teil. Ich glaube... Einer habe ich nicht gefragt. Warum habe ich nicht gefragt? Es gibt ja jetzt diejenigen. Habt ihr das, was? Nein. Wer ist mit dem? Ja, das wäre das dann weiter. Andererseits. Toll. Danke. Das ist jetzt Teil der Community. Auf eine Art. Das war's. Okay, ab geht's. Wollen wir das kommentieren? Wir wollen safe kommentieren. Wir sollen safe kommentieren? Okay. Natürlich. Oh mein Gott. Geld man feiert. Oh mein Gott. Der erzählt das. Es geht schon richtig los. Es geht direkt von Anfang an los. Keiner von beiden wartet. Beide wissen, worum es geht. Worum geht's? Um Gewinn. Um Gewinn. Es geht um viel. Es geht um mindestens 5 Euro. Oh, aber... Bill Frizy hat das gegen Schauspiel gerade. Er hat einfach so viel geredet, Alter. Wirklich, er hat es einfach so 5 mal am Stück. Aber, aber, ich weiß nicht. Aber Geldmann ist wach. Aber Geldmann ist wach. Maxi spielt heute ein bisschen. Geldmann ist mega wach. Holy shit. Geldmann ist ein kleiner Momentumensch. Auf jeden Fall, der kann schnell dich überrennen. Wenn die Kombi startet, dann zerstört er dich. Weil sein Falco-Combo-Game ist so gut. Genere, seine Kombi sind sozusagen ausgezeichnet. Seine Kombi sind ausgezeichnet. Das stimmt. Sie sind wirklich ausgezeichnet. Sie sind wortwörtlich ausgezeichnet. So ausgezeichnet, dass wir ihn. Nein, dass ihr den Glück verstanden habt. Sorry, ich hab ihn nicht verstanden. Ich muss die nochmal klären. Für die Zuschauer zu Hause hier auch. Für die Zuschauer zu Hause. Manche der Kinder hier zu schauen sind ein wenig jünger. Und manche sind später erst dazugekommen. Das muss man auch sagen. Wir haben es ja alle mitbekommen. Was geht? Heute ist 100 Jahre Yedo tatsächlich. Oh, das wäre so cool gewesen. 100. Wiederholung dieses wundervollen Ereignisses. Er holt sich die Führung zurück einfach. Und da wurden kleine Awards vergeben. Und beide der Angewesenen da gerade, die da spielen, wurden ausgezeichnet. Aber nur Geldmann wurde für seine Kombos ausgezeichnet. Oh, schöne Nähe. Okay, Kombos. Aber er ist noch da. Oh, Auto Shield. Oh. Okay. Jojo, hello. Du kannst sein Shield nicht anfassen mehr. Oh, okay. Geldmann scheinert alles oder Shield. Max hätte ihn den ersten Stock. Er geht einfallen. Er sagt nö. Max hätte ihn den ersten Stock gefuckt. Ey, quasi. Es geht jetzt schon um 7,50 Euro. Nee. Bei diesem Spiel. Wenn man dann ist es Winner's Sunny. Nee, nee, nee. Das ist Top 6. Obwohl, Top 6 doch. Ja, stimmt. Ey, wie gesagt, die Genreise kommen extrem früh. Der Geldmann möchte Geld haben. Von 20 Leuten werden 8 bezahlt. Vielleicht will Maxi aber auch erstmal noch ein bisschen unten im Doosers mitmachen und dann erst wieder. Ich glaube, Maxi hat ihn aufholt. Ja, jetzt sieht es immer ganz anders aus. Wenn Maxi jetzt ein bisschen mit den Nacken behält. Nee. Oh, schön, schön. Das war crazy. Boah, das ist der Combo-Counter an der Seite. Crazy. Das ist ein Rauch hoch. Ich komme, nichts planen. Ich habe das Gefühl, ich kann mich nicht anstecken. Aber vielleicht ein bisschen. Okay, okay, wo gehen wir hin? Dreamland? Okay. Maxi, wir ein bisschen mehr Plays haben. Fühlt sich wahrscheinlich ein bisschen überran. Da hat man mehr Plays. Am Mikrofon sind Heide, Straffstream und Dortimus. Oder Rundi. Oder Award-Winner, Liebster, Theo-Man. Double Award, Lieblings- und Appreciation Award. Er ist nicht der Liebste Theo, aber er ist ein Liebling vom Theo. Ja, Lieblings- und 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 und. Wieso hat er das eigentlich der Theo nicht entschieden in Liebling vom Theo? Okay, okay, okay. Das haben wir. Es wurde, der Appreciation Award ist ja, das war meine Entscheidung im Prinzip. Aber es haben auch alle gesagt, ja, das machen wir. Oh. Okay. Aber dann hast du halt den anderen auch noch gewonnen. Wir hätten dich ja gar nicht zur Auswahl stellen dürfen eigentlich. Weil das ist das Zweig ein bisschen zu klar. Aber es ist okay, manchmal braucht man auch einen Blowout-Win. Und ich hatte die Möglichkeit, beides einzuarbeiten. Sein Charakter und das Setup. Du konntest halt Chic malen. Ich konnte mein Chic malen. Da hatte ich auch sehr Lust drauf. Tatsächlich hatte ich auch sehr Glück, dass Most Active auch Chic war. Ich habe noch drei Stills von Chic noch malen können. Da ging es mal ein bisschen ab tatsächlich. Da ging es ein bisschen ab. Ich musste mich ein bisschen austoben, nachdem ich die ganzen Füchse gesehen habe. Das hat mich ein bisschen... Ey, das verstehen wir alle. Wirklich alle. Wir hassen... Alle fühlen es. Niemand hat mehr Lust auf Ports. Was ist das? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Maxi startet. Schengert. Nice. Gut ist voll ab. Start contacted. Komm zurück. So im ersten Set hat ja Geldjunge tatsächlich gewonnen. Vielleicht überraschend. Fehlt noch nicht. Was findet die iPhone Maxi? Maxi schlägt sich extrem stabil. Aber jetzt könntest du... Ah. Da macht er den Frozen. Frozen. Den Fruzy. Fruzy. Maxi sieht aus wie längst überfällig, aber er will noch nicht gehen. Nee, nee. Alter. Aber das war 100. Der will wirklich einfach, der hat gesagt, ich hab noch Bock. Jetzt klappt sogar schon Jeff mit Bär gegen Fox bei 180. Das ist verrückt. Und Geldmann hat sich ein bisschen zu viel ausgeruht, das haben sie eben gerade. Aber wie gesagt, wenn... Maxi liegt gut vorne. Bequem vorne. Wenn Geldmann eine Kombo bekommt, dann ist Schicht im Schaft. Dann kann er... Dann geht dann durch. Eine ausgezeichnete Kombo. Er hat einen Award für seine besten Kombo bekommen. Ah, ja. Es ging ausgezeichnet, weil er eine Auszeichnung bekommen hat. Ah, ja. Alles gut. Oder hast du mich halt gerollt, weil er tut mir das einfach dann... Nein, nein, hab ich nicht. Okay. Äh... Okay, ein bisschen Freestyle hier. Oh, ein schöner Tomahawk. Ich dachte, dass es ein bisschen leichter wird für Maxi, aber es ist noch nicht... Das war's. Große Stage hat anscheinend geholfen. Ich frag nicht, wo Geldmann hingeht. Wahrscheinlich Yoshis. Ich hab's gewonnen. Erstaunlicherweise. Ja, Yoshis. Ich wusste es. Schöner Grab. Krieg die Absicht nicht. Aber? Tja, Marius, das ist ein Bier wohl. Oh mein Gott, was war das denn? Einfach die Witte. Müssen wir auch streamen? Oder? Ich glaub, ja. Ich glaub, Konzi meinte, die Quarters, die beiden hypen Quarters sollen uns spielen. Oh! Ein bisschen Spaghetti. Gute Komposchleiter. Aber... Oh Gott, Maxi. Ich bin nur in Ahr mit diesen Spielern, Alter. Das ist aber schon ein besser Pfeif, ne? Die verprügeln sich nur. Hat Geldmann die ersten beiden auch schon Pfeifung gespielt? Ja. Der spielt euch mal schild, Alter. Der hat am Anfang so eine 15-Hit-Kombo. Er ist einfach deutsche Mango, nach wie vor. Oh, schön. Oh mein Gott. Ja klar, ja klar. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geld, Junge Mann. Geld, Junge Mann. Aber... Oh, 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 das muss er noch checken. Das muss er noch halten können. Den geldigen Mann. Den geldigen Mann. Oh, er hat sich mit Händen. 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 Maxi ist tatsächlich schon den ganzen Tag wach. Geldmann sollte wacher werden. Vielleicht hat er Mittagsschlafen gemacht. Auf Pokémon. Er macht keinen Mittagsschlafen. Interest. Er macht ihn wieder einfach zu gehen, Jungen. Ich darf tagsüber nicht. Also so auch. Ich will's nicht. Ich will's nicht. Ich wär mich da geliehen. Oh, shit. Ist das noch falsch? Ja. Machst du die auch ein bisschen am... Momentum übernehmen? Na, beide abzilten. Ich hasse diese Charaktere. Ah, weiter absmischen. Boah. Auf so geringen Abstand Lasers rauskommen. Crazy. Wollt ihr gerade den Levi machen? Oh. Shh. Juni, wachs. Oh, Mann. Okay. Fair. Ich meine, er ist gut. Ja, schön gewartet. E-Trill. Das gewöhne ich mir jetzt an. Schön warten. E-Trill. Was? Okay, alles klar. Na ja, gut. Machen wir's halt so. Aber? Oh, nein. Ah, der wollte... Der wollte den Fusy den Fusy machen. Jetzt mit der Ruhe und dann mit dem Ruck. So ist es nämlich. Ah, weiter scheinen. War out of range. Okay. Ich muss gleich spielen. Ich bin ein bisschen... Ich muss gegen Marius. Naja, wir sitzen ja noch hier, ne? Naja. So dringend, kann's nicht sagen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich finde es, auf unserem Hüfte-Verhältnis haben wir nicht ungefähr ein ähnliches Verhältnis mit dem Konkurrer. So ist es in Ordnung. Bist du zu weit links, oder? Ich glaube, ich habe mehr Hüfte als du und weniger Platz am Schub, was okay ist. Aber was okay ist, habe ich mir selber so ausgesucht. Kriegt dein Erdschkatt. Oh, der war halt so desentulierend. Mit dem leckeren Engel. 200 Dollar Engel. Die Box macht ja gar nichts, aber ich wollte mal Box-Engel sein. Der Boxer. Wir sitzen zwei Menschen, die Commentary machen könnten. Und ich könnte es gebrauchen. Ja, wir machen es ja auch. Lass mich doch... Ich wollte Marius kurz ausreden lassen. Oh, der Arz! Oh nein, und das ist ein Schein-Spike. Oh, Maxi lässt ihn zurück. Der Homeboy. Okay, und jetzt kommen wir langsam auf die Sachen. Geldjungen probiert sich wieder zurück in dieses Mesh zu finden. Es könnte ein 3-1 werden. Es sieht nicht so gut aus für ihn, aber mit ein bisschen Momentum. Oh! Das ist zum Beispiel... Ey, der Klipp war unglaublich wichtig. Mit einem kleinen Korkenzieher. Ich habe das Gefühl, dass Geldmahn schon ein Problem hat, den Stock so zu nehmen. Okay, okay. Die wollten sich gerade beide gegenseitig readen und haben... Ja. Macht ihr das manchmal? Ja, also wenn du... Oh shit, das ist der letzte Stock für Geldjungen im Losers, wenn er Pech hat. Wunas. Ey, im Wunas, sorry, nicht im Losers im Wunas. Ich finde das so wahnsinnig, wie er einfach sofort runtergibt. Ja, voll. Kann man so mutig sein. Hey, Dicker, er sieht nur die Combo. Er sieht nichts anderes. Er sieht den Gegner und sagt, der muss gecombot werden. Ja, er braucht nur das Opening und das fehlt ihm halt total. Maxi spielt halt so gut um die Laser rum. Oh! Der AirDots war so Milliarden Dollar, Alter. Ich dachte, das Geldjungen ist schon. Was ist das? Ja, normalerweise schon. Aber gegen Fox spielt er gerne Falke. Und jetzt, Freunde, müssen wir. Das heißer Sehnte, Marius Dennis auf Stream. Freunde, seid ihr heiß? Ich hoffe es. Ich habe das Gefühl, Dummer hat vorhin schon vor zwei Stunden nach diesem Game gefragt. Darauf erst mal ein Hugo. Darauf erst mal ein Satz. Marius und Dennis, die sind heiß. Absolut nicht. Dummer, probiert nochmal die Classics. Vor jedem Game ein Good Luck-Sapf. Richtig so. Ich habe es schon. Ich trage schon ein. Shoutout an Jonas, an dieser Stelle das erst möglich gemacht hat. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist sehr gut. Ich glaube, das ist gut. Und da ist die parce. So, vor dem Set, na man, 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 man. Können, hast du dich noch mal deinen Öffner begrühen? Ja. Dennis ist so krass geworden, du hast noch nie ein Friendly gegen ihn geholt. Ja, aber ich bin mir relativ sicher zu wissen, dass Marius tatsächlich schon mehrere Sets gegen Dennis geholt hat. Das ist auf jeden Fall schon vorgekommen. Das letzte war, glaube ich, sogar vor zwei Wochen? 97? Drei Wochen? Drei Wochen. Ja. Vier Wochen, weil vor drei Wochen ist es ausgefallen. Das stimmt. Da hat sich halt Marius komplett den zweiten Platz vor Consti und vor Dennis geholt. Ich darf gegen beide Texane, Alter. Und auf dem ersten war dann Lil Brüsi und dafür haben sie für dieses Set tatsächlich heute auch noch mal eine One-Man. Das kann man wieder auch mal angucken. Das war Z2 Game-Ten. Das war schon richtig knapp. Das war krass. Ja. Kommt euch an. Oh mein Gott. Oh, was war das? Oh, was war das? Was? Dennis hat einen verschenkt. Dennis hat einen verschenkt. Er hatte sich, er steinbar großzügig ein. Und spielt Peach auf Lina. Und ich habe heute gelernt, dass Peach auf Lina eine ungünstige, eine seltene Wahl ist. Und dann ist er ein Verschenkasten. Oh, der hat sich gefilmt. Weil auch Lina hat einen Schuh und eine blaue Schuh und eine blaue Schuh. Für die Insider. Für die Fashion-Discaster. Oh, der ist noch nicht gefilmt. Oh, der ist noch nicht gefilmt. Oh, der ist noch nicht gefilmt. Oh, holen, nur noch André ist im Chat. What's up, Alter? Wer hat mir überlegt dich für den Award für Most Mist zu legen, Alter? Wo war's denn? Ich habe einen verloren gegen Bananen und... Ah, sorry. Er ist für Dennis Pornos und so eine Wohlfühlrunde zu deinen Kopf. Das ist auf jeden Fall jetzt sein Dressling hier. Oh, das später kommt er richtig groß raus. Ja. Oh, das ist ja. Später im Turnier? Ja, später ist es für Dennis Pornos. Später vor allem, wenn da der Hype ist. Weil er auch Hype-Boy. Alle zugucken, dass er ganz schön ist. Der ist mal der Hype-Boy. Außer dem Crew, weil der Borrell-Jung ihn gefickt hat. Ja. Es ist, äh, es ändert uns ein bisschen zu gedacht aus. Wenn erst mal Leute zugucken, wird's besser. Ich glaube schon, ja. Ich glaube, der lebt davon. Nein, ich kann leider nicht kommen. Ich bin zu Pro. Wird schon angemeldet. Ja. Was ist das, ne? Ich hab noch nicht, ich hab noch nicht. 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 Das ist krass. Guck mal. Mai ist schon 3 zu 1 davon. Ja, warte. Wie viel das Game ist? 5 Uhr? 5 Uhr? 5 Uhr, ne? Ja. Die Zeit sind gerade ziemlich hoch. Wir halten jetzt leider. Ja genau. Ich hab noch nicht. Beständig. Oh mein Gott. Das ist ein Stich. Cheers. Haben wir mit? Ich bin Brian. Hi. 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 Nice to meet you. Oh, awesome. Good job. Well, I'm sharing what you wanted to say. Oh. Sie schined the Stichface. Das ist Game 1. Sie schined the Stichface, right? Sie schined the Stichface, right? Sie schined the Stichface. Dennis muss jetzt im nächsten Spiel, dass sie Gast gibt. Insane. Marius ist wirklich krankerlos. Und Dennis wieder mit dem Color Swap. Sie schined hisst und klingelt eine Stichface. Die Stichname sind richtig krank. Sie kommen auf die Stichface. Die Stich ride. Das sind die Stich рубarde. Sie schined die Karte. Die Stichal went auf den Ski, der hat nur diese Stichplaat. Sie schaffen ein bisschen krankerlos. Sie haben auch die Stichplaatler, das sind die Stichplaatler, das sind die Stichplaatler, die ich hatte das Gefühl. Sie hatten gerade auch die Stichplaatler. Sie haben dort die Stichplaatler. Nein, 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 wir sind hier. Oh, hier. Oh, du bist hier. Du sagst, du warst zu checken, und du wirst nicht mehr. Oh, du sagst mir. Sorry. Oh, die Schelle. Oh, der Schotten. Unter der Schotten. Der Schotten ist schotten zwischen den Lägen. Das ist ein Schotten. Ja, ich habe einen Schotten gewonnen, dann bist du... Ich habe einen Schotten zu komponieren. Das ging auf Tag. Ich habe mal einen, dann kannst du nicht auf Tag haben. Der ist eine Frage geworden. Die sind schon... Die haben schon die beste Pfeife. Ich habe schon vergessen, ich habe sie zu habe. Was haben wir denn? Oh, das ist... Oh, das ist... Oh, das ist... Eigentlich habe ich richtig... Eigentlich habe ich richtig Bock, Niki gegen Geldjunge zu wählen. Oh mein Gott. Aber Geldjunge ist jetzt... Geldjunge ist jetzt... Wir haben Losers. Was? Gegen Lefou hat er 3-1 verdonnen. Gegen wen? Gegen Lefou hat er 3-1 verdonnen. Die wechseln sich immer. Ne, der hat Falco gespielt. Und das? Weil er gegen Fox besser als Falco spielt. Was? Ja, vielleicht so. Achso, Geldjunge. Geldmaß. 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 Was ist Schein? Oh mein Gott. Schein ist nicht aus Eis. Ich schiebe. Ich schiebe. Ich schiebe. Ich schiebe. Aber... War Dream ist jetzt richtig... Oh. Waschmaschine. Richtig schnell. Strohbechner. Das Strohbechner fließt. Oh! Erfindet ihn absolut. Ja, ich schiebe. Ja, ich weiß nicht. Auf Stream, oder? Sollen wir dann Top 8 und Streaming ganz trocken? 2-0 2-0 2-0 für Marius 2-0 für Marius Deswegen hat der Freund nicht geholfen, weil er gegründet hat Gegrümmelt Ja, gegrümmelt Ok, interessant Marius ist auf jeden Fall on fire Und Dennis ist noch nicht ganz offen Macht ihr denn erstmal ein bisschen Losers? Ich würde sagen, wir können dann schon mal einfach machen Aber der ist nur einfach so Top 6 oder Top 8? Top 6 oder Top 8? Top 6 Ok Wir können gucken wie es passt Wie nachdem wie der Bracket-Dock steht Und wie die Bracket-Dock steht Wir können sehen, wie Sie kommen dann ist es gut Auf die Plattform Und wenn Sie uns vielleicht im Moment Vielen Dank. Marius hat gebrokt. Marius hat vorhin auch das Grinded zu Hause. Deswegen konnte er nicht wieder aufbauen. Er hat seine Seals geschliffen. Ja, so konnte sie. Nächstes Game kommentiere ich mit Brian auf Englisch. Wenn ich das nicht ausmache. Ja. Will ich gerne dabei sein? Wir brauchen einfach mehr. Late bracket games. Ja, das muss ich hier sein. Ich weiß nicht. Oh, schrecklich. Aber die Stimmung hier ist auch richtig gut. Hallo. Alle haben Bock. Chain grab? Dennis auf Let's of Stock. Wir kommentieren hier gar nichts. Oh, let's go. Dennis kämpft doch mal richtig. Aber Dennis ist klatsch. Come on, 21. Du kommst mich nicht besuchen. Du kommst mich nicht besuchen. Jujo, was soll das? Ausfisch. Oh! Und Fight auf Let's of Stock. Und Dennis ist bei 28 Prozent. Das ist absolut machbar. Das ist komplett offen. Ja, vor allem wenn er jetzt ein Grab kriegt. Das versucht Peach jetzt gerade, den Grab zu fischen. Aber der Näher tut richtig weh. Siehst du? Und das Ding ist auch eine psychische Frage. Dennis muss, wenn er das gewinnt, noch zwei gewinnen, um zu gewinnen. Oh, da ist der Grab. Grab? Grab? Komm, Marius da raus. Die eilt immer nach hinten. Nach vorne. Zu langsam. Aber das war schön. Das war eine schöne Reihe. Und die hat auch Marius nicht zugesetzt. Das ist auf jeden Fall Kill% mit 70 Prozent. Oh! Upset! Oh! 3-0. Was? Hälter Schwede. Ryan. Hey, dude, rub this. Get a chair. Oh, okay. Get a chair sit over here. Upset. Jedenfalls das Ergebnis ist Upset. Kannst du noch so einen Millimeter rutschen? Hello! Hi. We didn't have to. Has to go. German. Ryan, look. Deutsch. Englisch. Französisch. Französisch. Jemipri. This is the English. The American English part of the stream. Ryan is with him, Dennis. Und setzt sich danach so richtig so nonchalant neben Nicky. So, ja, wir spielen jetzt, oder? So ein bisschen. Lass doch Freddy spielen, so wie als Topspieler. Er hat sich auch mit Nicky aufgebracht. Ah. Wissen die gegen einer spielen? So, Marius was ready. He just 3-0'd Dennis. Wow. In an insane twist of events. Not necessarily the expected outcome. Domination. Hence, an Upset. Yeah. That was an Upset, yes. That was crazy. We just gave best Upset of the year. Ever, right? And that was already a sick, yeah. We did. Not to those guys. Best Upset we just gave to Ani for beating Ophys 3-0. Yeah. The almost only, if not one of very few wins she has at all. Wow. In Tieto. Yeah. She just beat Ophys, who is seated a good 10 spots above her. Wow. She just straight up wrecked her. He was mental. Mental. You were here, huh? Yeah. I missed it. I missed the whole thing. It was fucking nuts. Wow. That shit was tight. So we have some people in chat. People are... Cyric. What's up? Why would you say this? Uh... Yeah. I mean... What do you mean? Yeah. Yeah. That's the thing. She's improved so much. I don't know. 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 Parsec? I think that's exactly it. It's a mindset. She won. She lost against me for like mental reasons. She lost against Brian today for mental reasons. But she's getting so much better all the time. We discussed her to be most improved. But she just didn't have the results yet. She's about to be most improved. Like no discussion. Like by far. So that's what everyone's looking forward to. And Michele is her biggest supporter. Yeah. I'm her coach. I played with her even when she sucked. Like a month ago. He cheers for her inside. He never wants to lose against her. But he's cheering for her. So once again. Shows you what like a lot of training. Dedicated mindset. You know. Grinding. And just dating the best player in Germany. You can get you. Easy to reproduce. I'm kidding. I would never. I definitely have none of those things myself. I'm doing zero. Zero of that. God damn it. Nikki. Wanna Pete? Oh nice. Good atmosphere. Atmospheric. People now they're just spamming light switches. Before they were scared. And now they're just doing it. Yeah. Who's next on stream anyway? You know what? Um. That's a good question. Who's playing next? Hey. Hey Gus. What's up? What's going on? I know it's going to be a banger set. That's what I know. Because I've seen it. There's Marius. But we actually don't know exactly who's coming. I don't have my glasses. I can't read the chat. Damn. I can tell you what's up. People are discussing what the do man is. Oh yeah. And it's sucking in tournament. And being insanely geistergestört in friendlies. Get more chairs. Geistergestört. Yeah. We do need more chairs. But we have people here. Learning Deutsch. What's up? We have office behind the cam. You won. Nice job. Winner interview. What's the next? What's the next? How do you feel? Yeah. What round are you in now? You're in winners semifinals I think. Nice. Marius. Good shit. That was clean. That was okay. That was a clean set. Yeah. My congregants are fine. Yeah. I saw also you. No but. You kind of dominated like all three games. Yeah. What was on point? FPI did. But why were you so good? What was it? How'd you beat Dennis? Was he not ready for it? I don't know. Dennis was more than I was. That might be true. Might be true. He has more to lose. Maybe. Yeah, yeah. Parsec saying that you're now. Dennis isn't the best in his flagship. Cyric, why are you like me? I've never done anything. I swear in my life. I love you so much. And you just hurt me. It's because he plays Fox. Yeah. And because Marius. You know what? I'm gonna tell you something from behind the scenes. When discussing who's most improved. The only reason you didn't get it. Is because we thought you'd react like sad when you got the award. You'd be upset about it. No, never. Nobody got it. Plus they were all voted on anyway, right? No. That one we just handed out straight away. Oh. I mean, we had to set a result. That was it. We had to nominate people. Ah. And then we decided against people who we thought this would be an insult to almost. Oh. Oh. Hi, Hololulu. Thank you. No, he's talking about me. Just up there. I'm just. No, he's talking about nice bun juggle. What the fuck he means? What the fuck? Who is juggle that he means? It's me. Where's the bun? Where's the bun? It's up here. Here. I can show. Nice bun. I wish I could wear a bun. I should. Try. Try. I guess there's no game on the set. We're basically like reverse. We're waiting for Tobate. Reverse hair. Oh, okay. There's some good games happening. For all to play Tobate. Yeah. What is the upset situation in the bracket? Let me see the bracket and tell me what's like insane. What has happened today? So, we have Strawstream beating Dennis. So far, that is the most upset we have. Very cool. Very cool. We have a lot of 3-0s. Buff target does not get a game against Kobobi. Which is expected. Dominated. Little Fruzy. 3-1 over Geldmann. I guess that's also expected. It's actually a resolver thing. Ify loses to Geldmann. That's unfortunate. Giffy coming out here. Giffy. 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 Ify also then losing to Ofis. Interesting. Interesting. I believe that would have been different a while ago. But Ofis also improved. He's been playing. He's been grinding. But more speed by... Huh? Yeah by Ani. Definitely. It's an upset if it happens once. If she's going to repeatedly beat everyone. Then that wasn't an upset. It's just a beginning. You know. Error. Yeah. Climb in the ranking. Hold on. Who do I need? Grimut against... Hot Axe Summer. Ooh. Are you ready for it? Do you want me to warm you up? Wow. Mentally. Mentally? You're ready. You can do it. It's fucking cool. No I mean... He's warming up against... It's insane. Yeah. Look at... He's taking you so serious. He's warming up with the best player in the country. To then beat you who is like... You know. How many times have you played? Not close to this. No I'm saying... You're like his friend. You guys play all the time. I'm so scared. Where's Nicky in the bracket? Nicky is... Yeah. But against who? Against... Little Fruity. Nice. Little Fruity. Like... You know. Getting there. So it's Little Fruity. Those guys... Who's playing right now? It's down here. So we're seeing... Ofis versus Dennis. That's a little bit of a given. Marley Geldmann might be interesting. I'm not a million percent. Because you know what Geldmann is doing? He's playing Fako only. Yeah. I heard. You know what that means? Geldvogel. Geldvogel. Nice. He's the Elster. The stealing bird. You know what that is? I don't know what it's called. Robert bird. The one that has the twin tail. No. What's it called? Oh my bad. Swallow. No it's not that one. It's a black and white one. Yeah. It's a steal stuff. A magpie. Yeah. It's a magpie. So he's the magpie today. Magpies are super smart. Yeah. Yeah. This guy. He's just a tag. He's just a tag. He's just a tag. He's just a tag. He was saying that the bird was his first love. That's how he found Smash. He said that? He said that to me today. Yeah. But he is Falco incarnated. Yeah. He's a Geldvogel. Yeah. He makes fox look like Falco sometimes. I know. I know. The animals. Sean Wayne. What the fuck? You know where you could be right now? Come. Come. In front of us. In us. You could be in Brian right now. But you're not. Yeah. Your teammate is here. You know people reference you all the time. You're like. What's a good example of how close people are? Like you're Scar and Toph. That's how close you are. You think Toph goes anywhere without being asked about Scar? No. Yeah. He just gets. He just gets like. Hey. How's Bobby doing? All the time. So Team Schwiffy only half represented. And being slain by office. If you want to live with that for the rest of your life. Sure. Don't show up. Alright. Yeah. I'm a bit rusty. You know. It's been. A long time. Yeah. That's a good. Yeah. Right. Yep. Shout out on liver. Oh thanks man. Shout out on liver. Shout out. This is. Here we go. Banana marmalade. Bananas marmalade. Who's your pick? Who's your pick? My pick will be from the heart. Yeah. And I will always pick banana marmalade for being a homie. Oh nice. Geldmann. He's too easy of a favorite. Yeah. He's better. He's better looking. Ah. He's fun. Oh. I like. They're both beautiful. They're both beautiful. They're just different. True. True. Are we always playing? All right. I was playing this matchup earlier. Yeah. Against the same guy. It was all right. It was all right. Oh my God. Up tilt. Oh shit. Becker. Becker again. Oh my God. From the high ropes. He went for the wrestling move in the first two seconds. Wow. Let's go. See what he's doing. Oh. Okay. He just. He sees it. What happened? Does he know how to edge guard? By the way. Because I don't. This Falco is sick. Yeah. This Falco is sick. He's Getman. Oh. He gets back. I didn't see that coming. Yeah. His Falco is insane. Space him with the back air. Nice. The laser gets him out of that move. Yeah. The back air. Let's go. Nice. You know what Getman doesn't have? He's not a disciplined Falco. I don't think. No. Is it like. No. Everything. You know. Just hold forward. Hold W. Kind of Falco. Yeah. He doesn't care. Because Bananas. I will tell you what Bananas strategy is. Wave dash back. That's all he does. That's his signature move. Is the. Don't. You know. Don't do shit. There you go. Nice one. First action. Let's go. Man. 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 Ein Zapf. If you space nice on the. On the Samus shield. Right. You know. Yeah. It's hard for Samus to punish that. It's true. How do you think the matchup is? I mean obviously Falco wins. But. How much? I think this is one of. At least. You know. On the tier list. Right. It's like. This is one of. Samus's best matchups. Is it? Okay. Oh. He went for it. He went for it again. But it doesn't feel that way. You know. It's like when you're playing it. You feel like you have way more options. You have way more speed. As a space animal. Interesting. Yeah. There we go. I'm hyped for this. Alright. Nice. Nice. Yeah. So far it looks good. Yeah. He just holds him out. He's looking nice. What can you do? So then the question becomes. What can you do? You know. Yes. That's nice. Alright. Get in here. Alright. Looking. Yeah. There you go. Yeah. Goes for the shield drop. The dash attack. Yeah. I used to love that dash attack when I was a kid. Yeah. I played Samus like exclusively. You did? Yeah. Yeah. 20 years ago. Oh nice. Yeah. Cleans up that stock at least. There you go. Banana Mamelada on the board. Yeah. Oh. And is he. Oh. What a long. The long tether. Yeah. Yeah. The shlong as I call it. The tether shlong. What? Down tail killed from behind? Nice. What happened? Nice. Oh. Alright. Gets out of it. This time he's getting punished for it. Like big. The up air is so sick. Because the up air keeps him like almost in the same spot. He can do it like 10 times. Like. Oh the really high down air. Nice. Drops through the platform. Down air. Oh. Oh. We're styled. Sacked him. Dunked him. Oh. That's where he goes. Oh. The German mangle. The German mangle. The German mangle. Dominant game. Jesus. I got mango. No. What can marmalotta do to bring it back? Bring it back. Not much. Improve 10 years. Yeah. Forget about that last game. Yeah. Prepare for the next summer. Yeah. Deutsche Mango. No it's actually not true. He played a lot cleaner than Getman did in the beginning than in the end. I think Banana he has to lose a little bit of his respect. Right. You know go less for the cheese. Hmm. Nice. Tetherino. Alright. Oh that's good. That's the damage you need on a Falco. Yes. Oh. And then go out. Yeah. He has to die for it. Nice. Earlier I was experimenting a lot with like down B off the side. Yeah. Oh shit. Wow. But that hit. Nice. Nice little sense. Yeah. But this is the Samus stage right? Sound of dreams. Everyone hates it. And Samus players are like ha ha ha. Down smash for days. Let's go to that stage. Yeah. I'm so good there. No. Yeah. That was nice though. To connect on the big shot. You know. It's really the modern day Brimstar. Oh yeah. This dumb stage. Hmm. Not a hot take. Everyone agrees. Go. Brimstar reaching deep. Yeah. I think actually banana is a little bit too much stuck. Like he's. I mean I get it. But he needs to slide more. Yeah. Oh interesting. I see not enough like like wave dash movement. You know that's the dash deck. Oh. Nice edge guard. Nice. Bring yourself in the position. Up again. Very nice. But this one what are you gonna do? Break shield pressure. Shield pressure. It's just gonna kill you. And then here yeah you can tether to the side. Wall jump. Go back up. But no. Not enough. It's crazy. That's why this stage is so good too. Yeah. This and the fucking platforms. Yeah. The super tall wall on the inside. Yeah. Also. Did you know? I saw this the other day. You can triple wall jump right one after the other with Falcon on the stage. No way. You can do something like blip blip blip. Wow. Just triple wall jumps. It looks so glitched and jank. Is it like TAS only or? No. Where do people get it? I just never know. It's because I. I just. Sub chat. Sub chat. Sub chat. Third here. Not in third place yet. How's your performance today Jan? You good? Nice. 5€. Let's go. Oh. Oh my god. Well. Alter gegen Opus. Imagine. Pufflepuff. Yeah. Pufflepuff. Yeah. Pufflepuff. Floaties. Floaties. Oh no. Last talk. Last talk. Last talk. Yeah. He's like. Laser pressure. It's the. Opus like. You know. Making you play Marvel versus Capcom 2. He'll just tag in. He's just like. Doctor Doom. He just tags him in. Oh no. Yeah. What was that? Combo your Sheik into a rest. What? Spam the bird. How you doing man? Good. Sorry? I've been off the sleeve. I got you. You picked a different character. Wow. That feels good. Really? Never. Did you do good? Who would you rather play? Did you play your best? Oh. Yeah. But then you gotta beat him. I wanna play you later. You gotta beat him properly. Oh. We haven't played since. Oh. Oh. I've been our cover. It's five minutes. It's actually true. It's actually true. Sensi. I actually don't know. How good you are. People will say you're like. Most approved. People are. You beat good people. But I still feel like. I would just fuck you up. Money match. Money match. Money match. Money match. Peter match. Peter match. I'm broke. That's what he says. I'm broke. He's like no. I'm broke. We'll just play. We'll just play. We'll just play. We'll play. We'll play. Yeah. We'll play for you. That's sure. The raw jump. Punished. For your color. Give me your ices color. Oh yeah. Right. Oh no. I'm against that. Always gets the reset with your B right? It's like. Oh. Falco gets it. And this looks really curtains man. Yeah it does. What can you do? The tether mid air. Alright. Nice. Okay. Never mind. You know. You can do something. Yeah. Some combo. Get the big shot. Do something. Do something. Right. Nice. Nice combo. Do mine. Nice. Down air. Oh. Held in that time. Great. Oh. The fair. To get through the missiles. Just. Give me. Give me a lasting hitbox. He says. To kill the missiles. No. Nice. Does weak fair kill missiles? Uh. I could. Well. What do you mean? Weak fair? There is no weak fair. I mean. Weak hits. Weak hits. Weak hits kill missiles too. Yeah. I don't think they have a lot of HP. Yeah. And like weak. Phantom hit a missile. That'd be funny. Nice. There you go. No. No. No cleaning up. Oh. It goes. Oh. Nevermind. It gets too stuck. It gets a few to live. Let's see what that one is. Oh. Oh. That's it. Let's see. He cleans it up. 3-0. For. For. Geldvogel. Against. Banane Marmelado. He owns Vogel. Clean game. Yeah. Clean game. His Falco is not bad. He looks really good. Yeah. He looks good. He just looks good too. He just looks good. Yeah. So does his Falco. Yeah. Oh. What more can you say? This is a. Like honestly. Insane production value. for. For this tournament. For real. Shout outs. We do. Yeah. Slide in from the side. Get in guys. Look at this guy. Commentary by committee. Good stuff. Good stuff. Yeda 100. Yeda 100. Yeda 100. Nice. Winner interview. How do you feel. That you won that last game. Oh. It feels so good. You know. I mean. Sometimes you know. You can do it. But then you have to deliver. But if you just do. It's perfect. Great. Yeah. Yeah. I won a game today. That's great. It felt amazing. I felt amazing. Yeah. Nice. It was like. Heart racing. You know. Emotions high. How it's supposed to be. Yeah. That's what it's all about really. Tournament. Tournament atmosphere. Oh well. Great. Great. When is the next game? Oh I'm out now. Yeah. You just in the commentary now. Yeah. Yeah. You like. Sacrificed. Your. Your further games. For joining us here at the commentary. That's right. That's right. You're doing a lot of commentary on this. No I never do. Oh really? Wow. Me neither. Yeah. Great right? Is that true? You got only like. The best of the best right now. Yeah. Be thankful. I'm trying to entertain you people. I appreciate it. True. Um. Uh. Thank you. Yes. We miss you a lot. Hololulu. You've been a nominee for most missed. True. Yeah. Wow. Someone is complimenting us on all of us looking very good. Oh. That's true. That's what's up. Yeah. It's really nice to see everyone. Yes. It's fun. Hololulu. Hololulu. Yeah. Who's that? What's up man? He was here. What? Two years ago maybe? For a while. Peach player. Peach player. You know him. Oh yeah. Yeah. You don't know him. People know him. Hololulu. He's a name. He's a household name. But I didn't know that you were. I'm so sorry. Oh. He's been here on and off for a long time. That's okay. I'm uh. Yeah. I took a part. I took a break. So. Yeah. Oh the commentary. Yeah. We can stop posing. Oh yeah. We can stop looking good. Oh yeah. We can't. We can't. That's a problem. We can't. Just undo my belt here. I wish. I wish that were true. Yeah. We'll see. Lil Fruzy against Nicky. Oh wow. Another hot match potentially. Top 100 in the world. Versus. Top 100 in Berlin. Yeah definitely. Barely. Probably top 10 in Berlin. But Lil Fruzy has won a ghetto before. Yes. And Nicky has won every ghetto he's ever been to. Really? That's a close call. That's a close call. Perfect record huh? Yeah I mean. He doesn't lose it. Winners against winners. It's completely open. There's no. There's no L in me. Don't spoil it. Sorry sorry. They're all excited. It's gonna be close. They're all. They've watched most of the endings probably right? People are fans. Wow. Oh my god. What is this? Thank you. I see a Sheik. Nice. Nice job. Is this truly Leffen Fanboy switching to Sheik? That's super nice. Captain Nicky. You know that Leffen switches to Sheik now for certain matchups? Especially Marth. And then I saw Leffen Fanboy today tweet about how his Sheik performs as good as his Farks for an upsetting reason for those Farks are supposed to be literally really good right? Yeah. Do you care to comment the game or? No. This is warm ups. I don't care about this game at all. Well I take my job seriously. I will. Yeah. I just have to warm up. Are they playing? I'm commenting. You're right. Commentate the hand warmers if you want. No. It's really close. It's really close right now. It's very close. I do not know who's going to get the next hit. And you don't know who's going to win this. Well the standing game over. Nicky also with the dash tag. Oh my god. Who's playing Sheik? Nicky. It's Nicky. For no reason to be. Yeah. Third versus Young Ulrich is being played off stream. Young Sheik is good too. Because it's Peach Puff. Oh. And Dennis said he wants to do Tearless Thursday still. He's running the schedule right now. He's running the schedule right now. Melee mob. Nice. Wow. Alright. Here we go. Did you see the Anime Melee pack that released? Sheik is my new favorite player. Where every character has like an anime skin. Not just because Nicky did. I did see that. It looks so good. Really awesome. Yeah. Shout outs to the whole community. For real. Did you see this new weird battlefield? Nicky is a shit guy. No I know. The city battlefield? Yeah. So let's see how Nicky's Sheik plays. We don't know. It's a tech chase Sheik I suppose. Yeah. You see him down through a crouch. The signature. Nice. But Maxi. You can never underestimate Maxi. Like he's quick as fuck. The thing is. I would always be like a little hesitant to play against someone who's very good with the character that I'm playing right now. You know. Because you know he knows everything that you could do. Yeah. For real. It's actually a common thing that people. Maxi! What is happening? Combo? Sakura? The thing is. The thing is. The thing is. Maxi is like. Scrashing his ass. What the fuck? The trainers have completely churned it. Let's go. All right. Here we. Geez. There's no more Sheik. Maxi is like. You better pick Foxy against me. What the fuck is this? Okay. This is not top tier. He does it again. Maxi is like insane right now. Down smash. Aber er ist noch nicht so großartig. Aber er ist noch nicht so großartig. Shoutouts to every chic Player in the world. Nikkie just showed again that he's a very good player. Just in case anyone had forgotten. He's like, oh, you're approaching? How about the face full of needles? Nikkie's chic is like a real porcupine. Turns around and needles your ass. Yeah, this is looking nice. Maxi's really not trying to get upset by this, not even secondary, by this tertiary chic. Oh, nice. A million percent. Good angle this time. Maxi was starting very well off. The recovery. He's up. He's still up on the shake. Nikkie, not possible. Can't just double jump back to ledge. That's not allowed. He's like, no. You need air traffic permission to do that. To land on my stage. Okay, a couple of fares. Nice, the down tilt. So sneaky. Chic down tilt just like scoops you up. Oh, no needles this time. He just gets it. The thing is Maxi is not completely lost here and I appreciate it a lot. Well, no. He's not. I see Maxi winning this. He's very good at this. He's supposed to be winning all bit. I mean, matchup wise. Nice crouch game as well. Maxi's fox is very, very good. Yeah, Maxi's fox is good. And I've never seen Nikkie play chic, which doesn't mean anything because I haven't seen him play in a lot. But still. He's definitely played chic today. Oh, no bears. Oh. Nice. Good string. But Maxi's still on. Oh, what an awkward position to up be in. But it works out. Bear? Alright. Spikes him. Fucking eat it. In the corner. He just goes like, oh. Yeah. Volleyballs him off the field. Nice. The thing is just, we can't forget how good Nikkie is. No. Oh, no. Oh, shit. Was he like killing himself there? Yeah, yeah, yeah. It's a difficult technique. For the fans. This one, this one is sneaky. One kill for the fans. Look at this. One suicide. And that's where you went for it. Oh, my god. That's a sick sequence. He had no idea. Nice good angle. He misses that just barely. Sneaks underneath. And now it's Maxi's turn. Snook. Snook the jump. Oh. He gets a bear. I don't think that's on purpose. But it's still center stage. Still, you can go for him. Dead tight right now. The mares. Whoa. Shine Becker doesn't go the right way. Sheiks Becker. So scary. There she goes. Oh. Does he have a jump or he doesn't go for it? That was close, but yeah, Nikkie clutches out. And you can tell, like, any grab. I think the outcome's not surprising, but the game kind of was. Yeah, yeah, yeah. It was exciting. Definitely. It was close. No, Nikkie, he just tech chased him last Stark really well. It could've been a Stark with that back there already. Man, man, man. Man, man, man. Man, man, man. Ein Ausrufezeichens ab in the chat. Oh. Oh, normal. Ausrufe eichens ab? Nice. Here we go. That's what I saw. Here we go. We got a switch. He stays with the color, but he switches the character. Yeah, that's right. That's right. That's right. Martin. Right. He was Muti King before and now he's kept. Yeah. Oh. Up tilts. Crazy grabs. He just wants to be an asshole about it. Cool. Grab. Nice. Oh. What? Crazy side beat. Nice. He just barely spaced that out. The general. The up tilts. Oh my God. Wow. Shines out of the dashes. Crazy huge range. That would have been insane. Oh my God. The fucking. Yes. Nice down tilt. Martin center stage. This is a good Marth stage too. Right? Yeah. I think this music has left like patterns in every Smash player's brain. Yeah. And not smelled plays. Right? Too slow. Speaking of me. He gets a lot of shield grabs. He's not supposed to. He's not supposed to. Nice. That's why Hex's new memory card. Think about it what you want. But it does let you switch the music a lot. For all the stages which is a dope feature. Did you see Marth just kill with up throw up air like he's a fox? Yeah. What? That's crazy. That's back for it. I think it's really difficult for Maxi to get into the mindset of like Marth fox all of a sudden. Like the. What? Did he lose it? And I think it's the first time that I realized. Lost his jump? He's gonna go for it? Yes. Oh man. Super clean. Still on his first start. Grab? I think it's the first time that I realized how different the sizes of the characters are. Yeah. It's crazy. Because you can really see the difference right now. And I think that's like a big advantage for Marth at the moment. It's actually. It's actually a disadvantage to be big. You want to be small. Is it? Yeah. You want to be. Have less. Oh true. You always want to be. Believe someone not above. Yeah. It'll be. It'll be. Like the worst characters in this game are big. And. Yeah. You know like Bowser. You just hit him with anything. Ducky Kongs. Ducky Kongs. Yeah. But. It also is like. You're smaller right? No. Not necessarily. There's fast. I mean by design yes. But not like. As a mechanic. Yeah. But you have good big characters. Like Captain Falcon. One of the bigger characters. That's good. Yeah. Suffers a lot from moves hitting him. When other characters wouldn't get hit. Yeah. Like you just. Nice. Oh my god. This is so rapid. This is so strong. This does not feel good if you're Fox. Yeah. For real. This is on Unranked. When people play you a couple times. And then they pick your character. And go like. Let me show you how it's done. Yeah. You're not even doing these moves. No. Alright. Max is still okay. But it's Fox. Fox is never dead. It's like. A small advantage for. For Kondikini is still. Yeah. Up tilt. Up airs. The grab. I love it. Weak up air. He does it again. There's the jump. Oh wow. With the re-grab. What is it? Fsmash. Holy crap. What he does. Is he pivots Fsmash. To get the follow up. It just looks so sick. It's actually difficult to see when Zane does it. But here when Nikki does it. He's a little bit sloppy with it. So it looks even more janky. Alright. You're not supposed to run. And up Fsmash. And now Falco. Amazing. Shoutouts to Geldfolge. Yeah. Red Falco. Inspiration. Are you ready for this? Because Nikki's Falco I'm pretty sure is nasty. I've never seen it before. He's beaten me with it. Like. At his friendies. At his home. Yeah. I'll like hang out with him. And he just. Oh let me practice box. Like he doesn't play box usually. Let me just pick the Falco. And he just four stacks me. No way. No way. Could you be any more handicapped for you right now? Oh my god. Oh. Wow. Good angle. Nope. We got some lags. No. Are we good? Yeah. That's crazy. He broke my ass earlier with Dr. Mario and Link. Oh. Nice. What? Let's go Maxi. Let's go. Come on. If you're winning one of these matchups. It's actually this one. Yeah. And he's played against Falco today before. Yeah. Has he? There's no. I think he has. I think he has. Not in tournament maybe. Yeah. Oh I thought. Maybe yeah. Oh. Yeah. Maxi with the sick text. Like he's ready. Oh. He's just so forward. He's full of surprises sometimes. Come on Maxi. Get on the board. Show us again. Sometimes I think like Maxi is very underestimated. No he's not. He's good. He's very good. But he used to be good for a while. And now he's getting better again. Like it's difficult. Like it's difficult if you've been plateauing for a while. Yeah. To gauge when people are good. Yeah. And he switched his character into the controller. Ah. Yeah. True. But also. Just. Just know that it's difficult to play against Nikki. Like mentally. That's just how it is. It's just like. He makes you. Oh nice. He just makes you look bad. That's just how it is. Good players make you like make mistakes. But the thing is like. He's like. Very much on top right now. Uh. Is he? It's all even now. Right now. Okay. Okay. Seconds to go. Yeah. But this is a spacey matchup. Starks don't mean anything. The only star that's important is the last one. Oh nice. Gets a shine. Gets a shine. I don't know what's going on with the shed right now. But I think they have to like kind of check on themselves. Whether they're good or not. I don't know. This is not a bad boot backstreet. Bad boot? Let me tell you guys. You can shout that stuff. Wow. But not here. Right back here. But no. You can shout it here too. But you'll just. Come see us. Come and see us in tournament. Yeah. It's lovely. Look. A lot of spacey's. Like especially Fox Marco. When they like trade. And they run into each other and just bump heads. Basically. Yeah. Or like shine at the same time. Ooh. This is close to. This is close to curtain. Maxi's last duck. He gets stuck in rapid jabs. Oh yeah. Back here sends him to stay. To ledge. He always goes for the 4 draw. Ooh. That hurts. This is game 3 now. Yeah. This could be weird. For Maxi. Yeah. 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 Nice. Yeah. Very clean. Very good games. And Maxi like really. Did give him an easy time I think. Yeah. No he didn't. Yeah. Three characters. What can you do? Three wins. He's just very good. Yeah. One would argue he's the best. Here. Do you think so? Really? I'm sure I don't think so. It's just what the power ranking says. It's not what I. It's not my personal thing. Who's your personal favorite? Personal strongest. Who do I think is best? Yeah. But doesn't perform well? Yeah. He's an adult. He's an adult. I don't have an opinion on that. We just can't have any opinions about Geld Junge. You know. The before time. We can't. Right. Geld Mann. Geld Mann. Yeah. I love how the windows are foggy right now. Yeah. There's so many people in here. I've never seen that many people in here. No. 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 Shoutouts to Rona. And her. Rona. Best players actually... You're so nice Chet. Thank you for not... for noticing us. Nicky with a Y. Fun fact. The first time that I have seen Nicky. That I've met him here. He was a little late. And I was here just... just to watch. And he came in and I was like, Hi! Who are you? Now you're also just here to... just to watch, just as a guest. The problem is... And he was like, no, no sometimes I play. Es ist so easy zu behumble wenn du die Best bei far es macht es so easy Constantine looking cute as always has he ever not looked cute wie das look better have you guys watched The Expanse I just recently started but if you've seen The Expanse there's a character that looks a lot like Marius looks now and I sent it to him and his response in Instagram just said I hate you so much right now it's difficult to make the guy a compliment I think that normally if you tell people that they look like somebody Parsec giving the sub he gets the sub he gets the sub oh Joyo nice oh my god thanks for the gift subs Joyo stop spending your money no 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 he got a he got a one gift alright let's see what's going on here this looks like a real match yeah we're going for it oh here we go Green Falcon environmentally friendly he cares he's a green falcon it's an in a flat tournament right yeah and this is a tournament that's recently been won by Maxi a matchup I mean like a character matchup so interesting Joyo best oh that's right just a few weeks ago nice nice up air doesn't go for drops on knee because he knows Maxi's not a scrub back air Maxi usually starts a little bit more slow than that but he doesn't today he's like I don't care I want to see this guy fitting and he really means it no nine nine is it yeah but it's he waits for one stop or two until he starts to play but not he's got Marius on the ropes right now but oh was on the ledge but didn't get it stopped too slow Marius is also not like gifting it to him Konstantin looks stuck yeah Konstantin I will say not looking the cleanest today oh nice so much clips him with the back air one thing that's interesting to look out for from Konstantin what he does a lot is mix up his fastball timings yeah but I just said usually in games he like loses one or two stocks until he starts playing and not trying not today he heats up he kind of yeah but he's not looking so fresh right now like it is like you said he's not 100% hot even though he just played against Nikki for a long time warming up for this exact matchup I think the chef disagrees I think they say like he's hot right now he's looking hot right now this fratze to help your atze I must be for oh stop me could we get a hype train on Igedo 100 that would be great Hololulu gets an ad it's amazing that Hololulu was not subbed first of all but whatever whatever grab no he turns around does the nun is this a nun oh savage combo savage thank you for the sub thank you for the sub you just subbed nice oh he constantly looking looking like clean but also not clean he's got a full start blade he looks rustic you know it's really good rustic rustic you just you just no his hits hurt but they're not it's not clean you know it's raw you know what rustic needs rustica how do you say it in german rustic 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 it's conati right now he's like a fine old chair you know sitting in a fine old no he's totally that's not his fine old chair I don't think so the beggar teeth it and that's the eight it was fast chat complaining about how falcon is so free and he gets everything you know falcon gets a lot of free gifts and let me just say as a falcon main I unconcur I cannot agree with this a million percent but I think I know what you mean if you look at stomp and then there's a falcon flying in front of you for a second and you can decide to like you can check your emails real quick while falcon is in it's actually stupid now this stage that falcon hates but obligatory gets a pick there all the time so they improve on the stage oh this is really nice constant does the pick up he runs off comes back with an instant on there he is very wing and very ill I'll say he's not clean constantine today he just maybe like I've never seen him play clean no 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 he maybe washed his face a little bit like in the class but he definitely didn't take like a long shower no he definitely he woke up he wore the same shirt as yesterday and he's like let me it's okay for today he had a lot of stuff to do he organized a lot so I can probably end up best character for a full day on Twitch a big stream your wallet was hot you could break what? oh no it's gone what do you want to check? a sack yeah man yeah man yeah man nice 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 oh my god copypasta strong oh the double shine gets shield grabbed for your troubles excuse me can you spare a shine in these trying times oh he did it he's been laughing this it's the oldest dumbest joke it's the joke that's equivalent to like oh he walked up slowly that's how old the knee joke is he don't like it I mean I love it but oh he's missing the ledge I think Kansi has a good edge babe he has fun with it a little bit no he's having no fun no no he hates it of course but he's playing like with anger like a good try you think so yeah I think so Haida I don't know you know him better than me maybe I don't know oh the jank no that's okay I definitely don't know Jankiel Leroy Jenkins you know he surprised me a lot better nice drop down don't you think no what do I think seeing four back airs and I think he's playing clean no no I don't think so I never said clean but not clean so no 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 he maybe it's because I know he's gonna complain about but he has an SD first of all I don't want to commentary first please but he's he's playing good oh he gets shine for his troubles that's the edgeguard nice edgeguard edgeguarded okay last start let's go let's go yeah he's at 100 this is rough but this is not a tank oh 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 crazy close he choked a little bit no it's not it's not we're one of those moves away from him tanking wow it's never over see there it is get some off stage get some off stage wow there it is shine crazy comeback from the clutches of defeat wow I take every big thing back that I said before and surrender myself to your like absolutely superior commentary thank you opinion and your expertise on this on this on how Constantine is clean or not yeah but the games are also quick is it just me or are they like very very fast finishing yeah yeah this is a this is a fast game they are like both like we don't want to they're not defensive players oh nice that's a teaching day oh oh stomp me stomp me oh the get up attack is supposed to kick them off backwards but it didn't that time nice good back air Constantine made today more stomp me than the last 99 years this is year to 100 he's celebrating by doing 100% optimal oh the shine smooth smoothly evens it smoothly evens it smooth max a little smooth oh the shine sorry yeah they're all the same they're all the same those guys miss the shine but you're right it's not I keep forgetting sometimes but yeah it's Marius you know what that does make a difference oh oh the downbeat and up air oh nice one stay up there smash the eye out of the up air but then follows up smash the up smash is the the Mario special that's how he got Maxi a lot in their grand finals a few weeks ago what I think he was not bad against Consi the whole time if you were a coach what did you tell Marius to do to win this jeez stay in there son go for it I think this is good keep him up nice back air yeah I think it's a little bit less read yes it can keep his nerves yeah I think actually in recovery Marius has to recover high a lot more just like straight come on amazing what can I get some moves in the chat nice stock lead he's got to take this one to the bank Marius oh he just gets grabbed what is this this is craziness that's crazy yeah he just like shield I usually sort of played the best when he was like behind so maybe we try not to talk about Marius actual crack addiction to save space deutsche Nicky yeah because Nicky is so un-german yeah does he get a regrab that was a joke I was told to not explain that joke because I've done the exact same thing and everyone was like yeah that was a joke I did not explain it no it's a fun joke I get it super close that was sick what that was game 2 no it was game 3 that was no 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 that read for the roll to the right the people's elbow revoke his honor you're not a knight anymore removed go walk on foot into battle give me your horse that was crazy that was a really close game yeah it was nice when my straw stream was in front but you can see that Konstantin he has the mindset of I shouldn't be losing yeah he says I'm the better player I want this and mine is just like the oh you know it would be really funny if I upset you right now yeah Marius wants this bad also they have to like really think about what is the dynamic going to be in the household like two days from now oh yeah ooh the wall jump gives him the extra time to grab here okay side beat oh no the no need is that an SD what I mean what you get stuck in this movement there how does that work I think he missed time to rejump and then just didn't jump yeah what is this oh he reads the right tech option but doesn't get it quite that's also really nice like get the cross oh cool yeah get the cross up and then immediately shield don't worry I'm back we were sweating you can side leave yeah we didn't know what to do yeah you guys are very good have you like a few like a few of those spend the schere and ziehen in the gear yeah sorry this is more important oh grabs the ledge in between the time where he goes for the back air from ledge that's crazy Constantine with a lot of mean grabs just like grabs his face grabs him by the collar like a stray fox oh there you go the eye is the first up air completely in the eye is the second up air completely out yeah a complete buster the eye shout out to the blur that's absolutely true and this is the 100th year one century of yedo shout out when this was founded in 1921 okay oh man today if he doesn't around he is playing messy he is playing messy but at the same time now he's picked up a lot right now he's a lot faster he's like look at this jab oh man that could have been it staying alive upthrow stomp no look at this look at this di oh man burned that was sick yeah constantly looking in control in the last game there yeah dealing with his fate gg so and then it's a bottle of beer on my port which means you won the option to bring him no isn't that yours that's mine actually no that's yours i'm sorry good shit good shit yeah side b is a dick move it's a coward's move really retreating like this and then you know coming back with a move that auto aims what the fuck what can you do oh you guys want to do deutsch no 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 just for the split second that you were gone you need to be internationally no 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 this is to be an internationally attractive oh my god eske just raided with three hundred four oh my god that's a lot eske raid eske raid yeah yeah and also this time dennis no dennis that's different hey what's up guys welcome to the stream a jenny p6 hour in the chat yes yeah of course please dennis on stream eske raid with 300 what's going to happen oh 380 380 380 380 bei jedem ey ich sehe akarius 01 da sind die jenny p6 showdowns geht gerade an akarius 01 dennis darf jetzt direkt spielen du musst dir dieses game angucken der cyrix spam der cyrix spam die schere erzieh ihm die ehre dennis du musst du kommst in die schere oder was das ist euer semen boah spam die schere spam die schere erzieh ihm die ehre du hast ihm die ehre mit dem forward smash ach ey in dem stock wusste ich genau was marius machen wollte die rolle zu rechten das machen sie immer so freunde willkommen zu jedo 100 die 100 jahre jedo die 100 jahre jedo geil ausrufezeichen sap für gute copypasta wenn sie nicht alle gespendet hatte für einen vollen Tag auf fresh nach unten rot dein wallet ist dein konto breaking dein konto breaking was willst du schenken ein sap ja mann ja mann ja mann wir haben nur ein einziges meme in dieser community das ist es sie sehen jetzt gleich hier das erste äh wo sind wir Losers Quarter Final und es geht richtig um was es spielt oh sorry we are in English yeah we are in English our commentary is in English today for all our international friends shout out to the chat and our every one of our international friends yes and watchers and new friends and new fans of the stream of the content oh my god I don't speak English oh no you will be okay you'll be all right and we are here with this isn't important Mikhelev, Brian, Jan and me and Jonas and Jonas it is a voice so what you're seeing right now is not the actual game Heide I know thank you thank you this is actually close to it but it's called Hand Warmers explain it to me yeah I'm mansplaining Hand Warmers like I should be like you should like the man you are out of out of a good reason that was a good reason since last game we're seeing Jenny Prentzelberg Prentzelberg I was very disappointed last time when the Walmart was commented on that's what he calls himself right the man of amazing tags that was good no I don't care whatever if you fucked up kick him out okay yeah get out get out we don't need you right now get out 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 oh yeah oh yo-yo yo-yo fanatma manatum probably wants to say your hair looks funny or something on stream I don't give a shit I don't give a shit I don't give a shit Wallab is over yo Wallab is up no oh my god a real SD wow wow so bad yeah timeplatz for cringe my miedo das ist eine cringe-free zone wow Fruzzi's really losing this is rough oh jesus fast very fast game very fast game they look ready I saw you fast no 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 that's amazing and here we go let's commentate the game okay okay new idea let's commentate the game wait you're not just saying exactly what I said before but where you were like making fun of me for saying that did you say commentate the game this is a warm-up let's not yeah okay it's not a warm-up anymore it's not a warm-up anymore let's go Maxi is playing Dennis right now they are playing on stage Battlefield Battlefield this is Battlefield let's say who's gonna win prediction-wise I'm gonna say it Maxi I'm feeling Maxi too actually I've felt that a lot before but like both of them have like lost games that I wouldn't have thought them to lose and so I think Dennis might point it in there is a chance that's true oh immediate stitch phase oh my god he's gotta get rid of the stitch but he doesn't okay he doesn't kill still got it he doesn't want to get rid of it oh that hurts he's dead but he's like a floater he must not underestimate it peach privilege a floater is actually the term for the toilet thing these ones are called floaty 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 wow that's a hit combo that's not sick 20 hits imagine getting hit 20 times that's a combo that should take two stars oh maxi is like on fire again yes he is wow yeah he's moving commentate is quick calm down calm down calm down what else do you want to get help you want to go to the director there is a table english please we have to attract the fans and make sure that I can keep talking on the yeah 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 no 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 evened up yeah he's playing on the rectangle he's playing on the brick I don't think that you're being fair here that it's very complicated to play as well it is very complicated it's about the ideas it's about what's in your head you know up a clean start Brian is taking you to a more like metaphysical level yeah that's right let's not like stop with all the like nitty gritty details of this actual game it's more like a mind thing that's right it's a beautiful symphony that they're playing you know yeah he's writing how would we come to the game and not how we think went for it dennis ready to smash the eye to the ledge ready doesn't lose those oh shit scary flow spend the scanty to have your maxi i love it but i have to say at the moment maxi doesn't look like he needs too much help yes oh that's it you're right about this oh yeah the flashy finish shake okay fast game one yeah so this is uh yeah how is the peach fox matchup in general do you want to know armada's peach or do you want to know normal peach because normal peach fox just beats you but uh i'm modest peach yeah i think dennis will tell you that he's actually this is not his worst matchup like his personal he's not bad he's not so bad against fox none of the good players are bad against fox that makes you a not bad player yeah so we'll see a little bit how what he can do in terms of what does he do like what can he do to deal with the pressure i think the micro spacing is where peach like how she deals with stuff right yeah she has to get you out she has to like get an advantage she has to get chain grabs that he's not getting at the moment yeah i mean that was a queen yeah she has to capitalize a lot when she's ahead she can trade out yeah went for the grab there gets shined dash attack is really good too oh big legs sorry about that coming back to a wave shine combo by maxi oh it crosses him up yeah you can tell that maxi is just a little bit like feeling very comfortable right he's crossing him up he's not always throwing out moves yeah he's practiced like all of these a shit ton of times you can tell yeah yeah last game pull out the drill shine to up smash yeah 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 oh now it lands every time yeah yeah he's been practicing he's been putting in the water and now he's so much ahead that he can like try out the up smash a little bit and just like fish for the stock yeah there it is there it is yeah and if he doesn't get it it's fine because he's at 108 spend this tennis to help your dad he's looking good right now also cool nice yeah he needs like those those are the things to keep fox honest right you're running in too much you get bonked by the vegetables you know you gotta be careful oh dash attack hit so late yeah and that now you see that is actually a little bit like with momentum see damage going on yeah he's stopping the advances maxi isn't going in as blindly anymore yeah the dash attack oh he's reaching there oh yeah oh yeah oh he messed up his punish a little bit of an execution flub here the float attacked oh the vegetable cleans up the stock the umbrella the parasol for a second i thought i saw a beam sword but no i'm a blind fish oh yeah too low anyway full stock lead yeah full stock lead on the destination yeah okay yeah we're good the game doesn't actually like this is the stream that likes wow wow amazing stuff to tie it up zero to death to even up the game yeah just like that oh the forward air for an extra percentage looks so good the down smash makes up all that difference again oh my goodness grab chain grab the gate slide the eye let's see how he can can he clean it up can he take the stock grabs it no side b catches him so fast that was close super close very close ending looking much better this is up for like dennis i mean he's down two games but this is something he can do he was in control of that match wombat you're welcome for the explanation feel free to ask questions we're here for you you're not here for us i like tennis though he's just got a racket right it's on brand true it's too bad the frying pan the golf club all popular real world yeah yeah all popular real world weapons too you know you're mad at somebody you know so we're going back to final destination john mackenbrough which apparently so what final destination is supposed to do is give you a lot of space for the chain grab right if you're peach but it also seems that he's getting just like like outspend like dennis needs to keep up with the speed here he throws back at this percent maybe on purpose i'm actually not sure nice damn flash sets him right off can he get it oh just barely sinks back on stage fox mack cloud with the long recovery yeah oh gets it here i'm looking for the what's happening this is game three up two yes this is what he needs the ending that like yes the trade he wanted but no he cannot make it back this was close good yeah jesus christ right the fox there's also in the prick in my above marble okay still full full dog neat it's crazy maxi just hot right now the dash attacks do we want that anyone wanted but wait for them to turn the commentary camera back on and then we can eat it on stream you know you want that no here we go evening yeah true we do wear masks all the time right now i'm just i'm eating this is why he said that you actually can't have corona you're eating nice jab nope gets out of it grab chain hey 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 oh nice get out of here and these tournaments have not been hitting let's just say that much maybe i mean let's just be honest it's rough to hit us that was a crazy oh no oh wow oh crazy crazy that is not happy about that and i understand he's doing it again yeah we have the booster nice all right this looks like like an even game very much so let's see if dennis last stock potentially can like clean this up if he can make it a game four everything is i think he deserves it yeah i think he deserves this absolutely nice there's the grab doesn't get the follow-up which is unfortunate guess is wrong oh the thing is maxi is like really wanting it today so scary that sealed the 3-0 that's crazy i don't even think that's not about enough i think maxi was very good today maxi was playing great yes truly that is crazy that was clean maxi wants it a lot very nice he's ready yeah i don't top four top four i actually have a feeling like maxi really wants to beat uh concy today that is kind of that's kind of my feeling yeah you're actually not wrong oh marius with his power marius with his geldman good game good game i'm gonna go get something to drink one wait oh oh that's awesome hey stream hey stream how's it going how's it going are you good you have a good time are you having fun how many people left from the raid oh like 60 that's a lot wow i think you have been like nine before right wow great that's amazing maybe i'm not doing you justice maybe maybe you have been a few more than that yeah you enjoying the games can i go for another donut yeah i'm gonna go for outside yeah there you go so it's just us we're here to like comment on the break yeah you know how far are we in the in the whole bracket we are top six top six already not bad the curious is fine parsec is tall thanks for asking hope you're too we are having the time of our lives yeah this is so much fun here i lost my beer guys damn it actually you played very well yeah nice thank you nice games man thank you very solid very a little bit torn who we would be cheering for but we are very happy for you to win happens every time yeah hey what's up michael yeah my beer is my beer is lost in the sauce it's uh it's it's gone do you want another beer i'm i'm still looking for it i could get you one i just don't want to waste any you know that's yeah that's nice considerate seit wort trinkt maxi bier seit immer i don't get the question spam this katze to help your maxi oh my god i always wanted like one of those chance spam your katze that katze to help your maxi i didn't know how much i wanted it that's so cute but actually i think that was the moment when it turned around it was actually it was that it got to be it was that pattern yeah i don't know today i'm i've kind of felt the match are pretty good you felt it right i played a little bit with nikki before like he shielded out of panic super often so are they playing now like legit like right now it's like yeah they're about to play guildman guildvogel i think guildvogel that's right and marius all right species matchup classic matchup guildvogel is today super fast yeah yeah he's insane i love watching him play i love playing him it's always so fun he's gonna bounce back yeah for sure then it's then it's always bounces back yeah all right going for grab right away yeah 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 with the 20 hits nice combo quick 61% down air in the end it was so nice i love that shit yeah oh my oh great fucking get him yeah 15 seconds stock is gone oh wow lights out he's going in oh my oh 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 jeez oh wow wow oh marius has got to bring it back together oh my gosh stop he's on fire i think you won because he's a very good player today you kind of fell into your panic stuff super fast again i was super nervous i was super nervous the entire day i don't know why i know this let's comment on the one that we're actually playing right now yeah let's go okay geld vogel is like slaying it yes oh shit playing the bird the combos are too fire the geld falke oh but 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 he has a phoenix how does he say that he's a phoenix from the ass oh my god oh my god oh my god like a phoenix from the ass oh my god execute it that's the best thing i've ever seen that's so clever oh my god oh my god oh the sterdy award that's so good wow okay game two i'm rooting for geldman by the way okay because he's the only under-pensadack representative so gotta root for my boy and i also have to like to say i don't want to be rude or maybe i'm just completely wrong here but i have never seen geldman playing like a major position in this tournament i don't know maybe maybe i'm wrong but i always thought that like for example i would be a better player than geldman because i've seen that like geldman be a third place or something between no geldman actually won one tournament marius did yeah geldman and maxi both were the people that shouldn't have won a tournament they did because they upset like no 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 according to the seeding according to the seeding of course they should win every tournament you know but yeah uh it's pretty much in the like below the top three in berlin uh we have uh nikki on number one position then we got a two and then we got uh concy and below that it's a toss-up of four players which are uh maxi marius geldman and myself and we like really like beat each other up every once in a while it is like super there's no you can't tell like there's there's no way to rank them i just in my like internal like in my mind ranking which is absolutely not representative of course of anything but i always thought like it was a little bit below you but there was just maybe yeah i mean he's right there he's right there obviously learning my my lesson yeah exactly but marius uh yeah yeah he's kind of bringing it back into the set he's having a few stocks about it yeah i think that get you will play uh falco the entire tournament the entire tournament okay because he knows that there's just foxes and he beats fox with his fellow just to have fun he just didn't want to super try art today like he's trying but like you don't want to play fox and sweat you want to play falco enough fun i mean he beat khan with his falco before so you know yeah he's actually legit again he's also the only one like the tournament that he won he was the only one winning against arthur's fox yeah yeah with falco he three owed him yeah oh and there we go that should be game two yeah solid three stock mario is bringing it right back did it do the transition automatically yeah it does this guy is yeah shout out to shout out to triff's project clubby. Stimmt eigentlich ist brian weg. okay. Leute wie sprechen wir da? Das ist back to berlinerisch. Alle klar acut dann machen wir das eben auch berlinerisch. Mir ist das der rohe. Also von mir aus können wir das auch so machen. Ha ha ha. Jut die jedenfalls äh jeldjunge die. Okay, wir machen uns den chat für berlinerisch. Oh, oh. Oh, he's so fast. Er kriegt den Tag-Chaser auf der Plattform nicht, was auch nicht so leicht ist, aber er probiert mit dem Laser irgendwie sich eine Position rauszuholen, aber Mario, es war zu weit weg. Das ist so ein bisschen das Problem, was Falco hat. Er hat ein erstaunlich, also ich sag überraschend schlechtes, horizontales Arian-Movement. Das hab ich noch nie gesehen. Er hat es einfach mit der Nähe gekovertet, weil sie so riesig ist und so lange draußen war. Aber mit der, wo er super nah an der Kante stand und dann ist er kurz runtergefallen und ein Back-Gear gemacht. Ah, okay, ja, das ist auch... Das war super. Oh, okay, ja, die Nähe, er wollte sie wahrscheinlich in die andere Richtung hauen. Geld für Ego. Geld für Ego. Okay, und das... Oh mein Gott, dicker. Was für ein Tier, Alter. Ey, Weak-Bear into Strong-Bear, na klar. Wer braucht eine Paul-Kombo, wenn man eine Paul-Kombo machen kann, ganz ehrlich. Ey, Paul hat die besten Air-Deutsches der Welt, ich sag das. Das ist auch true, das ist auch true, Scheng. Oh mein Gott, wie kann man so dermaßen überleben? Da ist er wieder. Oh, der ist immer noch da. Da hinten springen müssen und down, ja. Ja. Okay, kriegst er noch extra, er kriegt kein extra Damage mehr, er donatet diesen Stock, er probiert nicht zu Edge-Garden. Mario ist es gerade um die Liegestütze auch gut geworden, aber das geht nicht so gut. Imagine, wir sehen in Top 6 einfach Liegestütze, das wäre so brutal. Musst du auch Zwischengames machen, na klar. Oh! Ja, okay, aber er war auf jeden Fall schon zu weit vorne, sodass er keinen Spike kriegt, aber Jesus Maria. Oh, was ist das? Deutsche Kinso, Alter. Ey, wir sagen in Berlin immer, dass Geldmann Deutsche Mango ist, auf jeden Fall, und ich finde das auch nicht verkehrt, weil er spielt sehr, sehr ähnlich. Oh, Ballack! Klasse! Oh, er probiert ihn mit den Tricks abzuholen, aber Marius ist mit allen Wassern gewaschen. Oh, klasse! Hey, super, toll, prima. Prima, ey. Dring in der Nubu. Oh! Okay, ja, Platform Cancel Bear, und das könnte ein Headcard sein, und er macht es mit der Bear, und das ist es. Ah, du hast ihn doch runtergeworfen. For good measure. Okay, Marius macht sich kurz Gedanken, sammelt sich, finde ich immer fair, wenn Leute zwischen Vlogs so sagen, so, ja, weiß ich nicht, Geldjunge würde sowas niemals machen, aber... Nein, Geldjunge sammelt sich... Aber Geldjunge hat auch ausgezeichnet bekommen. Ist einfach bereits gesammelt. Ausgezeichnet. Oh. Ich habe mich erinnert, ah ja, klar. Über diesen Joke habe ich schon mal gelacht, sehr nass. Oh! Oh! Oh, ja, und er klingt ihn runter, aber Marius ist auf der Plattform geblieben. Das ist ein guter SDR, glaube ich. Hier ist sein Alkohol viel halber als ein Rock. Voll, ich meine, Marius könnte das Game auch immer noch locker gewinnen, er ist sogar im Vorteil gerade. Oh, der grab... Dancing geht direkt rein mit dem... Dancing Queen. Oh! Oh, das ist... Okay, okay, okay. Ah, was ist das denn? Er geht für die ganz insaneen Moves, und ja, Marius hat, glaube ich, seinen Sprung zurück. Nee, hat er nicht... Hat er seinen Sprung wieder nicht zurück? Nee, hat er nicht, 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 hat er nicht. Igen! Holy shit, Marius mit der Recovery aus der Hölle! Nein! Absperrschaut auf Schild, natürlich. Natürlicher Nüchner. Oh, natürlicher Nüchner. Er probiert den Edge Cancel. Marius antizipiert den Edge Cancel, Geldjunge, kriegt ihn glücklicherweise nicht, und jetzt... Geldjunge, schild noch mal kurz im Moment, weil jetzt... Oh Gott! Oh, das ist es! Geldjunge holt das 2 zu 1. Mit dem Pop-Up. Du musst dir aufregen. Ach, du Scheiße. Let's go, Paule! Oh, das ist der Klassiker, Scharlobo gegen... Gegen Prenzlberg, ja. Scam this! Du... Geldjunge, einfach 2 zu 1 vorne. Mit Falko! Mit Falko! Ich glaube, ich brauche noch einen Namen für den einen Emote. Von... Ähm... Hier. Hier. Ja? Ähm... Von Frosting. Oh, oh, ja, 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 ja. Ich hab grad noch... Ich hab letztens ein Emote von... Das ist es! Du Scheiße, Mann! Ich hab letztens ein Emote von Geldmann reingebracht. Geldmann macht... Oh, wirklich? Ey, Chad, gebt mir eure Geldmann-Emotes. Berlin 13 W. Berlin 13 W, Alter. Berlin 13 Kombos. Die ganzen Südwest-Artsen sind alle gesackt. Geldmann und so, Alter. Ey, vielleicht wurde hier... Oh mein Gott! Geldmacker. Oh, Geldmacker. Das ist Geldmaschine und... Oh, yo! What the fuck? Er wurde barely touched, Decker. Er wird beerdigt, einfach. Geldmann, nachdem direkt bei der Roar aufhören hat. Ja, ohne Spaß. Scheißegal, es ist ein anderes Zettel. Es geht erst direkt weiter, Jungs. Spam this hilarious to help your marriage. Nice. Ach, du Scheiße. Wir haben das mal, als Konzi auf einem japanischen Turnier war, hab ich den Chat mal vollgespampt mit... Wir haben so ein Konzi-Emote in dem Berlin-Melee-Kanal und hab den Chat vollgespampt mit Spam this Ratze to support your answer. Okay. Das kam heute auch. Okay. Ja, das ist... Er hat doch richtig gerade gespielt gegen Amsa. Ja, naja, er hat ein Game gewonnen. Aber er ist Zweiter geworden, hat halt so ganz Japan upsetet, außer Amsa halt. War schon sehr sick von Konzi. Aber hier... Geldmann hat überhaupt keinen Bock, irgendwas abzugeben. Der ist so, das ist my to win und das ist... Gegen den muss ich jetzt spielen, Alter, was für eine Scheiße. Na, oder gegen Marius, wenn noch mehr Hilarious gespampt werden. Maxi hat keinen... Oh, der geht für die F-Smash und das könnte sein, aber er will, er will einfach auch... Wer hat das gespielt? Wer? Äh, Michael. 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 Okay, ich wusste, du kommst mit einem guten Pedder nach. Ich wusste, ich wusste, du kannst es liefern und da ist es. Spam this Schwamm to help Geld Mann. Oh. Und da haben wir zwei Stocks zu einem. Aber ist er noch nicht Strause? Marius, für Marius, ihr Tournament-Stock potenziell, wenn er sich hier nicht nochmal zusammenreißt und Geld, Junge, ja, er hat das Ruder in der Hand, sag ich mal. Aber gerudert sein will ja auch gelernt werden. Das ist, wie man Deutsch spricht. Ja. Das ist, wie man Deutsch spricht, den lassen die Dinge, die deutsche Menschen sagen. Okay, was anderes war. Der war noch nie bei Jedo, so. So, richtig. Oh. Der kickt Berlin verboten. Der Drift auf der Recovery, Alter. Und das könnte der Stock sein, wenn Marius die Backer kriegt. Er braucht die Backer nicht mal. Marius bleibt einfach hängen. Und ja, das Game ist wieder komplett even. Und es ist wieder alles offen. Wir sind totgleich. Oh, der totgleichste, Stefan. Der Geldmonster kann noch verlieren. Oh Gott. Oh shit. Oh mein Gott, Marius. Oh, das hat Bock am Ende. Ja. Ich weiß nicht, ob er auch die ganze Zeit war, aber jetzt ist er da. Aber. Oh, und Geldjung kriegt den Reed nicht. Mein Gott, ja, ich kenne ihn nur als Geldjung. Oh, das könnte die Abschmash sein und das könnte das. Oh, und das ist das Game. Wir gehen zu Game 5. Heißt doch, come back. Holy fuck, Alter. Let's go, Pauli. Nicht verarschen lassen. Let's go, Arsch. Nicht verpaulen lassen. Spam this Schwamm to support Geldmann. Let's go. Geldjunge. Okay, und wir gehen auf Yoshis, natürlich. Wo soll ein Game 5-Set enden, wenn ich auf Yoshi? Unartig-Story. Ja, Mann, stimmt. Wir haben Konzi auf Tröti. Konzi ist aber das Schild von Tröti. Tröti ist da, ne? Ja, Tröti ist da. Ja. Okay. Oh, und das könnte das Log sein und der ist es. Ach du Scheiße, Mann. Er war 10 Minuten zu früh für die Wolke. 10 Sekunden. 10 Minuten. 10 Minuten. Mein Set gegen Jan war vorhin so, wir haben so, ich glaube, es hat eine halbe Stunde gedauert oder so. Vier Games. Oh, Fobuki. Okay, und ja, Geldjunge, ziemlich im Bedrängnis. Mal gucken, ob er sich mit einer sicken Combo wieder zurück ins Game kämpfen kann, aber Marius hat auf jeden Fall gerade die Zügel in der Hand. Und ja, Shield-Grab, ja. Geldjunge macht die Down-Air zu früh und wird dann geshield-grabbed von Marius. Das passiert schon die ganze Zeit, dass Geldjunge so ungefähr, äh, ja, ungefährliche Ares. Was für ein Angle! Sorry. Ja, Marius ist halt so gut mit der Center Position. Okay, und da kommt er auch, kriegt er auch kein, kriegt er keinen Edgeguard daraus, nee. Marius lässt sich einfach nicht töten gerade und es kostet... Oh, und mit der Forward, ja. Pumped-up-Kick-Sticker. Ah, das muss es sein. Da ist es. Seit so 50 Sekunden, das, was Marius jene, macht sich nicht töten lassen. Er hat gefühlt, der Geldvogel macht tatsächlich was. Und Marius lässt sich nicht töten. Ja, aber jetzt ist nur noch eine sicke Paule-Kombo kommen. Da ist sie vielleicht. Zum Beispiel diese. Oh! 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 Oh, das war so ein guter Train, weil... Jonas, mit Zeichen Clip! Ausrufezeichen Clip! Ach du Scheiße. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das geplant war, aber es war insane. Das war wirklich Insanity. Aber Marius wieder am Drücker. Ich meine, er hat... Also Geldjunger hat das dann halt ausgeglichen und Marius ist jetzt wieder am Drücker. Also, ne? Es darf nicht zu wütend werden. Oh, vorsichtig. Oh ja. Oh Gott. Und ja, kriegt den Amster-Technik, ist an der Stelle auch fast unmöglich. Und drei Prozent gepresst. Tournament Stock. Tournament Stock für Geldjunger jetzt. Wir hatten das im letzten Game so, dass es umgekehrt war. Und jetzt, ja, Marius, wie gesagt... Ich habe das Gefühl, dass wir es doch nicht entsprechen, dass wir das Game gelaufen sind bisher. Marius komplett in Modus. Das steht, was man fühlen würde. Und das kann nicht... Oh, what? Okay, Südwest-Letsch-Session, das müsste es dann eigentlich sein. Oh, die Wolke, no! Okay, wenn er es jetzt gewinnt, dann wegen Randall, dann wegen Samu. Komm, Flyer Minita. Comeback. Comeback. Comeback, Sopo. Oh, das ist es. Und Marius klatscht es 3 zu 2. Unmögliche Comeback war dann doch zu unmöglich. Winners-Final war auch sehr, sehr sad, weil es war wirklich ganz richtig gemacht. Ja, Winners-Final. Jetzt Winners-Final. Winners-Final-Hype. Ja, Konzi gegen Niki. Tja, dann geht's hier wohl los. Deutsche Rigs, oh mein Gott, du Mann. Dancing geht direkt rein mit einem O. Grand-Final-Hype. Ich verstehe nicht, was das war. Meine Lieblingsstelle ist wirklich, und Kevin weiß, Kevin sagt immer, dass er sich an den Abend niemals erinnert. Er weiß nicht, was an dem Abend passiert ist. Wie viel war es, dass er getrunken hat? Weil er saß ja hinter uns. Ach, echt? Ja, ja, Kevin war ja auch dabei. Und Kevin ruft an einer Stelle bei diesem Clip, Kevin an einer Stelle rein. Im Arsch! Und er weiß einfach nicht. Und er weiß nicht, dass er im Arsch gerufen hat und dass er überhaupt daneben saß. Im Arsch! Ey, das sind wir, wir haben jetzt den Kommentator-Can. Was geht ab? Das ist, äh, your boy, LFRZ-808. And it's, your boy. Ich hab noch nie gegen dich Netflix gespielt. Was ist dein Ding? B-LNB 187? Natürlich! Stimmt. Du hast schon gegen mich... Hä, wir haben Banger-Liga gespielt. Na klar. Aber das gefühlt schon Jahre her. Ja. Wir haben kein Bier mehr. Wir haben nur noch... Haben wir nicht noch eine zweite Kiste? Ne, ich bin ja keine Kiste. Ach so. Ähm, wir hätten uns hier noch so einen halben Kasten für die Heide Hotel, um die Suche frei zu machen. Da können wir den halben Kasten dann noch entnehmen. Okay. Ansonsten, äh, wird unsere Bier so klar sein. Oh, wie das wackelt da hinten. Ja. Äh, äh, da drunter ist, ähm, die... Äh, hast du Heide gerade instruiert, das aufzumachen? Okay, alles klar. Weil sonst, ich dachte jetzt gerade, ich mach das, aber... Nee, da ist schon jemand am Berg. Dennis, wer hat denn da durchs Bein gerutscht? Maxi hat mich 3-0. Er hat mich gefickt. Das Problem ist, dass unter der Leinwand die... Ich wurde heute einfach von Maxi und Marius so komplett gemütet, Alter. Er hat uns auch gehört, dass sie hier irgendwann gegen dich darf, aber... Ja, nee, nee. Du hast dich leider ein bisschen Comeback gelassen. Er ist ein Heimlos. Aber nice... Heimlos. Also gut. Warum denn alles klasse? Der Chat würde mich... Er klort sich manchmal noch so richtig rein. Ich wollte es auch zurück. Was ist das? Ja. Game 4. Ja. Wir hätten das nicht mehr. Ja, das war's crazy. Ich hab schon, Game 4, hab ich schon gesagt, oh, es ist jetzt wohl gegen Geld. So, dann konntest du dir noch zu tun, dann geh ich mal eine Rauche. Ja, dann. Naja. Ja, weißt du, Michael, da sag ich einfach... Da sag ich einfach gar nichts so. Da sag ich, bis zu Unte, bis zu Obbe. Wenn's nicht regnet, gibt's kein Robbe. Ganz klar. Und jetzt geht's weiter mit Nikis verrückten Mario Party Minispiel, wo er jeden Charakter einmal spielen muss. Oder so in der Art. Er hat gesagt, er spielt in jedem Set nicht zweimal denselben Charakter. Oh, nice. Alle. K17 im Chat. Und er kriegt einfach nicht genug von uns. Geht nach Hause, ist direkt wieder hier. Nice. Ja, Niki macht quasi Iron Man jetzt. Das ist auch erhustig. Er spielt, äh... Jedes Game einen anderen Charakter. Wirklich? Ja. Er hat gemeint, er will auch Peach probieren gegen Konzi. Peach? Ja. Und Niki hat schon ne crazy gute Peach. Braucht zu rauchen. Ja, I know. Ja, ich bin hier mit, äh, mit E-Boys streamen. Was geht ab? Was sagst du zu diesem letzten Set? Das Set ist nicht gewinnen dürfen. Ja, also... Ich wurde eigentlich nur gebobbt. Oh, naja. Manchmal ist es so. Ich finde halt, es ist what it is. Manchmal denkst du dir, boah, ich will nicht verlieren und dann claust du dich nochmal so richtig rein. Ja, ich krieg immer noch nen Second Wind manchmal. Und dann will dann... Das war dein Chance übrigens. Spam this hilarious to help your Marius. Damn, ihr habt mir wirklich geholfen. Das war so funny. Ich hab bekommen, äh, so Katzen-Emojis. Spam this Katzi to help your Maxi. Das ist so geil. Ich will irgendwie nochmal durchsetzen, dass man mich Maru nennt anstatt Marius, aber es wird wahrscheinlich nichts mehr. Marius. Marius oder Marius? Was findest du besser? Oder Maru? Maru. Ja, wenn du der ausdrücken müsstest. Zwischen Marius und Marius. Das ist mir gleich. Okay, by the way, what the fuck? Das ist eine Schiek. Von Käpt'n Niki. Michint das schon? Ne. Oh, aber was? Ich hab das Gefühl, ich sehe irgendwie Luma gerade vor mir. Ist das schon das Spiel? I don't know. Ich glaub nicht. Ich glaub schon. Die spielen's ernst. Ich glaub, es ist ernst. Nein, die quatschen die ganze Zeit. Ja, das ist... Das ist... Das ist... Game 1. Nicht ernst, by the way. Bei Marius hast du da leider aber nix. Gibt's da nicht auch noch irgendwie ein japanisches Wort, was sich auf Maru reimt? Was irgendwie ein Tier ist oder so? Haru. Oh, kann das kein Kari. Ja, konziell hat mir gezeigt, wie man das Kanji schreibt. Also Maru, das benutze ich jetzt immer als Tag. Das ist eigentlich ganz funny. Ach, das ist dieses Tag immer. Das heißt Maru. Aber nicht. Weil ich will immer Low Lettercase Maru haben. Aber das gibt's ja nicht. Oh, mein Gott. Das nervt mich. Ah, oder das Katana. Ich kenne das Katana. Das Katana. Ist das aber bei Konzi auch im Sankt Sommer? Ja. Das ist der Bieröffner. Weebs. Farsek hier mit der einzigen, die richtigen Meinung entscheiden. Korne Weebs. Korne Weebs. Sorge mal, wer war das mit den Weebs? Weebs, GTF. Ja, mal schauen, ob Niki das Pipsqueak-Tutorial sich angeguckt hat, wie man Captain Falcon guardet. Das wäre natürlich sehr nützlich hier. Das kam gestern raus. Das kam gestern raus. Und läuft ganz gut. Ja, ja, ja. Er ist halt so ein bisschen, er ist halt der Solid Fundamentals Man, wie Käse ganz gerne sagt. Und da brauchst du nicht unbedingt jeden Charakter tausend Stunden gegrindet haben. Sondern er hat einfach so ein gutes Spielverständnis und ist so gut darin, sich anzugucken, was sein Gegner macht, dass er einfach jeden Charakter als sein Tool nehmen kann. Ja, ich muss ja auch an Käse denken, weil Käse wurde so hart zerstört eigentlich. Von wem? Von Consti. Von letztem Mal, als ich... Stimmt, ja, good point. Good point. Eigentlich ist Consti kein Slouch in dem Match-Up, aber es ist gerade ein bisschen rough. Hat jeden Charakter 100 Stunden gegründet, machen wir es nächstes Mal. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass er das erste Mal so schick kriegt. Das ist trotzdem fascinating. Wie man jeden Charakter picken kann, einfach alles zu gut. Ja, das ist nice. Ja, Shik war vorhin der Charakter, gegen den es für mich am closesten war. Da habe ich eigentlich auch fast gewonnen, wenn ich nicht aus Versehen den Schein auf die falsche Seite getroffen hätte. Ich schwöre, die Schein-Backer hätte connected. Die Scheine... Okay, okay, das ist das Game. By the way, Sarek, ich liebe das Spam, das Haru, du hörst mir mal gut. Das finde ich auch sehr spannend. Hast du schon Stand ist Katzi, zum Beispiel von Maxi gesehen? Oh, das ist Flacco. Stand ist hilarious. Es ist Flacco. Ja, hilarious. Ja, ist auch ganz cool. Wird aber generell aus. Das hast du im Endeffekt. Ja. Ich habe eine super dolle Links-Rechts-Schwäche, Michael. Ich kann das nicht. Weißt du, vorhin hast du gesagt, gib mir mal aus dem rechten. Ja, du hast noch Links-Rechts-Schwäche. Ja, also ich habe noch Links-Rechts-Schwäche und dann, ja. Aber ich habe auf jeden Fall Respekt für Menschen, die das haben, weil meine Family hat das auch. Das ist immer super lustig, wenn ich mit meinem Onkel damals im Auto saß und man fragt, wo soll ich abbiegen und er hat dann nach rechts gezeigt und gesagt Links. Ja, das mache ich ständig, weil ich schon auch eher wie Gaffel bin. Man muss sich jetzt die eine Situation vor allem mal fragen, ob es ein Problem war, weil ich Fahrschule und da war es einfach kein Problem. Also ich hatte nie bei der Prüfung oder bei der Fahrschule ein Problem, schon von mir geht es nicht. Konsti, ich bin nicht wütend, wenn man kann so viel wütend sein. Konsti, sei wütender. Das ist wirklich so, Mann. Wenn Konsti wütender ist, bin ich die beste Zeit. Das ist Bullshit. Was geht ab, Chat? Hey, Big Dance. Ey, ist das erstaunlich, dass Konsti besser gegen Falco gerade klarkommt als gegen Sheik? Das hätte ich auch nicht gedacht. Das hätte ich tatsächlich schon gedacht. Echt, ja? Weiß nicht. Also ich finde es halt sehr viel leichter als Sheik, also wenn du nicht Sheik mainst, das Matchup zu spielen, versus wenn du nicht Falco mainst, das Matchup zu spielen. Weißt du, wie ich meine? Wenn du nicht Falco mainst, ist das Matchup schon tricky gegen gute Falcons. Spiel das auch noch dazwischen am besten. Achso, ich habe es gar nicht gehört. Ich kommentiere nicht, ich kommentiere den Chat. Ich dachte, Heide redet einmal mit Dennis. Aber ja, das Matchup ist als Falco ein bisschen tricky gegen gute Falcons, finde ich. Da hat er noch so ein paar Hälter eingehen, aber da kommst du so hin. Ich spiele jetzt, glaube ich. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, schön. So Konsti geduldig. Dieser Deck im Preis auch schnappt, das ist aber so, was nicht alle Falcons machen. Manche Falcons sagen, dann gehe ich eins auf und dann wird so schön gescheitert. Ich habe noch niemand anderen Falcons spielen sehen als Falcons. Fun fact. Fun fact. Hast du Michele nicht spielen? Nein. Ich fühl mich halt immer, immer. Hey, das könnte es sein. Erdotsch? Das war stark. Oh, das ist kein... Er hat einen Jump. Oh. Nicky verpasst du mal ein Fahrt. Oh, Mutige im Sidebie da. Oh, das könnte es besser einzuschauen. Oh, das war's. Warme Mühe. Nice. Das ist echt rough. Game two. Game two. Sorry. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber Konsti lässt sich nicht... Oh, welche Karate? Ja, wir sind eins, eins. Unten steht es. Er bleibt Falco, ja. Und es steht unten, weil Jonas das einfach absolut groß eingerichtet hat mit richtigem Charakter und... Oh, no, Ice. Oh, wie Ice. Okay. Ja, da hat er keine Chance. Da Konsti macht ein bisschen eine Grudge, weil er das letzte Mal die Idee ist. Niki hat noch nie als Ice Climbers ein Set verloren übrigens. Das stimmt. Noch nie. Wirklich nicht. Gar nicht. Nein, grundsätzlich. Auch nicht auf... Konati Smash? Auch nicht auf Smash Ladder damals oder in Hannover oder... Sein Ice Climbers unbesiegt einfach. Konsti macht so... Er hat gerade Notepad Mutual gern abgefragt und es dann rausgerollt, weil Niki nicht ready war. Meint ihr, die sehr, sehr miese Stimmung hier im Raum? Wie? Bin ich im Niki daran? Das ist so, äh, so eklig. Achso, ja, ja, ja. Ich dachte, die Stimmung hier... Oh, schön abgewartet. Das war super clever. Oh, das war fies. Jeder andere hätte da einfach irgendeinen Move gemacht. Oh, das war aber sehr stark. Oh, krass. Ja. Nee, ich glaub der... Ich glaub der... Oh, das war langsam. Ich glaube noch ein paar mal kann er es nicht machen. Oh, wow. Das war so gut. Ja, so müsste das doch sein. Alter, Vicky ist auch konsistent dann so, ne? Ey, ich finde Soko, äh, vielleicht ein bisschen ein Hot Take, aber ich finde Soko so high. Ich seh Soko super gerne. Ja, auf jeden. Ich liebe das. Weil der so fucking schnell ist. Ja, ja, sick. Das war wirklich Spaß, das zu sehen. Ja, fast voller Sees. Und dann hat so diese... Oh, und das ist Nada. Oh nein, noch nicht. Oh, doch schon. Doch schon, das ist ziemlich eindeutig. Das ist halt noch mal die Runde mit dem Motiv. Nie, war da halt so... Ja, 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 ja. Habe ich auch gedacht, aber... Ich glaub Nick hat sich der bewusst dagegen entschieden worden. Aber jetzt mal ganz kurz... Wenn ich bisher... Ich konnte gegen Nick ja spielen sehen, war das gerade deutlich weniger ausgeglichen. Und ich weiß nicht, ob ich vielleicht mal schlechte Spiele gesehen habe, aber das hier ist gerade ein bisschen ausgeglichen, außer sonst ich habe das Gefühl, da kann was sein. Ich meine, jetzt gerade hat Consti einen Stock vor Nicky. Ungewöhnlich. Und normalerweise spielt Nicky aus der Main und bla bla bla. Okay, das muss der Stock sein. Super nah an der Welt. Aber ja, stimmt das schon zu, ja. Oh, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Danke, 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 danke. Das ist sehr viel ausgeglichener als normalerweise. Ja. Wenn Nicky Pop spielt, dann wäre Consti vielleicht auch schon ein paar zwei Mal geleistet. Ja, wahrscheinlich wäre auch was anderes, ja. Ich meine, Nicky ist ein... Aber ich habe heute ein paar Friendlies gegeneinander gespielt, und dann hat Nicky sich deswegen seine Strategie geeinertet. Das könnte ja auch sein. Nein, wir wissen es nicht. Die haben eigentlich Friendlies gegeneinander gespielt. Das war schade eigentlich. Ich finde, Nana ist ein bisschen leichter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Crouch-Cancel-Dash-Grab. Oh mein Gott, das war perfekt. Ja, das war schon. Wow. Da ist der Crouch-Cancel-Dash-Grab. Da ist der Krouch-Cancel-Dash-Grab. Da ist der Krouch-Cancel-Dash-Grab. Und das war... Oh mein Gott, aus der Bear. Sie wirft nach vorne. Aus der Auto-Cancel-Bear. Nana. einfach gar kein bock mehr. Und das was? Niki hat gerade drei Staffs hintereinander geschickt. Ja. Weißt du was? Ich weiß es auch nicht, aber ich schätze, dass Pongsi ein bisschen zu dem mit dem Flashback rein. Sehen halt voll auf den Grabs reinfallen. Weißt du? Am Anfang war es wesentlich besser, da hat er aber auch besser beide gesplittet. Das ist auch schwer, Tobias auf Ness. Jetzt geht er auf Finals. Er hat gemeint, er will auch Peach probieren in dem Matchup. Ich bin gespannt. Oh, die Puff. Seine Puff ist ridiculous. Ich habe noch nie den Puff gesehen, außer in Clips auf Twitter. Nein, nein, seine Puff ist ridiculous. Mal sehen, ob sie noch mal ein paar Clips schickt. Oh, aber Koda, das wird die Clips schon schicken. Kodsi hat sich schon abgabend über den Matchup gewonnen. Er hat sich über jedes andere Matchup auf. Außer war das Beatswender, wahrscheinlich. Ja, weil er das einmal gewinnt. Ja, aber er hat auch schon mit Kassi und Pelner verloren. Also ich finde persönlich das Matchup sehr schwer als Puff. So, wenn du nicht weißt, was du tust, finde ich es sehr, sehr schwierig. Und ich wusste nie, was ich tue in dem Matchup. Deswegen bin ich mal gespannt, wie Licky das angeht. Ich kann mir vorstellen, dass er hier komplett zerstört wird. Licky ist aber auch so ein klassischer Lerner. Der kommt also so im Spiel zu den ersten. Den kriegt man mal ganz, dann denkt man sich so, hoi, was geht denn jetzt? Und dann so drei und vier sind immer so völlig überlegen. So hat man überhaupt keine Chance mehr. Man zieht nichts. Oh, das könnte es sein. Das ist der Technik für jeden Fall sehr, sehr stark. Also er ist auch so, die Art Spieler. Er will sich sozusagen offen zu halten, wie es angeht. Und er reagiert immer darauf, hier zu lesen, was die Begehörigkeiten vom Gegner sind und so was. Und das ist so gegen jemand wie Konzi dann ganz so leicht, weil der halt sehr wichtig spielt. Konzi macht das auch mehr so. Also der guckt auch näher, was er macht. Er hat halt keinen Wicke, nicht gelb, sondern er spielt sehr, sehr glücklich und er ist sehr gut darin, schnell zu nerven, auch Sachen zu passieren. Das ist halt eine große Stärke, die Klasse hat. Bei Niki ist es mehr so, er ist ja strategisch an dem Feld. Also nicht, dass Niki im Moment so strategisch ist. Er ist halt so, okay, ich bin hier dazu, in der Situation das und das zu machen. Und dann hat Niki, denkt sich Niki eine Antwort dafür aus. Und dann hat er die Antwort am Ende des Tages auch parat, in den meisten Fällen. Wie gerade in dem Ice-Climbers-Match gesehen. Und Konsti, wie gesagt... Er muss ein bisschen mehr Proucher-View in diesem Match haben. Also in dieser Area lässt sich sehr viel treffen. Spam this Miki to help out, Niki. Also er lässt sich einfach sehr viel, die ganze Zeit treffen. Aber es ist, wie gesagt, ich finde das Match schon ultra schwer. Ich finde es einfach sehr, sehr komisch. Wenn ich Wizrobe gegen H-Box sehe, die Sets, die Wizrobe gewinnen, denke ich mir immer so, Hä? Was soll Papp machen? Also... Sieht irgendwie... Sieht irgendwie unmöglich. Ich finde, das Commentary ist wieder sehr und freut mich sehr zurück, weil ich finde, der macht das extremst gut und informativ. Und ich fühle mich gerade selber so ein bisschen gecommentaried. Bei euch, sozusagen. Das ist doch super heiß. Glaubt ihr was? Was nimmt jetzt Niki? Wir gehen zu Game 5. Niki bleibt vielleicht cheap. Peach. Ich denke Peach. Ich glaube, er geht auf Fox. Er hat einfach keinen Bock mehr. Er darf auf jeden Fall keinen nehmen, den er schon gebrochen hat. Er hat FD schon gepickt. Deswegen ist Peach vielleicht nicht die beste Wahl. Also dann halt FOD, aber... Vielleicht nimmt er einfach Fox. Ich sage, er nimmt Fox. Er hat keinen Bock mehr. Er hätte noch einen Mav vielleicht im Angebot. Er nimmt Pikachu! Okay. Hä? Gibt denn du? Mekko, der ist einfach... Konsti ist hoffentlich nicht so abgefuckt davon, dass Niki mit ihm sein kleines Spiel spielt. Ist es Kirby? Hey, frag Joshua David Moses. Das Matchup ist unmöglich, den Falken zu gewinnen. Hat er random gewählt? Oder er hat random gewählt? Safe. 15-50. Mhm. Donkey Kong? Ach Quatsch. Nein. Er versucht random zu wählen, aber er will nicht random wählen. Nein, nicht mal. Don't go. Du kannst random wählen. Wer hat's gesagt? Konsti hat ihm zu verstehen gegeben, dass er es scheiße findet. Ich hab noch nichts entschieden. Was hast du gekauft? Dass er Fox nimmt. Ach so. Noch ist nichts entschieden. Noch ist hier gar nichts entschieden. Geppi! Geppi! Samus! Marv. Marv. Und wir gehen auf F&D. Okay, also er hat sich sozusagen die zweitschlechteste Falcon Stage abgesehen von FD in vielen Matchups ausgesucht, weil FD halt nicht mehr zur Verfügung kommt. Aber... Aber ich trau ihm alles zu natürlich. Es ist 2-2, das ist das, was Niki gewinnen muss. Oh, was? Wenn Niki das noch getroffen hätte, weil er ja auch übercharged hat und Konsti auch reingegangen ist. Aber er wollte halt... Ich glaube, er... Oh! Und das könnte... Oh no! Ja! Ja! Konsti ein bisschen zu später Fastball für das nicht. Bisschen zu happy, dass es geklappt hat. Er soll den blauen Luigi nehmen. Absmaschen kann nur Robin. Natürlich, da sind wir hier mit dem Südwest-Chat. Da wird natürlich Skyrobin nochmal erwähnt, keine Frage. Erklärt mich auf als absolute Nuberin. Es gibt in Hessen... Ich glaube, es ist Hessens Skyrobin, ne? Ja. Da gibt's halt einen, so'n Mav-Spieler, der die ganze Zeit einfach nur absmasht. Und... Ne, das nicht. Aber er macht manchmal ausüseht absmashen und tut die Combo das immer in den Tipper. Okay. Ah, nice. Das ist die Robin-Combos. What?! Er ist einfach dran vorbeigeschlemmert. I've got dirt! Oh, Robin ist Bavü. Bavü, okay. Sorry, du Mann. Wir wollten dir deinen Robin nicht wegnehmen. Das könnte ne Down-Air sein, aber ja, okay. Es ist eben doch nicht Arthur, der hier an den Combo's sich versucht, sondern es ist am Ende des Tages... Die machen das echt gut. Die spielen sehr, sehr gut. Das wäre ein Blow-Out, aber... Aber wer ist es nicht? Natürlich, Ida. Aha. Kann man sehr schnell mal einfach sterben, wenn man da geforst wird? Oh, kein Job? Wer war das? War das denn du? War das auch? Keine Tipps, Herr Rufner. Ich könnte dich auch decue'n jetzt an der Stelle. Das sage ich ganz ehrlich. Oh, aber ja, okay. Konzi kommt ein bisschen von der Top-Plattform runter, weil er ist weiterhin im Punish von Niki, ja. Das ist halt ne schwierige Situation. Das ist nicht schlecht, die Stage dann halt für Niki. Wenn Konzi auf der Top-Plattform ist, die relativ hoch ist und du willst eigentlich nicht übermacht sein. Wenn du dann übermacht bist und dann bist du auf der Top-Plattform gefangen, dann musst du dich erstmal wieder runterfinden. Ich sag' es, Konzi kommt nicht mehr so richtig rein, ne? Ja. Hier ist er, wenn er reich kommt, dann wird er endlich gesurft und dann... Der wird ausgepeitscht. Oh, und das könnte es schon bald... Oh, das sieht nicht gut aus gerade. Das war's. Das ist dann noch in den Tipper reingedriftet. Aber ja, Konzi könnte hier an der Stelle ne Kombo kriegen. Und wir sind in Game 5... Top-Mass noch mal so clever. ...of 5... ...in Winners... Was hast du denn gesagt? Final. Winners Final ist das schon. Top 3. Und ich meine, dass es schon wichtig ist. Oh, was ist das? Und genau so verhält sich Konzi auch. Oh, Konzi. Wow. Okay, beide gerettet, beide gerettet. Da kann man gar nichts sagen. Aber die Awareness von Konzi, dass er noch ganz knapp auf die Stage kommen konnte. Oh, Down tilt? Das muss es sein? Na, das ist... Au. Nein. Konzi kommt zurück. Irgendwie lässt ihm Niki dann doch noch mal noch ein bisschen was. Und Konzi hat auch noch Bobs. Das ist gefährlich. Konzi doch mal einen Drücker lässt. Das ist gefährlich. Ja. Ich hab Konzi schon Kombos machen sehen. Da war Niki noch gar nicht in Berlin. Da müssen wir mal gucken, ob man das hier vielleicht hinbekommt. Aber Niki ist natürlich auch... Konzi, das hat eben auch schon bei 170... Niki muss nicht mehr so viel machen, ne? Das ist aber auch manchmal eklig für Marv. Für Marv ist das eklig, hab ich gelernt. Das hab ich mittlerweile gelernt, weil der besser ist, wenn derjenige nicht so weit fliegt. Wie motivieren wir uns in die Zukunft? Ja. Rollback Rumble. Oh no! Der Downshift von ganz oben und es muss es sein. Und dann holt Niki Gameflue. Aber drei von fünf. Out of all people. Ey, und Niki ist den kompletten Charakter-Roster durchrotiert. Und hat's geschafft, Konzi zu überwinden. Diese schier unüberwindliche Hürde. Für mich. Für sonst hier niemand. Ich bin der Einzige, der immer gegen Konzi verliert. Aber ja. Loser Semis. Maxi gegen Marius. Maxi gegen Marius. Das WG off. Es geht hier darum, wer morgen zuerst in die Dusche darf. Maxi gegen Marius ist nicht nur das WG off. Das ist tatsächlich ein Replay des Best-Set. Stimmt. Sie haben das beste Set der Saison gespielt. Das beste Set der 100 letzten Spiele. Das war so schön. Game 9. Ja. Ich hab gelitten und mich gefreut. Das war wirklich schön. Cheers. Auf Leiden und Freunden. Auf Leiden und Freunden. Auf Leiden und Heiden. Auf Leiden und Freunden. Oh mein Gott. Das ist der Repeat. Das ist... Wir spielen hier noch ein Repeat. Repeat of best match. Best Set. Hast du gehört? Krieg ich einfach meinen eigenen Stuhl? Ist es soweit? Wir sind soweit. Der hattest du nicht die ganze Zeit freier Stuhl. Sogar zwei. Nein, der war nicht frei. Der war bis eben nicht frei, weil diese zwei Kollegen auf diesen zwei Stuhlen saßen. Ja. Aber danke Kosti. Und mein Hintern war Breaking. Einsam? Einsam. Einsam. Meiner war... Okay. Das war's. Mir ging's ganz gut dabei, Dennis. Danke, dass du nachfragst. Nein, ich wollte Heiß sagen. Aber ich dachte mir... Habt ihr schon Anja 1, 2, 3? Das wolltest du sagen? Ja, das war's. Krass. Ja. Wegen Heiß und Breaking? Natürlich. Warte mal. Oben. Ja. Achso, man muss noch so machen. Oh. Ja, hat das noch jemand... Es ist... Ja, Poster übrigens. Okay. Jetzt haben wir's. Spam this can't you to help your Maxi. That's it. Spam this hilarious... Wir haben vorhin... Hat Duman drin gemacht... Äh, im Chat... In den Chat gehauen. Spam this hilarious to help out Marius. Und da war halt dieser weinende Lachsmiley. Nein. Ey, Digga. Und es gibt noch Spam this Haru to help your Maxi. Generell... Ich sag, es gibt, glaube ich, keine Sache, die ich mehr mag, als... Meine lieben Freunde und Mitbewohner gegeneinander Kämpfe zu sehen. Weil einer muss verlieren von den beiden. Das finde ich gut. Und du findest... Du findest es immer gut, wenn einer von den beiden verliert? Ja. Okay, alles klar. Wenn beide verlieren, ist es noch besser. Für Consti ist es eine Win-Win-Situation, weil einer wird verlieren. Ja. Okay, Freunde. Und auch Weep-Tag ist auch eine Message auf jeden Fall. Ja. Maxi hat Weep-Tag gemacht, weil Marius so japanische Zeichen hat. Ja, ja. Da steht Mahu. Wirklich? Ja. Marius hat sich vor so zwei Wochen... Wie schreibt man Mahu auf japanisch? Dann hab ich es ihm geschrieben und dann hat er es eingespeichert. Ah. Und jetzt ist das dein Tag. Nice. Und Mahu ist sehr cool, weil laut Consti heißt das Kreis. Ich zitiere gerade Marius. Das stimmt natürlich auch. Nice. Laut Kreis ist natürlich auch eine geometrische Form, aber da kann man sich orientieren. Das hat auch für andere Bedeutungen. Aber ich fand Mama am cutest. Let's go. Mama. Ich nenn ihn mal Mama. Mama, weißt du das? Mama heißt auf japanisch? Na los. So la la. Okay, das ist ein bisschen weirdchamp dann. Andererseits. Das heißt auch korrekt, ja. Aber es heißt auch Kreis, weil du sagst bei Kreis immer so korrekt. Ah. Das ist schon mal so... Hab ich wahrscheinlich noch nicht. Was auch immer du. Nein, wahrscheinlich nicht. Nein. Bin in japanischer Kultur nicht mehr bewandert. So Quizgames. Richtig häufen sich diesen Kreis als so richtig. Ah. Ja. Wir haben das Replay des Best Sets der letzten 100 Jedus. Es hätte auch gar nicht anders laufen können. Also... Oder es sind die gleichen Farben. Es ist das gleiche. Es ist alles wieder wie früher. Ich glaube, das Einzige, was ein bisschen sauer macht, ist, dass Nicky da ist. Und dass ich da bin. Weil... Aber wenn ihr nicht da wärt, wäre das Turnier vorbei. Obwohl... Wenn ihr aber auch da seid. Aber andererseits... Wenn ihr nicht da wärt, dann hätten wir den ganzen Abend nur Füchse gesehen. Und ich meine, das kann wirklich niemand wollen. Das stimmt. Aber Dennis wäre ja auch da gewesen. Stop. Unruly mention für Dennis mit Peach. Dennis mit Peach. Wir brauchen nicht über mich heute reden, ist okay. Ich hatte so gehofft, dass er jetzt einen Schein noch raus holt da. Der Marius. Mal wieder. Okay. Ähm... Freunde, euch begleiten hier am Mikrofon die beiden Sterni-Mann-Award-Träger. Heide und ich. Und natürlich auch... Und natürlich auch... Einheit hat dieses koreanische... Äh... Kay... Wie... Ich hab... Ich hab das Baby-Herz gemacht. Auf den... Das Baby-Herz. Weil die können nicht mit zwei Händen ein Herz machen. Die brauchen eine Hand. Das ist doch ein Korean-Herz. Wartet. Wartet. Was? Auch am Kommentar haben wir nicht nur... Losers Final, Resident und... Äh... König von Deutschland. Sondern auch den Patriarchen dieser WG. Konstantin. Oh mein Gott. Ich habe gegen Niki verloren. Hat man's gesehen? Nein. Mann! Das wird toll. Okay. Jetzt wird wieder abgewebt. Jetzt wird... Jetzt... Jetzt... Zu hoch. Zu hoch. Zu hoch. Zu hoch. Zu hoch. Niedriger. Da sind wir. Und wir sehen... Leider nicht so richtig viel. Ich... Ich sehe dieses Set und ärgere mich, dass ich gegen beide verloren habe, weil... Was die da gerade abziehen, das kannst du keinem erzählen. Das hättest du niemandem erzählen können. Mann, Mann, Mann. Gegen wen spielt der Gewinner hier vor? Warte mal, Jonas. Es gibt... Es gibt das Logo als Maske. Ich hätte alles dafür gegeben, das als Maske zu haben. Es gibt, glaube ich, einen Spreadshirt-Shop, wo du's bestellen kannst. Das Berlin-Smash-Logo? Ja. Das Berlin-Smash-Logo. Und als Maske? Das kannst du doch nicht auf jeden Fall tragen. Freunde! Ich meine, als Datei in einem Dokument. Ah, so. Okay. Ich habe ein Bild genommen und ich musste es einfügen. Ich habe noch den Stempel gebaut. Und da kommt also Berlin-Smash drinnen vor. Ich habe eine Vektor-Masch. Ja! Das hätt ich haben wollen! Jonas, die Vektor-Grappe hätt ich haben wollen. Ja. Dein Maul... Oh mein Gott, Dommer, Alter. Was bist du für ein Schwein? Komm hier nicht mit deinem Vision-Commentary-Account, Alter. Dommer hat die ganze Zeit für dich gerootet. Der tut jetzt nur so hart, weil du jetzt gerade hier vom Commentary sitzt. Ja, ja. Du komm mal nach Berlin, Dommer. Ich habe noch nicht einmal in meinem Leben mein Match gegen dich verloren, mein Freund. Dommer waren nie in Berlin eigentlich. Niemand hatte ich hier jemals gesehen. True. Anyway. Game 2. Am ersten Match hat Maxi komplett abgewichst. Es war ein Freestock. Wir haben es alle gesehen. Wir haben nur nicht so richtig viel darüber gesprochen. Mario ist gewonnen? Du kannst ihn eventuell ein bisschen warm anziehen. Und das ist die Back-Air. Marius Edge Guarded-In-Spiel. Solid in diesem ersten Stockwerk. Maxi ist natürlich viel, viel, viel besser, wenn er richtig in der Woche hat. Die machen nichts zu töten. Du nicht. Da wurde fett im Matrix abgedämmt. Tatsächlich spiele ich wieder ganz gut, wenn Leute wütend sind. Ja, ja. Also mit so einem Smug-Shit-Pacing-Grünspiel. Ja, Mann. Oh mein Gott. Triple Upsmash in Playsticker. Marius ist einfach in seinem Schäden. Aber vielleicht kommt Maxi gar nicht so weit. Es scheint erstmal so, als hätte Marius hier... Das glaube ich nicht. Ich glaube, Maxi hat nur kurz seinen Track verloren. Aber Maxi war bis jetzt immer im ersten Spiel schlechter und dann wieder besser. Oh mein Gott. Hey, Domme, get fucked einfach von Jonas am Kommentar. Aber Leute, erinnert euch, welches Set wir hier gerade replayen. Und das war einfach 5 zu... Also das war dieses 5-Game-Set. Ja, 9-Game-Set. Das war ein Grand-Final. Jedenfalls hat Marius 2 gewonnen. Dann kam Maxi mit seinem ersten und ab denen hat Maxi nur noch gewonnen. Also ich meine, wir haben hier einen langen Abend vor uns. Leute, Maxi-Fans, ich glaube, ihr braucht heute wirklich ein paar Cutsis. Wir brauchen ein paar Cutsis im Chat, keine Frage. Keiner hat mir zugehört. Natürlich, natürlich. Doch, weil einfach Marius die ersten 2 Spiele letztes Mal gewonnen hat. Da hat Maxi alle 3 danach gewonnen. Von daher chill. Ja, they can both fuck each other up. Oh mein Gott, es wird Dash gedankt. Die waren in einer anderen Dimension. Kann Maxi hier raus noch ein Comeback machen? Das wäre so. Maxi geht nicht für die Back-Air für die Kobo-Conversion. Maxi kann alles theoretisch. Er wollte ihn anzünden. Ich weiß nicht genau, was sein Plan war. Oh, er macht einen Normal-Getter, weil er gesehen hat, dass Marius noch auf der Plattform ist. Maxi ist, glaube ich, aber auch einfach sehr based. Maxi ist Fox based. Forward Air? Oh mein Gott, aber Maxi lässt sich überhaupt nicht verarschen. Ich habe keine Ahnung, was diese Worte bedeuten. Ich habe Opinions in diesen Hinsichten. Okay, Maxi. Ich kann keine Foxes mehr sehen. Das ist auf jeden Fall ein Fakt. Ja, ich glaube, da bist du schon mal so weit wie alle anderen. Ja, das hat, weißt du... Maxi? Ich habe den anderen Weg genommen. Ich hätte einen Weg genommen. Nicht den übers Spielen, sondern den übers Zeichnen. Obwohl auf der Box spielt, wenn man einen Knopf ist. Ich fühle mich nicht komplett. Oh, Maxi kommt zurück. Und jetzt zum dritten Mal in Folge knümmert er nicht die Rolle rein. Wir könnten auf Foxen spannen. Wir könnten mal einen Fox Free Melee machen. Und das ist es. Und das ist es. Marius holt Game Two. Maxi, bist du zusammenge... Wir haben es ein bisschen zu wörtlich genommen, dass wir ihr Best-Set wiederholen sollen. Weil genau da lief es auch so. 2-0 für Marius. 2-0 für Maxi. Und dann kam Maxi mit drei Second Games. Und das letzte war extrem knapp. Von daher ist es alles noch offen. Die wiederholen hier gerade ihre Awards-Show. Die spielen ihre Faves. Ihre Fan-Faves. Wir haben alles bekommen. Wir haben Jonas am Stream, der Community-Favorite. Wir haben uns beide am Bier, natürlich. Hallo. Ihr habt es gehört. Wir haben das beste Set on Stream. Wir haben die Paule-Kombos on Stream gehabt. Wir haben Best-Organizer in the Hood. Wir haben Teos Liebling und Teos nebeneinander. Das ist alles. Oder zusammen. Wie immer am Organizen. Kann es kaum besser machen. Wir haben Paule-Kombos gesehen. Die waren dabei. Wir haben Most Missed-Personen, die ich immer noch nicht kenne, weil sie immer noch fehlt. Wir missen ihn weiterhin. Wir missen ihn weiterhin. Wir missen ihn weiterhin. Wir missen ihn weiterhin. Wir missen ihn wirklich. BovTarget hat nach wie vor die Hopes high gehalten. Hot-Arts-Sommer ist Kobobi und Kobobi. Digga! Hot-Arts-Sommer, Digga! Hot-Arts-Sommer, Digga! Who ist Hot-Arts-Arts-Sommer, Digga? Hot-Arts-Sommer ist Konati oder Kobobi, der Falcon-Spieler, der damals in Europa rankt wurde. Und jetzt nur Lokal farme. Was wir alle sollten. Ich komme zu Lokal, die zu Charon verlieren. Hey, Maxi, ich glaube, du brauchst noch immer mehr Hugo. 37 Zuschauerhunde. Das finde ich angemessen dafür, dass es hier einfach 100 Jahre Jedo ist. 100 Jahre Jedo. 100 Jahre Jedo. Also mir persönlich fehlen noch 63 Zuschauer um das perfekt zu machen. Super, so ein kleiner Hugo, ey. Klasse, wirklich? Hey, Chat, übrigens, wenn das Turnier vorbei ist, machen wir noch Tier ist Thursday. Wir ranken alle Berliner Smash-Artsen. 38 an der Zahl. Machst du es über deinen Kanal? Ne, wir machen es hier über Jonas' Kanal. Mach es auch über deinen Kanal? Kann man das? Kann man zwei? Nein. Geht nicht. Dann würden mehr Leute zugucken, meine ich mal. Aber ich kann doch T.O.'s Liebling nicht seinen Stream wegnehmen. Wäre doch Quatsch. Absolut richtig. T.O.'s Liebling ist T.O.'s Liebling. Eben. Oh, was für ein Scheiß! Wie kann man so ready gewesen sein? Andererseits, Maxi ist noch nicht tot. Maxi lässt sich von sowas einfach null verunsichern. Und das mag ich sehr. Maxi kriegt sowas ab und du denkst, alle denken, er wäre tot. Und Maxi denkt nicht, dass er tot wäre. Und das ist wichtig. Und der Edge grad ist wie Link mit der Nähe einfach. Und er nimmt die Führung. Die hat er grad nämlich noch nicht. Richtig. Weil Maxi nicht an seinen eigenen Tod glaubt. Und ich finde, das sollte man auch feiern. Nicht an seinen eigenen Tod glauben based, wenn du mich fragst. Ja, ich sehe das genau so. Maxi ist so richtig delusional. Spam des Schmatzi. Du helft ja Maxi. Das finde ich noch besser als Maxi. Und Maxi lädt die erstmal auf. Natürlich hat Marius alle Zeit der Welt darauf zu reagieren, dass er eben da nicht reingeht. Logisch. Aber tut er halt nicht. Marius reagiert halt nicht. Das ist Tournament Stock für Maxi jetzt. Ich meine, er könnte das Match auf jeden Fall ziehen. Und es sieht so aus, als könnte er hier das Momentum nach Hause carryen. Aber, wenn Marius jetzt einen Scheinenspack macht. Oder vielleicht eine kleine Kombo. Ja, Maxi verscheißt die Tag. Maxi verpasst gerade nicht ganz auf. Und es könnte es schon. So ist es kommend ausgeglichen. Er hat gerade eine Reaktion beantragt. Ja, ja. Und Marius ist für die Rolle gegangen, weil er ist vielleicht auch ein bisschen shaky. Wie gesagt, es passt auch absolut zu Maxi, jetzt das noch so rumzureißen. Aber es sieht gerade nicht aus. Und das ist es, Marius mit dem 3-0. Was für ein Run, Alter. Und wir finden Marius in Top 3 wieder. Ähm, das war mein Spot. Ich hab das schon gesehen. Ich hab schon, als wir gestern das Breaking gemacht haben, war ich so krass. Ich muss gegen beide gewinnen. Einfach scheiße. Einmal Support für Dennis an dieser Stelle. Macht mal mal P6-Hour in den Chat als Support für unseren besten Kommentar der Welt. Das bist du, Heide. Das bist du. Das bin absolut nicht ich. Ich mein's das leerste Mal. Oh shit, wir können nicht mal Anstoß. Okay. Einer muss ja hier den Stanleyman Award auch wirklich verdient haben. Oh mein Gott. Ich werd gefuckt auch abseits des Games. Ey Feigensent, was geht? Feigensent, gut dass du da bist. Ey Maxi, Alter. Ja. Ja. Sometimes it do be like that, was? Ja, Parsecs hat auch Heide beste Commentary, ja. Dann schmeiß ich direkt wieder in die Kasse einfach. Und es geht direkt los bei den beiden. Keiner will irgendwie Handwarmer oder sowas. Ist denen scheißegal. Und es scheint mir so, als wäre das für Konzi die bessere Wahl gewesen, sich hier keine Gedanken darüber zu machen, ob man da nochmal reingeht. Ich wollte einen bisschen lockeren Approach irgendwie versuchen. Ja. Fürs Turnier einfach mal. Aber gegen Marius kann man sich das einfach nicht leisten. Man muss man irgendwie die ganze Zeit voll dritten sein und dann war's irgendwann schon zu spät. Ich war heute gegen euch beide auch so einfach gegen Ofis und Jan überhaupt nicht und gegen euch beide war ich übertrieben aufgeregt. Das habe ich voll selten. Ich wollte halt nochmal irgendwie so ein bisschen Spaß-mäßig, Spaß-Modus spielen. Spaß. Und ja. Hat auch Spaß gemacht, deswegen bin ich jetzt auch gut drauf. Okay. Okay. Wenn mich eine Sache gut drauf bringt. Funktioniert halt nicht gegen Marius. Oh mein Gott. Stopp. Nie mit 69. Das muss es sein. Es müssen die Prozentpunkte. Für mich einfach noch nicht so gut. Keine Ahnung. Es ist einfach nicht der Modus, der gut funktioniert für mich. Ich meine, Marius hat möglicherweise einen dieser Tage. Ja, I don't know. Ich bin der Hälfte gespielt wie Marius. Okay. Anyway. Also ganz realistisch ohne irgendwie. Ja, scheinbar. Aber er kriegt ja nicht Konsti mit der Anti-Edge-Guard ab. Er unter der Kante. Und da wird er aber gedauert. Am Ende des Tages lässt sich Konsti natürlich, äh, Marius natürlich auch keine Liegestütze einhandeln. Er hat ja immer noch, also er hat nicht mehr zu tun mit der Schulter. Aber so cool wäre es nicht, wenn er jetzt zehn Liegestütze ans Stream machen würde. Ich glaube, er würde vielleicht sagen, mit meinem Arm und so, ihr wisst, ich hatte einen Unfall. Inzwischen geht's. Ey, aber Feigensenf ist nicht, äh, Feigensenf ist nicht Senfpenner, oder? Ich bin nicht bescheuert. Das wäre so funny. Feigensenf ist so ein regular, äh, in meinem Chat. Und wenn es jetzt auch Senfpenner wäre, einfach derselbe Typ, nur anderer Name. Das könnte sein. Weil Dom hat es halt geschrieben hat. Senfpenner, die Forze einer Legenda. Aber Feigensenf sagt, es wäre ein Disstracks geschrieben. Okay. Ist er nicht. Okay. Oh, diese, äh, diese Fandom-Hit-Bear, die war auch wirklich so, also, die war so weit weg von ihm und er hat trotzdem noch Damage bekommen. Weird Champ. Und schön abgeholt von der Side-Beat. Das ist immer schwierig, ey. Wenn er die dann so Last-Minute macht und Konsti denkt so, ja, er kann auch gar keinen Fall dafür gehen. Und er geht dann doch für, ja, wirst du abgeholt. Aber, relativ unproblematisch für Konsti, er hat, oh, Dropzone-Up-Air. Standard. Classic. Okay, und wir gehen auf Fountain, die beste, äh... Die spitze von der Up-Air kommt ja auch sehr früh raus. Du sagst, du hast ein bisschen Zahl, ne, aber... Kannst du mir einen, kannst du mir einen geschlossenes... Locker Frame 5 oder so. Okay. Ja, klar. Normal. Dann fragst du mich, ob ich ein kaltes will. Du warst nicht so, du wolltest nicht geschlossenes. Es könnte auch schon nach Hause sein, dann müsste es kein kaltes sein. Es gibt keinen Heimweg für mich, Heide. Ich bleib für immer hier. Bis jede 101. Bin ich in dieser Venue gefangen und grinde. Alleine. Jetzt bist du schon zu Hause. Sag mal. Ich bin hier zu Hause. Abgesehen davon, dass es ziemlich nach Charlottenburg riecht, fühl ich mich ganz gut hier. Der sieht aber auch gut aus... Oh, stopp me! Und er macht es! Das sind aber auch sehr viele Prenzlberger. Zwei Prenzlberger. Geldjunger und ich. Ich weiß nicht, ob Michele überhaupt in Prenzlberg noch ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist weggezogen. Michele? Bist du noch in Prenzlberg eigentlich? Bist du noch in Prenzlberg? Ne, ne? Er ist am Ostkreuz. Er ist jetzt in Friedrichshain gelandet. Ich bin jetzt in einem Kiez mit Niki und Niki. Dankeschön. Möchtest du dich irgendwie mit hinterlassen? Weil tatsächlich sind Dennis und ich es geboten an Stuhl zu teilen. Oh! Und er kriegt sie noch. Ja, wir sind Stuhlteil technisch gut aufgestellt. Stuhl-Chair-Chair-Chair. Gut aufgestuhlt, wenn du so willst. Chair-Chair. Wir kennen uns. Ja, Stuhl-Chair-Chair-Chair. Stuhlteil ist der Heide. Stuhl-Chair-Chair. Ich bin so super touchy-person. Oh! Und er kriegt die näher. Aber er kriegt nicht den zweiten. Aber Mario ist trotzdem schlecht an der Recovery. Und es steht 2-0 für Konzi. Es ist ein relativ eindeutiges Set bis hierhin. Weißt du, es gibt in dieser WG eine Hierarchie. Und diese Hierarchie ist ganz klar. Konzi ist der Patriarch. Und Maxi und ... Oh mein Gott! Und er startet jedes FD-Game mit diesem Scheiß. und er macht es schon wieder. Marius, jetzt dasselbe Schicksal zuteil geworden wie Paul einst bei HTS. Wärst du das gerne gerade? Nö. Ich hab einfach mal probiert, wie es ist, wenn ich ein bisschen lockerer spiele. Ey, Vince, er macht es immer. So Spaßmodus, aber funktioniert nicht so gut. Marius geht für die Chankraps und kriegt die Scheinbär nicht. Oh, aber er kriegt noch die Bär zum Edgegarten, aber eine Weakbär. Und Konzzi snapped gelät. Nö. Aber ein bisschen aggressiv da reingegangen. Marius war ready für einen PowerSheer sogar. Und ja, kein schlechter Stock für Marius. Auch wenn er am Anfang mit Falken puncht wurde, hat er seinen Weg zurück in dieses Match gefunden. Gar nicht übel, wenn ihr mich fragt. Aber ja, wenn du bei 70 stirbst von einem Knee, dann ist das, weil du gegen Falken spielst. What? Wie kann man dafür nicht ready sein? Ich frage. Ich war überhaupt nicht ready gerade. Warte mal, ganz kurz, hat Marius gerade, Konzzi, schon zwei Stocks abgezogen? Yes, das ist was Geschehenes. Für einfach nichts, für 13 Prozent und einen Stock. Konzzi ist nicht wach und nicht da. Oh mein Gott, Konzzi mit den Reeds. Das ist auch so was so ein Konzzi-Ding. Er macht halt so Tag-Chases, es ist nie auf Reaction, er readet immer. Und wenn es klappt, ist es so beautiful. Aber wenn es nicht klappt, ist es halt so, Konzzi, du hättest schon reagieren können. Und er sagt dann so, das ist nicht möglich. Feigensenf hat all sein Geld auf Konzzi gesetzt. Ey, Feigensenf ist kein schlechter Call. Sit your ass down. Sehe ich auch so. Du hast all dein Geld auf Konzzi gesetzt. Feigensenf. Hallo Feigensenf. Feigensenf. Witzka hier für den Fall, dass du mich nicht wieder, also nicht zuordnen kannst. Weil wir kennen uns tatsächlich aus dem Chat kennen wir uns. Ich weiß, aber ich habe ihn bei uns mit Voice und so kennen. Ja. Wie soll ich den Feigenkindern beibringen, dass sie dem noch Staub essen dürfen, wenn das so weitergeht? Richtig. Feigensenf, ich sag mal so. Marius hat gegen Konzzi diese Season einmal gewonnen und es war ein Game-Five-Set. Er liegt jetzt gerade 0-2 hinten. Es wäre auf jeden Fall wieder ein Game-Five-Set, wenn er hier gewinnen würde. Aber Konzzi ist schon der Hausruhe-Favorit. Und das hier ist auf jeden Fall die beste Stage, die Marius zur Verfügung hat. Konzzi hat an sich einen sehr, sehr guten, aber auch ein ganz kleines bisschen Variablen haben. Hast du diese Chain-Grabs? Weil Konzzi laut Michele, und auf den verlasse ich mich einfach mal, weil er hatte immer recht, wenn er was gesagt hat, nicht wirklich sauber gespielt hat, tatsächlich. Ja, so ist es schon besser. Und ich bin der Meinung, dass Konzzi immer besser spielt, weil er hinten liegt, aber das ist vielleicht nur ich. Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht hinten liegen. Unnötig. Ich kenne ihn nur als Held. Wieso unnötig? Oh shit, ich glaube, ich habe die Monitalko gut gemacht. Ah, nee, doch nicht. Nein, ich meine, ich wollte Konzzi... Ja, ist okay. What? Okay, wir haben hier eine kleine Malungsverschiedenheit, Chat, wir werden uns erst mal kurz prügeln gehen. Maxi, übernimm bitte. Dennis hat keine Chance. Dennis hat keine Chance. Ich habe wirklich keine Chance. Heide ist geschnackt. Heide ist geschnackt. Jetzt kommt der Heide-Disstrack. Das ist die einzige Disziplin, wo ich mich sehe. Ich muss Blatter spielen. Anyway, wir haben diese Meinungsverschiedenheit aus der Welt geräumt. Heide hat mich mies verkloppt und jetzt sind wir wieder Homies. Dennis' Nase sieht nicht mehr aus wie vorher, aber auf der anderen Seite muss man sagen... Sie sah vorher auch nicht sonderlich antraktiv aus. Wir haben, naja... Sie ist immer noch wunderschön. Wir haben versucht, meine Nase in die richtige Richtung zu tilten und naja... Im nächsten Mal werde ich ein bisschen präziser vorgehen, Jungs. Aber jetzt sind wir wieder da. Und speaking of präzise vorgehen. Konsti hat mit der chirurgischen Präzision... Feigensen hat tatsächlich richtig gelegen. Oh, auf Heide. Und ich liebe, wie du es geschrieben hast, Feigensen. Ja, Mann. Finde ich gut. Bodyshots. Warum greift sich Heide auf Hype? Na, Heide, Hype, schaffst du nicht ganz. Berlin 13 Hype? Berlin 13 Hype? Was ist denn das? Ist das Konsti? Nee, das bin ich. Ah, stimmt. Ich bin auch ein Emote. Only Bodyshots. Du hast völlig recht, aber die Sache ist, es ist so ein Leberhaken. Der macht halt auch ein bisschen mehr her. Wie konnte er ihn damit abholen? Und ja, meine Leber ist jetzt auch für immer gedamaged. Keine Frage. I've never heard of Strawstream, but his flocks are sick. Ja, ey, on a wrap. Strawstream is a local legend. What the fuck, Berlin? Dude, Berlin is insane. Konsti hat im ersten Spiel ein paar abgegeben, ein paar genommen. Aber auf der anderen Seite muss man jetzt sagen, jetzt erinnert sich Konsti wieder daran, dass er ein relativ cooler Spieler ist. Ja, ist er auf jeden Fall. Er erinnert sich vor allem daran, dass er gegen Marius wirklich beim besten Willen nicht verlieren will. Okay. Das wäre, das wäre, oh mein Gott. Und er holt ihn ab mit der Abwehr. Und Konsti konnte ihn noch halten. Und das ist dann einfach jetzt ein riesiger Vorteil, weil Konsti hat jetzt drei Stocks auf Marius. Und es ist relativ egal, dass er so 126 Prozent hat. Er wird jetzt sterben, ja. Er wird jetzt sterben, aber Marius ist immer noch ein Stock hinten. Und ich glaube, er hat auch so ein bisschen so diesen, ich habe zu Hause schon sehr oft verloren Vorteil, Nachteil. Also so ein bisschen so dieses, wir kennen das doch, wir sitzen doch eigentlich quasi gerade im Kinderzimmer und spielen so ein bisschen gegeneinander. Und irgendwie hat der eine Mann einen Nachteil. Und ich glaube, so ein bisschen so eine Situation ist das jetzt auch. Und je länger Marius Konsti daran denken lässt, desto besser wird Konsti. Und desto weniger Chance hat Marius, das noch zu gewinnen. Aber ich will hier nichts predikten, es gab alles schon. Ich glaube, die Prediction ist over. Konsti holt sich's 3-1. Das haben wir gesehen, ja. Und du hast es sehr schön eingeleitet in dieses Ende, in dieses Finale dieses Top-3-Sets. Konsti jetzt im Grand Final gegen Niki Niki aus Winnerseite. Mal sehen, welche zehn Charaktere er diesmal rausholt. Konsti schickt Marius auf die krumme Lanke. Andererseits klingt das, als wäre es irgendwas Schlechtes. Und das können wir so alle nicht behaupten. Ey, wenn Marius jetzt mit Emma auf der Banke sitzt, eine krumme Lanke, dann kann das ja eigentlich nur bei Judith heißen. Aber das mit Emma war ja nichts, langfristig. Ja, ich meine, wer weiß, Marius ist ja auch kein Fredi. Richtig, das ist wahr. Vielleicht wäre das jetzt anders. Vielleicht sind Marius und Emma füreinander geschaffen, weil auf Fredi hatte sie keinen Bock mehr. Das war der Sternimann-Award-Deckel, den ihr gerade habt. Keine Sorge, keine Sorge, ich habe hier noch einen zweiten Deckel, den wir dann verwenden können. Und der ist noch zu. Um ihn wieder anzudekorieren. Ich kriege den nach Hause. Sorge, das ist wahrscheinlich... Nein, ich mache danach noch T-List Thursday. Nice, nice. Ja. Oh mein Gott, warte mal. Du machst das... Du machst T-List? Von hier, auf dem Kanal. Darf ich mal auf? Wie bitte? Darf ich mal auf? Na klar, selbstverständlich. Oh mein Gott, wir machen alle Mist. Dann muss das dann auch auf. Es wird auf dem Beamer auch laufen. Yes! Ich finde übrigens, Beamer ist ein furchtbares Wort. Wann sie ein fulles Geld gespendet hatte für ein fulles Tag. Geld gespendet hatte für ein fulles Tag auf Twitch. Nach ungroßes Stream. Dein Wallet war heiß. Dein Konto breaking. Was willst du schenken? Ein Sopf. Ja Mann, ja Mann, ja Mann. Let's go. Ist Niki gerade noch Angstpippi machen? Zu Recht, würde ich sagen. Es scheint mir fast so. Er wäre ja fast gefallen im Winner's Final. Als er alle Charaktere außer seinen Main gespielt hat. Ich frage mich, ob er jetzt zu Low-Tier-Charakteren übergeht. Ob er jetzt so sagt... Warte mal, wieso spielen die überhaupt noch? Miri! Shoutout! Miri! Warte mal, machst du uns auch auf. Da sind wir. Miri! Shoutout! Miri, hallo! Einmal Chatgrüße an Miri! Übrigens, diese Webcam ist wirklich furchtbar für unsere Position. Wir sind so unten rechts im Bild einfach. Jetzt tilte uns doch mal, man sieht uns gar nicht. Hey, das ist voll gut, jetzt lass das so. Wir müssen in der Mitte vom Bild sein. Du hast zu viele Ansprüche, du bist zu professionell. So, Cheerless Thursday, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Welche sind die zehn besten Charaktere, die Niki jetzt spielen kann? Mit welchen Charakteren könnte Niki immer noch alle an diesem Turnier aus dem Leben nehmen? Fox, F-Tier, das sehe ich nicht. F-Tier, Basic. Marius hat seinen Sapk-Pullover ausgezogen. Warum auch immer. Das kann niemand nachvollziehen. Würdest du sagen, er hat sich entsaftet? Das war zu saftig. Feigensenf grüßt auch Miri. Wir grüßen alle Miri. Ja, Mann, Shoutout. Ich liebe alle aus der Camp. Wir lieben dich auch alle. Sage ich jetzt einfach mal so. Ja, wir lieben Michael. Michael ist ein Homie. Michael ist großartig. Ja, und Domme wartet immer noch. Ja, es ist Grand Final jetzt. Und Domme wartet immer noch auf den blauen Halloween-G. Was soll das, Mario? Sorry, du Mann. Marius, was sollte das damals? Nur als Star? Nein, du Mann. Ach so, sorry. Luma ist leider nicht da. Schade. Sad. Übrigens, mein Sieger des Most Missed Awards ist auf jeden Fall Luma, aber er war nicht mal eligible, weil er einmal da war. Die Sache ist, was ist denn eigentlich mit R, F, G, A? Ja, wo ist Benno? Benno, wo steckst du? Warum ist denn der nicht mal im Chat? Weil er nicht da ist? Okay. Ich glaube, er war nicht mal im Chat, ne? Lebt der noch? Ich hoffe. Er wohnt eigentlich am Mierendorfplatz, gar nicht weit weg von hier. Also normalerweise... Wir sehen hier Constys Haas-Game, muss man auch sagen. Captain Falcon gegen Falcon. Grand Final hat Consti direkt mit den Grabs in die... Oh! Und es ist es! Oh! Und das ist es Grand Final. Consti hat gewonnen. Wir können das jetzt abrechnen. Okay, alles klar. Dankeschön. Und wir machen weiter mit Tealist Thursday. Thursday, sorry. Luma ist tatsächlich der beste Mensch, keine Frage. Ist prima, wer liegt in dich? Konati Smash? Du hast mit Luma letztes Mal gespielt. Ja. Ich hab euch gesehen. Oh, true. Ja. Und wir sind Dritter geworden. Wir haben unseren Seed sehr weit outplayed. I recall that. Oh, und das könnte der weitere Stock sein? Nein, konzipiert... Oh, okay, er kriegt den F-Filt und hängt sich an die Kanto. Feigen-Self hat ein kleiner Thursday, den man aber mit I gewinnt. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Auch ich habe diesen. Ich halte meinen Sterni-Award in Ehren und bin tatsächlich bei meinem vierten Bier, was, glaube ich, ungefähr so fünfmal so viel ist wie alle anderen Menschen, die anwesend sind. Ey, die meisten mussten competen. Oh! Oh mein Gott, und er kriegt es nie immer noch? Okay, alles klar. Consti hat ein bisschen Bock. Consti hat richtig Bock, sich von diesem Falko nicht abwichsen zu lassen. Und die Sache ist, Niki hat einfach keinen Bock, was anderes als den Falko zu spielen. Wo er letztes Mal, wenn ich das richtig gesehen habe, auch schon 3 zu 0 verloren hat. 2 zu 0? Aber Niki hat letztes Mal schon ziemlich haushoch mit seinem Falko gegen Falken verloren. Ja, genau. Ey, Michael, du hast vollkommen recht. Dennis und Double Steed komplett sprengen. Name a more iconic duo. Ja, ich bin eine Double-Legende. Und das ist es für Consti. Wir gehen sehr schnell. Und mein Teammate, Team Jasmin. Wer ist dein Teammate? Oh, Consti ist dein Teammate. Äh, hat gerade... Team Jasmin! ... sehr auf den Sack gegeben. Team Jasmin. Und Dario war heute auch mit dem Kaffee-Jasmin-T-Shirt da. Shoutouts. Shoutouts und trinkt einen auf uns, Chat. Oh, OB ist da? Hallo! Ey, OB, was geht? Damn! Ey, OB, es ist Jedow 100 und du bist nicht da. Was ist deine Ausrede? Dass du in Hamburg bist? Mann, Mann, Mann! Mann, Mann, Mann! Ja, er wäre auch... Hätte, hätte, hätte! Aber er ist halt schon zu lange... Dieser Bierdeckel war... Dieser Kronkorken war so locker. Oh, mein Gott. Das Bier war wirklich fast offen. Wir brauchen so Sekundenkleber oder sowas. Das ist hübsch. Das ist hübsch. Und let's go! Zweites Game. Hat der in Set 1 Schiek gespielt? Im ersten Game? Weil das erste habe ich nicht gesehen. Er hat auch schon im ersten Game Schiek gespielt. Und da hat er gewonnen? Ja, ja. Er hat alle gewonnen außer Falco. Ne, er hat auch... Das war ja Game 5. Also muss er ein anderes auch noch verloren haben. Ich mag Constance Attack in diesem Fall. Er ist eine Maus. Das finde ich einfach gut. Er ist auch einfach eine Maus. Absolut wahr. Das ist absolut so. Jeder kann agreeen. Aber auf der anderen Seite ist es auch cool, sie einfach so zu nennen. Fair. OB ist spirituell da. Sehr gut. Constance muss auch Stompton East treffen, sonst reicht das hier nicht gegen Niki, weil er hat ja im Winners Final schon gezeigt. Ganz kurz, wer ist aus Hamburg da? OB. Alle jetzt mal nicht schön, die aus Hamburg da sind. Hamburg, seid ihr krass. Der sogenannte spirituelle Atze, Alter. Also ohne mich. Die Leute gucken gerade, sind wir immer noch bei 37 Zuschauenden? Barmiere ich mich hier gerade massiv so. 34. Wir haben drei verloren. Und das ist ja viel easier, ja. Ich glaube, wir haben zehn verloren und sieben gewonnen. So sehr. Hey, Shad, erinnert ihr euch, als Dennis und ich vor wenigen Sekunden miteinander angestoßen haben? Wisst ihr, wer noch niemand, also wer noch nicht einen einzigen Schluck aus seinem Bier getrunken hat, auch nach dem Anstoßen? Wir können dich jetzt nochmal anstoßen, damit du wieder nicht trinkst, Dennis. Ich glaube, das geht so nicht. Und jetzt sind wir an diesem Punkt, ja. Und das, und das war, und da haben sie gesehen, wie, äh, Spam this house to help your mouse. Oh, ich liebe es. Hey, house mouse ist auch mein Lieblingsreim auf der Welt. Michael ist auf jeden Fall, der, nein, warte mal, der hat bisher nur gute Patterns gebracht. Bang, bang. Alle guten Patterns kamen bisher von ihm. Er hat auch original, ich glaube, Michael hat sich das zur Lebensaufgabe gemacht. Ja. Äh, gute Patterns zu finden. Und die Sache ist, ich habe vorhin so eine kleine Aufgabe so in den Chat gestellt. Ich war so wie, irgendwer wird ein gutes Pattern finden für Geldmann. Und es kam Spam this Schwamm to help your Geldmann. Und das war sehr gut. Äh, Michael hatte auch dieses, äh, Spam this Fratze to support your Atze. Das ist sehr, sehr gut. Hat seinen Twitter-Header gehabt und hat so geschrieben, äh, Twitch-Chat durchgespielt. Und seitdem sagt er sich, Moment mal, durchgespielt ist nicht ganz richtig. Ich kann das noch sehr viel variabler, variantenreicher, immer wieder aufs Neue. Und Michael beweist hier im Chat wieder, was für eine Chat-Legende er ist. Das war sehr eloquent, Janice. Ich kann mich dem Ganzen nur anstellen. Danke. Spam this close to help your Maus, Dicke. Oh, ist ja eine Klasse. Du hast sozusagen nicht nur, du hast nicht nur die Aufgabe verstanden, du hast sie einfach auch nur sehr so neu angepasst. Ich finde, es gibt noch so einen kleinen Plus-Eins. Können wir Abus vergeben? Nein, können wir nicht. Auch ein Plus-Eins wird Niki höchstwahrscheinlich bekommen. Tuf Cup könnte an dieser Stelle vergeben. Aber Tuf Cup ist heute bei einer Weihnachtsfeier und muss sich extremst besaufen. Oh, nice. Ja, das weiß ich, weil ich aufmerksam lese. Sehr gut, sehr gut. Ich bin mir sowas immer erstaunlich informiert. Ich muss auch schon selber so sein. Nicht schlecht, keine. Nicht schlecht. Tschüss. Auch all das. Du hast mir jetzt was fürs Auge gehabt. Du kannst es mir jetzt helfen, bitte. Klar. Oh, ich glaube nicht, dass er Yoshi geht. Ich sehe ihn auf jeden Fall. Also bei Link sehe ich ihn noch. Detective Pikachu? Luigi? Hi, Hachi? Detective Pikachu? Hikachi? Niemand ist dabei! Okay, der Marth hat ihm letztes Mal auf FOD schon gute Dienste erwiesen. Ich denke, das ist eine schwächere Stage hier für ihn. Battlefield. Auch wenn Marth auf Battlefield wirklich gut ist, ist FOD halt eine relativ schwierige Stage für Falken und Marth mit seinen riesigen Hitboxen, die er die ganze Zeit überall hinhauen kann. Hier ähnlicher Vorteil, die Top-Plattformen, also den Gegner nach oben zu zwingen, was halt für Marth super gut ist. Marth will seinen Gegner über sich haben, weil seit der Hitbox nach oben machen wir uns nichts vor. Sie sind disjointed und insane. Schön, der deutsche S2J, er kommt wieder, er kommt wieder um die Ecke. Und mal sehen, ob Konzi sich diesmal gegen den Marth durchsetzen kann. Ich habe seit dem letzten Mal Anschluss noch gar nicht getrunken. Marth? Classic. Classic Dennis. Classic Dennis. Erstmal anstoßen, erstmal viele Worte, aber wenn es ums Deer trinken geht... Der Sterni-Money-Wort, der sollte eigentlich in deiner Tasche landen. Da hast du vollkommen recht. Vielleicht gebe ich dir die Zeichnung auch noch mit. Da ich die angefertigt habe, gönne ich sie dir. Sehr fair von dir. Dankeschön. Ich habe es vielleicht nicht verdient, aber ich werde es nehmen. Ich dachte, ich wäre nominiert gewesen aus Meme-Gründen. Naja, also es ist durchaus ein Meme-Award. Das ist wahr. Aber ich dachte nicht, dass jemand dafür abstimmt. Ich habe für dich gestimmt übrigens. Ah, gut von dir. Ich glaube, ich habe auch für dich gestimmt. Ah. Ich war die erste Stimme, weil es unsere Teststimme war, ob das Google-Formular funktioniert. Du hast für dich selbst gestimmt. Nein, ich habe gar nicht für mich selbst gestimmt. Das war aber keine geheime Worte. True. Ich ärgere mich, dass ich nicht mal Top 3 beste Tags habe. Ich finde die haben Ulrich so funny. Ich habe dich für einen Top 3... Wirklich, wirklich, wirklich. Wirklich habe ich. Sehr lieb von dir. Oh mein Gott, wie kann Niki ihn so abholen? Aber Konsti kommt nochmal zurück mit Kopf gestoßen. Nice, okay. Okay, das war verdient und berechtigt und verdient. Ey, Niki spielt einfach seine Top-Player-Exhibition hier. Spielt jeden Charakter in Rotation. Und Konsti schwitzt und blutet und kotzt in einer Tour. Aber vielleicht, vielleicht sehen wir die Storyline, in der Konsti und Niki sagt, nein, du kannst das nicht mit mir machen. Und das ist wirklich, was ich sehen will. Oh mein Gott. Das will ich auch sehen, ein bisschen. So cool ich das finde, dass Niki mit allen Charakteren besser ist als unser bester Spieler. So cool finde ich auch die Storyline, dass Konsti sagt, nein, Niki. Oh, mein bester Spieler. Ja. Was ist das? Nur um dich nicht hängen zu lassen. Sehr lieb von dir. Ja, wir haben sonst noch Arthur. Aber ich meine, so Niki ist jetzt... Arthur ist leider nicht da. Und Niki ist auch einer von uns seit dieser Season. Oh, das war ein freestopper. Warum ist Arthur nicht im Chat? Ich muss sagen, das ist aber schwer verzeihlich. Ich verstehe es also 100 Prozent, dass Arthur nicht hier ist. Aber warum ist Arthur nicht im Chat? Ey, Arthur muss sich vielleicht um Frau und Kind kümmern. Und ich finde, das ist fair, dann nicht im Chat zu sein. Ja, fair, ja, fair. Aber da fehlt noch Frau, sagen wir uns. Weitere Kahn. Kahn fehlt... Ey, auf der... Das habe ich vorhin leider nicht vorgelesen bei der Most Missed Player, weil wir alle wussten, dass es Benno wird, habe ich die Liste gar nicht vorgelesen. Es waren Benno, Kahn, Stivo und Viktor. Und Kahn, Stivo und Viktor sind auch alle drei nicht hier im Chat. Also keiner von den vielen, die wir vermissen, will irgendwas mit uns zu tun haben. Gut, dass ich keine scheiß Urkunde dafür gemalt habe, weil hier hätte niemand bekommen. Die hätte wirklich... Also doch, natürlich, Benno kriegt die jetzt. Also Benno war auch der einzige logische Abnehmer, weil Jonas ist der Bruder von Julian. Die sehen dich zu Weihnachten. Julian ist der beste Schwulfreund von Benno. Nice. So. Nice. Und die sind beide, die waren in der gleichen Oberfühle wie... Wie Özge. Die haben mit Özge zusammen Abi gemacht, Benno und Julian. Wann kommt Kahn wieder zu Jedo? Wir wissen es nicht. Ey, ich sage Kahn die ganze Zeit, dass er zu Jedo kommen soll. Und er sagt immer so, hm, ich weiß nicht. Ich spiele World of Warcraft und spiele Netplay mit Chiaki. Und das reicht ihm. Uff. Ich bin auch uff. Sagen wir dazu. Ey, Michael, es wurden Urkunden gemalt. Und ich hoffe, es gibt Fotos davon. Wenn nicht, ich werde meine auf jeden Fall fotografieren. Und dann möchte ich sie auf dem Berlin-Smash-Kanal geteilt sehen auf Twitter. Ich werde nicht kurz, was du diesen Urkunden sagen darf. Als Künstlerin. Als inoffizielle, offizielle Ureberhin dieser Urkunden. Sie sind zwei, also in zwei Schritten aufgebaut. Zuerst haben wir das Template dieser Urkunde. Das habe ich angelehnt an das, also an das Cover des Super Smash Brothers Melee. Das heißt, ich habe die Schrift, ich habe mich in Reddit-Foren rumgetrieben, um eine Schriftart zu finden, von der Menschen behaupten, sie wäre ähnlich wie die Schriftart. Aber dann hatten wir das Problem, dass auf dem Cover der Super Smash Melee CD, diese DVD, das dort... Das ist eine Mini-Disc-DVD, aber... Entschuldige, an dieser Stelle, ich habe das falsch gesagt. An diesem Cover der Mini-Disc-DVD, richtig, von Super Smash Brothers Melee, dass dort die Schriftart nicht einfach nur eine Schriftart ist, sondern sie ist schwarz. Sie hat einen roten Farbverlauf und sie hat einen weißen Inner-Shadow und sie hat einen schwarzen Outer-Shadow. Und all das habe ich versucht nachzubauen. Dann gibt es diesen kleinen, es gibt so einen kleinen Schwung auf der Disc, auf dieser Mini-DVD-Disc, sag ich es richtig? Korrigiere mich, Dennis, los! Mini-Disc-DVD. Mini-Disc-DVD. Da gibt es so einen kleinen Schwung oben, da steht dann so Nintendo oben, da habe ich Berlin-Smash-Artsen reingeschrieben, weil wir sind ja nicht Nintendo, sondern wir sind ja was anderes. Und dann habe ich... Typografie durchgespielt, sagt Feige Senn, völlig zu Recht. Es ist absolut richtig so. Ich habe diese Font quasi neu gebraucht. Niki, was denkst du, was du da machst, Niki? Hast du schon mal Konzi spielen sehen? Er denkt so, ja, ich nehme mal Pieps, mal sehen, wie es läuft. Niki denkt, sie hat sich Bock. Niki hatte ein bisschen Bock zu kassieren. Der hat das lange nicht mehr gehabt. Der will auch mal wissen, wie es sich anfühlt. Ich muss mir das jede Woche antun, dass Konzi mir komplett mein Hinterteil aufreißt in diesem Match ab und Niki so, ja, mal gucken. Und als wir damit fertig waren, ich habe unten noch ein kleines Siegel eingebaut. Dafür hätte ich gerne die Vektor-Version dieses Berlin-Smashes gehabt. Hatte ich nicht. Ich hatte nur eine normale Bildversion. Deswegen haben wir einen kleinen Stempel unten rechts noch, der zählt, dass es von Berlin-Smash ist. Und dann haben wir die Kategorien drauf geschrieben. Also ich habe die Kategorien drauf geschrieben und dann habe ich jetzt die Bilder gemalt. Und meistens habe ich die Charakter der verschiedenen Player gemalt. Und das war eine Aktion von mehreren Stunden. Und seitdem hat es viel Spaß gemacht. Und es ist etwas, was ich sehr gut kann und sehr gerne mache. Und deswegen an dieser Stelle, danke. Heide, wirklich völlig aus dem Leben getiltet mit ihrer Arbeit an diesen Urkunden. Wir werden es demnächst sehen auf dem twitter.com slash berlin-Smash-Kanal. Es ist so verrückt. Und jetzt Game 5 in Grand Finals Set 1. Konzi könnte hier das Bracket resetten. Also man kann es in den Worten sehen. Ich werde das wahrscheinlich auch als Wort hochhören. Achso, stimmt. Wir haben die Award-Verleihungszeremonie hier getätigt. Vor Ort. On Stream. Wir haben sogar eine zweite Webcam dafür mitgebracht. Es wurden keine Kosten und Mühen gescheut. Es wurde eine zweite Webcam 200 Meter in die Straße runtergetragen. Und ja, ich sehe vorwärts zu diesen Urkunden. Sehr richtig, Michael. Auch ich sehe vorwärts dazu, mir einen Bilderrahmen zu holen und meine Urkunden aufzuhängen. Denn ich habe zwei bekommen, weil Heide so lieb ist. Ja, Mann. Oh, wir haben zwei. Und Jonas hat zu Absolut verdient zwei in zwei bekommen. Ich möchte irgendwann mal streamen. Ich habe auch den Film noch bei dir in zwei. Ich gerne. Let's go. Okay. Ice Climbers. Wir haben im Winners Final Set gesehen, dass Konzi gegen die Ice Climbers am Anfang sehr, sehr gut zurechtkam und sich dann komplett hat verarschen lassen. Aber Jim kann doch gar nicht den Award für besten Tweet empfangen. Bester Tweet war keine Kategorie, weil es ist ja am Ende des Tages auch irgendwo klar. Und die Sache ist, niemand müsste dafür abstimmen. Den Sub-Award. Den Sub-Award. Sub-Award. Ey, du Mann, wir spoilern jetzt nicht mehr, wer welchen Preis bekommen hat. Du kannst die in den Bots nachgucken, die Preisverleihung. Richtig. Guckt mal gefälligst die Videos, die diese Menschen hier mit harter Arbeit und im Schweiß ihres Angesichts aufnehmen. Mit diesen Menschen meinen wir Jonas und niemanden sonst, weil Jonas auch... Jonas macht das, aber ihr habt es jetzt auch immerhin gemacht. Konsti, was ist das? Gegen Peach? Ey, ich sag's dir, das ist hart. Es ist ein hartes Business. Marius hat mir gerade mitgeteilt, dass er meint, dass ich dieses Match nicht gewinnen kann gegen Falcon mit Peach, weil er sagt, es ist ungewinnbar. Wenn Konsti sogar gegen Niki gewinnt. Ich glaube, Niki's Peach und ich sind wahrscheinlich gar nicht so weit auseinander. Oh ja, das beste Set aller Zeiten. Es kommt bald auf euch zu. Anyway, ja, Konsti kann sich hier das erste Set auf jeden Fall holen. Im Winners hat er aber auch einen guten Vorteil gegen die Ice Climbers gehabt auf FD und hat dann halt verloren. Deswegen fragen wir uns halt hier kollektiv, kann Niki dieses Wunder nochmal vollbringen und ein Comeback gegen Konsti auf FD machen? Oder wird Niki es wieder klatschen? Dann wird er ihn wieder outbetterplayern einfach mit einem sehr viel schlechteren Charakter, gegen den Konsti sehr viel Erfahrung hat auch. Also das erste Mal, dass Konsti so richtig auf der Bildfläche von allen Leuten erschienen ist, er hat mal ein 50-Euro-Money-Match gegen Däumling gemacht. Da hat er gesagt, wir machen 50-Euro-Money-Match, aber über 10 Sets verteilt. Immer wenn wir uns sehen, spielen wir eins. Und das erste Set wurde er gefickt, im zweiten Set war es schon Game 5 und er hat verloren und ab da hat er, glaube ich, nur noch gewonnen. Also Konsti hat sich dezidiert Gedanken über dieses Money-Match gemacht, so weißt du. Und das war, also über dieses Match-Up im Allgemeinen, wegen dieses Money-Matches, das er mal Däumling damals hatte. Als Däumling übrigens ein Top-5-Deutschland-Spieler war. Aber Niki, selbstverständlich mit demjenigen, der Däumling damals als der beste Eislammer-Spieler Deutschlands abgelöst hat, nämlich mit Luca, zusammen andauernd gegrindet hat. Oh mein Gott, er lässt sich von der Nana abholen. Das ist ein Amateurfeder, ich sag's euch, wie es ist. Das ist absolut wahr. Anders als Nana hat es jetzt geschafft. Oh, der Fat Castle-Spezial hat trotzdem verliert, konnte sie den Stock an der Stelle. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber einen Stock für Nana verlieren ist hart. Ja. Du willst eigentlich Nana besiegen und dann dich um den Popo-Stock kümmern. Und krieg die mit jedem mit, Alter. Spam diese Wau-Waus. To help your Wau-Waus. I love it. Spam diese Wau-Waus, Dicke. Na klar. Und ja, genau wie in dem ersten Winner's-Final-Set kann Niki hier mit den Ice-Climbers ein gehöriges Comeback auf der Stage starten. Ich finde generell, merkt man bei Niki einfach an, dass er einfach ein extrem erfahrener Spieler ist, der verschiedene Stages, verschiedene Charakter einfach gut spielen kann. Deswegen ist er einfach nicht komplett lost so. Und ich hab das Gefühl, bei den meisten Spielern, da variiert es einfach extrem nach dem, wen sie spielen, gegen wen sie spielen, auf welcher Stage sie spielen. Und Niki ist einfach konstant gut. Und Niki gewinnt JEDO 100. 100 Jahre JEDO. 100 Jahre JEDO. Niki ist der Champion von 100 Jahren JEDO. 100 Jahre JEDO. Ich weiß nicht, wie es euch geht, meine Freunde, aber ich, für meinen Teil, muss richtig pissen. Have fun. Good luck. Dankeschön. Danke, dass wir dieses Glück werden brauchen. Ich bin alleine auf dem Kommentar-Receit. Aber stay tuned, Chad. Es geht weiter mit Tierlist Thursday. Ja, Zeremonie und so. Jonas? Niki, verdient und zurecht gewonnen. Verdient und zurecht gewonnen. Möchtest du ein kleines Interview machen? Es ist albert, es ist albert. Wir müssen sie fragen. Alles gut. Ich könnte jemanden ein Foto machen, wenn man eigentlich hier sind. Oh ja, ja, das fände ich gut. Äh, frag mal Konsti. Anni! Ich wollte nur kurz appreciaten. Wir haben hier gerade den Kommentar-Receit, das ist komplett empty im Moment. Warte mal, was willst du machen? Willst du den Chat ausmachen? Nein, bitte mach es nicht. Okay. Anni heute tatsächlich als Teilnehmerin dabei. Hallo Anni, alle freuen sich Anni zu sehen. Hallo Anni, rutsch mal ein Stückchen näher ran. Jonas? Ja. Yes. Da ist Anni. Alle freuen sich Anni zu sehen und Anni ist heute prepared. Anni ist heute im Fox-Outfit des Todes bekommen. Man sieht es jetzt nicht so gut, weil die Kameraqualität nicht so gut ist. Aber Anni hat so eine kleine Brosche, wo ein Fox dran ist. Und Anni hat trägt einen Fox-Rock. Und ich muss mal einfach sagen, da hat jemand es ernst genommen. Da hat jemand gehört, jedo ein 100, wen spiele ich einen Fox? Ich ziehe es durch. Und da muss man, ich finde, für sowas muss man Anni-Credit geben. Einmal Appreciation für Anni's Fox-Outfit in den Chat. Alle würden sich freuen. Ja, ich will spielen, Michael, aber heute nicht. Ich muss jetzt so eine Stunde nach Hause fahren. Dann will ich ins Bett. Ja. Macht das gut? Du auch? Ja, wir fahren jetzt auch. Anni ist es wieder gone. Was willst du spielen, Anni? Anni, du Maschine. Richtig so. Anni ist schon wieder gone, aber ich hoffe, sie hat eure Appreciation mitbekommen. Ansonsten sage ich ihr, dass sie es direkt. Dreimal Jenny P6 Hour in den Chat finde ich auch gut. Jetzt gerade wird ausge... Da fällt kein besseres Wort an. Gerade wird ausgebumst, wer jetzt gewonnen hat. Wer jetzt war da... Wir sind on camera, wir sind live und in Farbe. Let's go. Ich habe gerade das Mikro verschoben, damit wir equally zu hören sind. Anni geht noch nicht, keine Sorge. Anni, alle freuen sich über dein Outfit und haben dich in den Chat gegrüßt. Anni, du Maschine beispielsweise, Feigensem. An dieser Stelle... Wink mal. Gruppenfoto? Wer macht das? Gruppenfoto. Gruppenfoto? Oh, Licht. Necki, Necki. Glück, Glück. Ist denn Blut, das hat jede Runde... Hi Anni, tschüssi Anni. Ja, Anni geht bald. Aber jetzt so ein Liebling. Anni soll da. Ich glaube, gerade ist so eine Art Siegerehrung im Gange. Ich wünschte, ihr könntet mehr davon sehen. Weißt du, wer mich auch gemeldet hat? Oh, sehr gut. Ich bin gelb. Oh, und er auch. Wir sind nur umgedritten. Das ist die gleiche Person. Das ist die gleiche Person. Aber du schiebst doch nicht, das sie jetzt kommen, bei dem Spokesjärnhond, ja. Guck mal, ihr kippt den ersten Schild. Das ist sicher einfach mehr. Was geht? Wer macht die Glocke? Machen wir ihr einen Top-Up-Bodo oder? Ja, das wird gerne alles machen. Oder machen wir einen Bodo mit Jelo. Mit Jelo? Jelo. Hat jemand, kommt mal rein. Schickt die hat der Schützer. Stimmt, konnte ich mir eine Pizza bestellen? Wollt ihr zerstören? Bist du, kannst du das noch nicht mehr fragen? Wer hat Lust auf Pizza, ist die Frage. Haben wir Hände hoch? Pizza? Pizza? Ich würde ein Stück Margarita nehmen, ich sag's, wie es ist. Ich würde ein Stück nehmen, aber ich hab keine Pizza. Okay, das kriegen wir doch hin. Ich hab's ein bisschen vergessen, aber wir bleiben hier so lange. Rot, raus, die Rot-Beschlecht-Pizza. Ja, ich weiß. Ich bestell mal drei Jumbo-Pizzen, würde ich sagen. Leute, ich hab ein Selbstauslöser-Dings. Ey, warte noch, mach sie. Ey, oh mein Gott, wir sind hier. Ich bin da irgendwie gerade hier. Kann man einfach mit der Streamcam? Ich hab ein Selbstauslöser-Dings gemacht, falls ihr alle in diesen Frame wollt. Ach so, in den Break. Ne, wir könnten hier rein, guck mal. Guck mal, ich hab hier, nochmal, alle mal aufs Bild. Bananenpasser, ciao. Was ist die Adresse hier? In der Regenstraße, was? Sagt es nicht auf dem Stream, da kommen die alle her. Ey, die wissen doch, wenn ich's beim Rüchenland bin. Okay, Leute, wir haben fünf Sekunden Zeit, um in die Position zu gehen. Hey, ich hab das nicht. Kinias Mien, decke. Alle sagen Melee. Let's go. Das war's, oder? Ich glaub, das war's. Ne, klar, das war's. Ich hab's mit 30 Fotos, 30 Fotos. Ich hab 30. Und wann war die da rum, irgendwie? In fünf Sekunden Abstand, das wird eine sehr lange Zeit hier rum. Ich muss jetzt auch hinhocken, Alter, das ist ja unmöglich. Serious, guck, alle serious oder böse. Wir machen halt ein lustiges, bitte. Das geht schlecht, bis der Ausstieg. Das ist der schlimmste Squad meines Lebens gerade. Meine Augen. Oh mein Gott. Meine Knie. Ich bin alt. Haben wir noch mehr Fotos? Was geht ihr ab? Er macht 30 oder so. Wollen wir bitte einfach aufhören? Warte, warte. Das zehnte können wir schon noch machen, oder? Ja, Mann. Das bösste Daumenstil, das... Okay. Okay, wir haben ein paar Fotos, Leute. So ist nicht. Weißt du mal gerade die Adresse von dir? Ich vergesse. Okay, es ist genau ein Folie geworden. Ich weiß nicht, was da so. Genau ein Folie. Da war ich so der Klassiker, was schnappt. Er hat... Da stand drei Fotos. Ja. Und er hat die ganze... Da stand so... Sehen und dreißen. Sowohl im Keller als auch... Äh... Weiß. Schnapp. Oh, King, Alter. Wir vermissen dich ja auch. Cutie. Äh... Ich würde aber den Kappen zu bestellen. Das sind jetzt. Ja. 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 No. Ist das davon differentiation? Ja. 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 Jabach nicht da steht. Ja. 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 Ich finde es so krass, wie einfach diese Scheiben so beschlagen sind. Einmal Mühl, das noch mal zu sagen. Super schlecht. Das war irgendwie sehr authentisch. Da habe ich das nächste Mal gehört. Übrigens ein sehr, sehr cooler, sehr, sehr krasser Weihnachtspulie. Ja man, richtig gut. Habe ich das letzte zwei Jahre auch schon angehabt. Das kennt schon jeder. Habt ihr geschenkt bekommen? So was gibt es? Aber ich liebe solche ugly Christmas-Förder. Ich finde es richtig toll. Meine Schwester und ich hatten mal ein Game, uns immer den hässlichsten zu Weihnachten zu schenken. Aber ich habe nie so einen coolen mit so rein bekommen. Ich bin immer so einen mit rein. Ja, ich finde es so cool. Aber leider hat es nie geklappt. Sie hat immer einen anderen, auch hässlichen. Ich finde, ich fand nie so hässlich. Ich habe immer gewandt nach meiner Auge. Ich wollte gerade sagen. Ja, ich habe gewandt. Hallo Chat, was geht bei euch? Sag mal was ihr wollt. Wenn ihr Interviews mit verschiedenen Spielern wollt. Ich glaube, ich kann sie... Ich glaube das ist ein Glitch. Warum haben wir 33 Zuschauer? Wir haben tatsächlich, das ist kein Glitch. Wurden wir geradet? Wir wurden geradet aber vor einer Stunde von Özge. Genau. Jawoll. Tschüss. Danke. Es geht mir zu. Heute und immer. Heute und immer. Heute und immer. Das ist richtig. Schreibt es in den Chat, wenn ihr im Interview hier haben wollt. Welche Spams waren heute die besten? Also für mich war es meins. Absolut richtig. Ich kenne diesen Menschen, aber alle im Bildschirm sind... Kein dieser Menschen, aber alle... Wir sehen hier Olonke, a.k.a. Chic, a.k.a. Jonas. Olonke. Dann haben wir hier Marius, a.k.a. Strawstream, a.k.a. Fox in Grün. Richtig? Nein, das ist nicht schön. Aber die Jaffe ist nicht schön. Deswegen darfst du immer Fox in Grün. Wir meinen es ernst. Vielen Dank. Das ist sehr, sehr offen. Ich habe mal Fox in Grün gespielt. Im Best-Set hast du Fox in Grün gespielt? Das ist der Weiße. Es gibt noch einen grüneren. Okay, fair, 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 fair. Aber der hat auch Grün an. Ich sehe, worauf der... Also, selber her kommt. Und dann haben wir hier Herr Haider, die nicht genült. Interview mit Anni. Anni geht. Wir müssen ein Mini-Interview mit dir einbauen, weil der Chat das will. Ganz kurz. Ihr wollt ein Interview mit Anni. Das schaffen wir. Anni, Anni, Anni. Alle wollen Anni nochmal sehen. Anni wink mal in den Chat. Alle freuen sich über dich. Ich bin müde. Anni ist da. Anni ist müde. Anni, wie geht's dir? Ich bin müde. Müde. Ich will nach Hause und ich muss meinen Zug erwischen. Sehr gut. Anni muss jetzt gehen. Der Chat hat sich gefreut. Wie geht's dir? Alle... Das haben wir schon geklärt. Das haben wir schon geklärt. Hast du nicht zu? Nein, das habe ich geklärt. Aber der Chat ist langsam. Tschüss Chat. Tschüss Anni. Unser Fan-Favorites. Schön, dass ihr da wart, Chat. Bis Nedo. Bis Nedo. Anni spredet ein bisschen Chat-Appreciation. Nice. Und seid gefälligst dankbar für das, was ihr hattet. Weil das war schon viel. Tschüss Anni. Tschüss Niki. Scheiß. Oh mein Gott, diese Bilder. Oh mein Gott, diese Bilder. Gäste wie vielfalt ist oder was? Wo es nicht klar ist, kannst du trennen. Für was findest du Marc? Für was? Dominik fragt, wie sie Marc findet. Ich glaube, sie ist jetzt schon weg. Deswegen schätze ich, sie findet ihn okay. Aber auch nicht zu gut, aber auch nicht zu schlecht. Okay, weiter. Alter, ist das ein Enten auf dem Buch. Alter, ihr habt... Warte mal ganz kurz. Ihr habt alle, also so kollektiv, so as a group, habt ihr Annis Outfit nicht appreciated. Weil Anni hatte heute nur... Also wirklich ausschließlich Foxes sein. Siehst du das nicht? Sie hatte so eine kleine Fox-Forsche von hier. Und sie hatte einen Rock komplett mit Füchsen. Und alles daran war cool. Und ich glaube, zu wenig Menschen ist es aufgefallen. Es ist schon komisch. Aber Anni ist es aufgefallen. Sie war sehr, sehr cool. Michael hat's auf jeden Fall appreciated. Ich find's sehr, sehr gut. Und ich bin ein großer Fox-Hater. Und trotzdem appreciated. Chat hat mehr appreciated als ihr. Das ist absolut wahr. Feigensem, du hast 1,0% recht. Ich hab's appreciated und sonst niemand hier. Ich glaube, zumindest niemand hier. Feigensem ist 1,0% Wahrheit heute. Das ist credit. Jan hat eine neue Friese. Jan! Der Chat will deine neue Friese im Chat. Neue Friese? Neue Friese? Ja. Heute beim Friseur gewesen. Was ist denn das? Direkt vorhin. Wir müssen jetzt was updaten. Weil es ein fucking Windows ist. Ich hasse Windows. Ist das Frozen Light 1337? Der ist da hinten. Wir müssen mal kurz drücken. 1337. Was? Jan, hab ich dir eigentlich schon mal gesagt. Vielleicht auch nicht. Aber du hast die krassesten Augenbrauen ever. Echt? Die sind so schön. Danke. Ja. Habe ich schon nie gehört. Völlig abgefahren. Erstmal das natürlich. Das geht. Wirklich schönste Augenbrauen ever. Danke. Die sehen aus wie extrem gemacht. Aber klingt sie wahrscheinlich nicht, oder? Wie spart der? Ja. Also meine Ex hat immer gezupft. In der Mitte so. Weil ich immer eine Mode braut. Ja. Aber andererseits. Sie sind so richtig. Vorn ist ein bisschen bushy und hinten rund. Es ist wirklich ein Traum. Du hast einfach Augenbrauen. Er hat einfach Gott gesagt. So. Weißt du was? Wir geben mal noch so 3% mehr. Ein bisschen nach vorne. Ein bisschen nach vorne. Gute Augenbrauen. Gute Augenbrauen. Wir geben. Will das Dennis jetzt machen? Ja. Jetzt werde ich kurz und bekomme ich die Maske auf. Ja. Ja. Neue Frise haben wir geklärt. Ist das Frozen Light 1337 gewesen? Wir wissen nicht selten. Das war schon. Wir sind so leise, Konsti. Wir sind wirklich leise. Was machst du? Oh ja, bitte leise. Ganz fast. Das ist gar leise. Da heißt es Lil Frusi. Jan hat No Haircut November Band. Tatsache immer erster Haircut November Band. Dennis! Dennis? Dennis? Das war die Scheiße. Wir müssen jetzt still sein, weil sonst meckern die Nachbarn. Ich hoffe, das ist okay für euch. Aber ihr könnt flüstern, wenn ihr wollt. Ich kann ein bisschen ASMR machen, wenn ihr möchtet. Ich kann ein bisschen näher kommen. Hallo. Hab euch alle lieb. Ich bin gleich bei euch. Hier ist unser guter Freund Niklas. Janik, was geht? Unser guter Freund Niklas dreht ein kleines Video über unsere Locals und ich soll kurz was in die Kamera sagen. Sowas wie, es ist toll hier. Und das werde ich jetzt machen, okay? Ich bin gleich bei euch. Ich bin nicht so ein guter Streamer. Ich bin dafür keine Persönlichkeit. Ich bin immer nur so, ich spiele ein Spiel und sage nichts. Wer will sich das antun? Marius, denk dir mal für die Tiers coole Bezeichnung aus. Thema ist Mitbewohnerfaktor. Hä, da hast du doch einen von New Girl. Hast du eine bessere Idee? Ja, da hast du doch einen von New Girl. Das reicht mir, Cyric. Dann können wir auch so einfach quatschen und Videospiele spielen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache oder wie wir das machen. Ich weiß aber nicht, ob ich das Thema schon sage. Wahrscheinlich schon. Das Thema ist Mitbewohnerfaktor. Bedeutet, wie nennen wir es? Ja. Sehr gut. Ja Was ist die Weltkritik? Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe mir jetzt was auf die Schnelle einfallen lassen. Jetzt weiß ich nicht, ob es gut ist. Absoluter Mibevo-Atze. Atze, mit denen man es machen kann. Das sollte ganz oben sein. Schon irgendwo, wenn es halt sein muss. Du bist ein Arzt, aber kein Mibevo. Das ist sehr gut, dass wir so hausam bleiben. Wohnen bei mir sofort jetzt. War bei uns vorher, bei diesen anderen Tierlisten, mit Mitbewohnerfaktor. Wir haben es mit Star Wars und mit New Girl gemacht. Da würde sogar Zahnbürste teilen. Was? Ah, ja. Wollen wir das machen? Wir machen Mitbewohnerfaktor. Ach so, Mitbewohnerfaktor. Das hatten wir schon mal, ne? Deine Zahnbürste in meinem Schluge. Zahnbürste in meine Luke. Mit Bewohner Tierlist? In meine Schnude. 100 bis 100 Minuten sagen wir. Oh, ja, meine würden auf jeden Fall in B4 landen. Ich muss noch tweeten, damit drei Leute, die noch nicht zugucken, das auch sehen. Du sagst, das ist so casual, als hättest du so zwei Follower. Du hättest einfach so 2.500 oder so. Ja, aber die gucken ja nicht zu. Ich möchte, dass du diese Tierlist nicht mit Konfirm machst, weil der ist... Ein guter Mitbewohner. Aber der ist nicht anbeißt. Der ist nicht was? Aber ich werde aber nichts sagen, was für mich. Fair. Vielleicht ist es falsch und vielleicht können wir das auf andere wieder zurückschrauben, aber ich hatte eigentlich ein bisschen das Gefühl, dass ich dann so gerade so Tierlist... Ja, das ist ein What-Hat-Bild, ja. Aber seine langen Haare sind sick. Tierlist Thursday startet jetzt. Okay. Wer teilt sich mit mir an die wichtigste Frage? Ich würde... Wollen wir die eine Kamera so noch mit reinmachen, dass wir dann so ein weiteres Bild haben? So ein Double Cam und dann sieht man alle, die mit drehen hier. Jetzt hat Jonas das ja auch schon vorbereitet und so. Ja, wir kennen es ja natürlich auch. Ja, wir kennen es ja ein bisschen Spaß. Wiederholen. Ich habe es gerade... Ein Glasbier? Nee. Also wir teilen, ne? Chat! Seid ihr ready? Lennyboy69 ist am Start. Lennyboy69 ist am Start. Am Start. Dommel ist da, Michael ist da, Dr. Bashweiser ist auch am Start. Sehr gut. Diesmal ohne langes Brimborium und drumherum. Es ist Tierlist Thursday. Es ist Jedoh 100 und wir ranken die 100 besten, und damit meine ich 38 besten Jedohatzen. Ja, und auch Microsoft Office ist am Start. Finde ich das? Du bist auch mit drin. Hat das jeder? Was? Ist das eine frische... Ja, du kanntest die auch machen. Oh, sick. Office macht nebenbei seine ganz eigene Tierlist. Lieber bitte unterstes Tier, der rennt mich immer in den Leak runter. Ja, wenn du nächste Woche noch was brauchst, sag Bescheid, und dann machen wir das. Obwohl, die ist nächste Woche, keine nächste Woche. Ganzes Bier, halbes Bier. Prost, Prost, Prost. Naja, komm, das spitzt sich zu vorne. Okay. Ey, Opis, wir sind gut im Plätzeteilen. Opis, du kannst dich hinsetzen. Du hast auf jeden Fall auf seine Hose gekleckert. Du hast auf jeden Fall auf seine Hose gekleckert. Okay, aber es ist dein auf jeden Fall. Es ist Trinkenschluck. Sorry. Ich lasse ihn jetzt nicht mehr hängen. Ich muss jetzt, wir müssen alle... Oder er kann sich rächen, das können wir auch so machen. Nein, das ist meins. Ich warte jetzt so lange. Cheers. Niklas, ich lasse dich nicht hängen. Warte, ganz kurz. Ja. So, hier, Prost. Tschüss. Schade. Ich finde das auch super funny, dass du dich selber ranken musst. Das macht ihr ja. Wir sind ja nicht alleine. Ich bin ja nicht alleine. Wir sind ja in einer traurigen Runde. Und Marius, du bist derjenige, der das Ranking übernehmen muss, weil dein rechter Arm am nächsten an der Maus ist. Ich finde das ein bisschen fies, weil ich muss das so ein bisschen ehrlich raten und nicht im Sinne von so... Ja, das ist mein Arzt, komm, zieh bei mir mal ein. Die Sache ist da. Wir werden dir Marius und Maxi stimmen, das stimmen wir ab. Stecken mir die Zahlen. Ich bin sehr unbiased, habe ich das Gefühl. Okay, weißt du was? Ich bin neutral. Heide liebt uns alle. Yes. Genau das ist der Fall. Wir fangen bei Ahmed an. Bei Ahmed. Okay. Er hat so eine sehr große Wohnung, das ist ein Plus. Aber es war die Wohnung von seinen Eltern, oder nicht? Ja, ja, aber die ist gigantisch. Was willst du da einziehen? Sag mal den Gamertag. Han. Ahmed. Auch bekannt als Dr. Roy. Dr. Roy. Ach so, sag mir nicht. Wichtig, der ist ewig her. Wichtig halt, seine Wohnung ist halt so groß, dass du seinen Eltern nicht mal über den Weg laufen würdest. Nice, nice. Die waren meistens gar nicht da. Ja, das stimmt. Immer wenn ich da war, hat er gesagt, ich mache Chicken Wings. Seine Eltern haben irgendwie auf Zypern gelebt und sein Vater war halt einfach so... Der war zu viel unterwegs, glaube ich. Als du mit jemandem machen kannst, das ist für mich eine eindeutige Kategorie. Aber andererseits... Ich habe auch schon gesagt, es müsste ganz oben sein. Andererseits, es würde viel Indoktrination vorgehen. Ah, fair. Er würde dann immer so sitzen und meinte so, hm, bist du sicher, dass du das so machst? Weißt du, noch ein bisschen Gaslighting? Nein. So ein bisschen judgy. Also das Ding ist, ich kenne Ahmed nicht so gut. Also die Zeit, mit der ich mit ihm verbracht habe, die war... Die Art, wie du den Geschirrspüler einräumst, entspricht ja jetzt nicht unserer religiösen Philosophie. Also schon eher so irgendwo, wenn es halt sein muss. Quasi. Ja, außerdem wäre ein kleines Problem, wenn du schwul wärst. Das wäre ein Problem. Das wäre ein kleines Problem, ja. Was ja scheiße ist. Dann ist es für mich ein bisschen Atze, aber kein Mitbewundern. Ich würde sagen, ich würde sagen, für mich ist Ahmed auch eher weiter unten, weil ich kann mir mit der von dir erwähnten Indoktrination, kann ich mir kein sonderlich krasses Solangelegen vorstellen. Kein gutes, ja, ja. Aber man muss natürlich fairerweise sagen, es geht hier um die Atzen und Ahmed war auf jeden Fall zu uns immer ein Atze. Er war halt nur... Wir kommen aus dem... Oder feige selbst sagt, wir kommen aus dem Özge-Chat, Leute mit reichen Eltern werden hier ganz besonders gerankt. Und ich agree so ein bisschen, die werden ganz besonders niedrig gerankt. Richtig, das ist absolut... Raus hier. 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 Okay. Als nächstes haben wir... Warte, wir machen so, warte, so und dann... Ja. So. Ja. Warte, stopp. Die Kategorie heißt, der Fan ist halber immer noch, du bist ein Atze. Wir haben jetzt keinen Atzen, statt es abgesprochen. Mach mal bitte nur ein Atze, nicht ein Atze. Nein, 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 lass das. Nein, lass das nicht, Jesus Maria. Ich finde das ein bisschen Panne immer, aber ich finde es lustig. Mach doch noch ein Abruf dazwischen, komm. Wer ist der Nächste? Ist das Baumwolle 8? Boah, das ist doch so. Geht nicht. Okay, Alex ist für mich ganz vorne mit dabei. Alex hat heute 600 Muffins mitgebracht. Stopp, stopp, stopp. Warte mal, A waren es Donuts und würden wir Zahnbürste teilen. Das ist ja die Kategorie, also wenn wir Top Tier reden, dann reden wir Zahnbürste teilen Kategorie. Ja. Apropos. Und ich muss auch sagen, Alex ist extrem groß. Das ist sehr schlecht. Also außer man wohnt im Altbau. Wenn man im Altbau wohnt, dann ist das kein Problem. Aber das ist ein Problem für dich, weil der ist ein Großer und du nicht. Große Menschen. Wir hassen große Menschen. Also ich war mal bei, das ist Alex, ne? Ja. Ich war mal bei Alex, hab da getrennt, so absolut hohes Mann. Okay. Er hat mir Tee gemacht, er hat mich gekümmert. Aber das ist ja, warte mal, Marius, das ist ja... Also das ist ein absoluter Mitbewohner. Das ist ja über, nee, das ist ja bewohnt, also das ist ja mit, also da pennen und nicht da wohnen. Ich hab, er ist ein absoluter Mitbewohner. Das ist ein Classic, braun, äh, orange. Hier wird die Jury bestochen, an der Stelle. Das seh ich auch so. Wir hassen, Feigensämpf, wir hassen große, lange. Du, Mann, lange Männer, lange Männer sind, äh, sind Hosen unter der Hose. Schwierig. Warte. Lange Männer hingegen sind Männer, die lang sind. Ja, genau, nichts zu verwechseln. Lange Männer sind Männer, Hosen unter der Hose, die hab ich gerade an und die haben mich komfortabel auf einen zweiten Platz gebracht, wenn ihr sie gesehen habt. Lange Männer hingegen sind Männer, über 1,85 und die hassen wir. So, äh, okay, Männer über 1,85 hassen wir, dann kommt Alex Potzi, mein absoluter Miebebo-Azte. Okay, ja, kann man machen. Nur so kurz für mein Besitzungsfühl, Männer über 1,87, ich möchte präsentieren. Außer, wenn du was möchtest. 1,87. Okay, warte mal, welchen Mann über 1,86, welchen Mann mit 1,86 gibt es, der gerade wichtig ist? Hab ich gerade konkret meine Vorstellungen? Wichtig, das ist ganz wichtig. 1,87 ist die Grenze, ab dann ist man ein langer Mann und dann ist es ein Problem. Okay, dann ist es ein Problem. Ja, bis, also weil die Männer, die 1,86 sind, die sind so ein bisschen humble, die sind so ein bisschen, ich bin in der 1,80 Kategorie, weißt du, ich bin noch nicht close to 1,90. Die sind, die sind, die sind nah, nah an die Leute dran. Die sind alles gute Menschen, die sind close to the fall. Alle, allesamt, jeder von denen. Ja. Leute, Honolulu würde ich absolut sofort in meine WG holen. Honolulu ist der groteske Atze. Der hat mir, Honolulu hat überhaupt erst möglich gemacht, dass wir Tierless Tuesday und Tierless Thursday überhaupt haben, weil er mir den Laptop geschenkt hat. Stimmt. Mit dem wir diesen Stream, nicht den hier, sondern den, den ich normalerweise mache, aufbauen konnten. Das kommt Zahnbürstentier, oder? Honolulu, genau deswegen eindeutig Zahnbürstentier, weil Chad, seinetwegen sind wir hier. Das ist unser Boy, André. Ein Applaus für Honolulu im Chat. Ich möchte auch einmal was hinzufügen noch. Jenny P6 Hours in den Chat, weil er hat diesen Emote möglich gemacht. Ich habe, ich habe, ich habe häufiger, frage ich mal Leute, ob sie mir Playlists schicken können oder irgendwas zum Hören, wenn ich arbeite. Und er hat mir mal seinen Podcast geschickt. Keine Ahnung von Nix. Ich bin mir nicht sicher, worüber sie geredet haben. Wahrscheinlich von Nix. Es war relativ belanglos. Ey, beide. Diese Lisa auch. Eine schöne Stimme. Überkrass. Überkrass. Dieser Podcast ist so gut. Ganz schöner Mann, ganz schöne Stimme. Hört die Mann fast zum Schlafen. Ich muss an der Stelle sagen, kein Bezug zu Honolulu-Mann, außer im Chat. Und da immer nur positive Wides. Immer nur ein guter Typ. Es war immer nur alles gut. Auch ich würde meine Zahlen ein bisschen teilen. Guter Typ, starke Arze. Wirklich starke Arze. Chad, kontroverser nächster Charakter. Chad, Anni ist für mich wahrscheinlich die beste Mitbewohnerin, die man sich vorstellen kann. Es ist ein bisschen unfair, dass ihr Name mit A anfängt, weil sie deswegen in der Liste ganz weit vorne ist. Aber ja, Anni auf jeden Fall Top Tier. Anni ist Top Tier, wenn es jemals eins gegeben hat. Ich schwöre für mich ohne Frage. Dommel ist auch im Chat. Dommel und ich wurden von Anni neulich bekocht, also ohne danach gefragt zu haben, hat Anni uns so unfassbar lecker. Sie hat einen Masala gemacht und dann hat sie, weil sie weiß, dass ich Magenschmerzen hatte die letzten zwei Monate, hat sie gesagt, ich habe vorsichtshalber noch eine Buchstabensuppe für dich gemacht. Und ich meine, wenn wir es liebe, jemals war dann das. Wie kann ein einzelner Mensch nur eine Queen sein, Dicker? Teilen wir mit ihr die Zahnbürste, nachdem wir ihr großartiges Masala gegessen haben. Oh ja, oh ja. Diese Zahnbürste wird geteilt, Anni. Diese Zahnbürste wird mit Vergnügen geteilt. Oh, der Lulu ist da. 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 Anni hat, wenn sie ein was jemals verdient hat, war das definitiv der Top-Tier in dieser Kategorie. Auf jeden Fall. Und Anni ist ganz weit vorne. Let's go. Atzenweiß sind alles Top-Tier. Ich will mit der Kategorie. Voll Atzenweiß sind alles Top-Tier. Wer ist das hier? Das ist Arthur. Ja, Arthur. Arthur. Das ist Arthur in seinen Before-Daddy-Date. Ja, ich ehre. Oh, vorher? Ich hätte Arthur einfach so gerne als Mitbewohner. Aber ich weiß nicht, ob ich mich in den Zahnbürsten tage. Stopp. Das muss ich jetzt auch nicht so sagen. Wir erinnern uns an frühere Zeiten. Wir erinnern uns an die Berthold-Arthur-WG. An die Berthold-Arthur-WG. Ah, da war er noch relativ schwieriger mitbewusst. Und wir wissen nicht, in welchem Ausmaß Arthur daran beteiligt war. Muss ich gerade mal ganz ehrlich sagen. Ich muss auch sagen, ich glaube Arthur, also ich liebe Arthur, wir alle lieben Arthur. Darum geht es hier gar nicht. Wir alle lieben Arthur. Ich glaube Arthur ist ein... Wir lieben Arthur und ich würde für sein Kind sterben. Auf jeden Fall. Save. Wir alle. Ich feiere vielleicht mit denen Weihnachten. Stopp. Das ist das Ding. Ich liebe Arthur's Kind. Ich würde für Arthur's Kind sterben, aber es ist ein Kind. Nicht aber. Es wird manchmal, wenn du eine Klausur hast morgen, würde das Kind sagen, ich bin heute scheiße drauf. Weißt du, was ich dann mache? Konzi, ganz ehrlich, weißt du, was ich dann mache? Also wenn es das ein Plus kommt. Aber die kommen halt als Package-Deal. Das muss man schon sagen. Na klar, ich würde Anna auch sofort mitnehmen. Ja klar. Also ich nehme alle drei. Die drei. Die drei. Sofort. Das ist meine WG. Und ich würde sagen, das wird voll bei euch. Es wird in der Scheiße stinken. Das einzige Problem, was ich habe, ist, dass Arthur ein bisschen messy ist. Also nicht messy im Sinne von, er ist ein messy, sondern er ist so ein bisschen unordentlich. Die Sache ist, niemand streitet sich darüber, ob wir Arthur lieben. Das ist keine Frage. Das ist gar keine Frage. Es geht darum, ob wir mit ihm wohnen. Weil das wäre schon Stress. Niemand fragt sich, ob wir Arturs Kind und Frau... Ich sehe ihn bei Artur, mit dem man es machen kann. Absolut sehe ich ihn da. Er ist ein hundertprozentiger Artur. Wir lieben Arthur hier. Ich sehe ihn nicht in der Kategorie Katarnbisse teilen. Ich sehe ihn da nicht. Ich werde Hands thrown mit jedem, der sagt, Arthur nicht gut. No way. Ich würde persönlich einen Boxkampf starten mit jedem, der irgendwas gegen Artur sagt. Aber ich will ihn nicht in der Zahnbisse. Ich würde nie mit einem Maße sein. Keine Ahnung von nichts, jetzt auf Spotify hören. Keine Ahnung von nichts, auf Spotify. Keine Ahnung von nichts, auf Spotify. Keine Ahnung von nichts, auf Spotify einschalten. Schaltet sofort aus und rote euch den Podcast an. Es gibt schon 14 Folgen. Sind alle sehr geil. Alle sehr lieb. Aber ja, ich würde Artur sogar noch eins höher packen. Weil der Whole Package Deal mit Frau und Kind ist für mich viel mehr wert. Also ich bin auch der Meinung, Zahnbisse teilen fühle ich nicht. Aber alles andere fühle ich. Maxi, du bist da drauf. Ihr habt keine Chance. Baki. Unser Homie Baki. Hey Maxi, ich würde dich trotz Differenzen ganz gut mitpassen. Möchtest du nicht da drauf sein, Maxi? Ich glaube nicht, dass das gut ist. Okay. Möchtest du es raus, wir können nicht rausnehmen. Nicht als Mensch, als Mitbewohner. Ja, aber es ist hier. Lass uns mal Maxi rausnehmen, er hat keinen Bock drauf. Wenn Maxi keinen Bock hat, hat er Maxi keinen Bock. Fertig. Maxi wird rausgenommen. Wir renken nicht einfach mich, aber mach ruhig weiter. Wir renken Maxi nicht, auch wenn er Top Tier wäre. Aber wir renken Maxi nicht. Hey, aber in meinem Leben ist er ein Top Tier mitgebracht. In meinem Leben wäre er einfach Top Tier, weil if der hier woanders wäre. Wir haben auch gesagt, bei Konsti, Marius und Maxi lasse ich die beiden nicht mitnehmen. Hey, stopp. Ganz kurz, ich möchte zu Maxi was sagen. Ich möchte Maxi. Nein, wir sagen Maxi. Ich werde zu Maxi. Pass auf. Einmal oder hier. Wir haben, es gibt existierende Differenzen. Wir sind Mitbewohner für die Information, aber ich würde niemals einen anderen Mitbewohner wollen. Danke, Konsti, ich sitze genau hier. Wir schmeißen Marius raus. Wir nehmen Dennis. Die Sache ist, Curious Fuck, wir schmeißen Maxi raus auf persönlichen Wunsch, weil ich finde, wer nicht gerankt werden will, muss nicht gerankt werden. Die Sache ist, wir können ihn nicht trauen, 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 wir müssen einfach ihn, wir werden erbütteln. Wir lassen ihn einfach raus. Wir lassen ihn raus. Oh nein, was machst du? Oh, ich weiß es nicht. Oh nee, das war laut. Okay, die Ziel ist das vorbei. Okay, nächster Mann. Barki. Darf ich kurz mal zurück auf meinem Leibsau? Sorry. Barki wird extrem reinlich sein. Davon gehe ich aus. Konsti, du musst ein bisschen rutschen. Bisher haben alle Menschen mit diesen, ja. Was für Rutschen? Ich bin schon ganz, ganz auf der Seite. Konsti, deine Hüfte ist so und meine ist so und du hast so viel Aufmerksamkeit. Konsti, du bist noch nicht ganz an der Seite. Du bist hier. Du bist nicht ganz an der Seite. Khan ist on the edge, du bist hier. Ich wollte in der Kamera bin, meine ich. Okay, okay, okay. Ich wollte einen Scherz machen. Edge of Glory. Ihr könnt gerne die Kamera verschieben, beide. Barki. Barki ist extrem reinlich, weil ich brauche. Man's spreading im Lifestyle. Ich glaube auch, dass... Stimmt, wir müssen eigentlich... Lass mal... Ich mag das. Ich mag das nicht, hier zu sein. Okay. Barki, ja, du sagst, du denkst, er ist extrem reinlich. Ja, aber er ist sehr sauber. Okay. Ich glaube... Ich glaube auch, er ist sehr leise. Und ich glaube auch, er wird auf eine Party kommen und geile Fotos von allem machen. Das ist für mich ja auch der Top-Tier-Barki-Punkt. Stopp, war mal ganz klar. Du hast einen Mitbewohner, der die ganze Zeit Fotos von allem macht, was passiert und... Ich glaube, ich fand das extrem weird und ich würde nicht wollen, dass es so abläuft. Ey, ich dachte das auch, bis diesen Sommer, als Konfti von allen Fotos gemacht haben, und wir so... Okay, alles klar. Ich erinnere mich an den Tweet. Ja? Aber... Was willst du mit unserem... Wir waren halt... Da war viel zu viel Ober-Uns. Ober-Uns. Aber Ophi ist es komplett nichts. Aber Ophi ist auch einfach nicht im Bild. Ja, Ophi hat ja gesagt, er will auch nicht ins Bild. Oder? Wir können alle einen weiterrücken, Ophi. Machen wir mal so Hunde da rein. Anyway, Barki... Ich finde das mit den Fotos auf jeden Fall cool. Das wird bestimmt auch nervig sein. Aber größtenteils ist es halt cool, jemanden zu haben, der... Man ist ja als Mitbewohner auch ein bisschen so eine kleine Community in sich geschlossen. Also ich habe mich mit... Max und Özge habe ich auch so ganz eigene Dynamiken. Und ich würde es halt cool finden, wenn wir jemanden hätten, der diese ganzen Sachen, die ich an uns untereinander liebe, auch irgendwie festhalten würde. Dafür wäre Barki halt da. Barki, Bessere Özge, wenn wir... Stopp, stopp, stopp. Ich mache Spaß. An dieser Stelle interveniere ich. Nicht nur, weil Bessere Özge gefallen ist. Und ich meine, wir wissen alle, das funktioniert nicht. Die Beste... Sondern vor allem an erster Stelle, weil... Also jemand, der Sachen dokumentiert, ist halt nicht so die Best Contribution so zu einer WG. Das ist halt einfach so ein... Ich bin so ein Dokumentationsspot. Ich bin so ein... Hi, ich beobachte. Ich habe immer geile Fotos. Aber es ist jetzt nicht so jemand, der was extrem krasses beiträgt. Okay, aber du warst schon mal bei Konzi in der Wohnung. Und du bist schon mal durch seinen Flur gegangen. Absolut. Und du hast nach rechts geguckt. Da hängt meine fucking Postkarte. Und da hängen Bilder von all seinen Freunden. Es ist so geil. Es ist so schön. Das wäre deine Wohnung, wenn Barki da wohnen würde. Ja. Aber die Sache ist, würden wir... Das wissen wir nicht. Das wissen wir. Okay, wir wissen es. Barki ist noch viel mal ein Fotoatzer als du. Das Problem ist ja weniger, dass ich das cool fände. Safe. Aber möchte ich jemanden bei mir wohnen haben, nur um diese Rolle zu haben. Weil ich finde, es ist eine sehr einseitige Rolle. Das ist so eine dokumentatorische. Ich bin immer hinter der Kamera. Ich halte alles fest. Und deswegen finde ich die cool Rolle. Und das würde ich nicht wollen von der Mitbewohner. Weil ich ja auch will, dass der da ist, dass der Bock hat, dass der Spaß hat. Du als jemand, der Barki nicht kennt. Ich als jemand, der Barki nicht kennt. Das weiß ich nicht. Das versteht ihr mich. Das muss natürlich wissen. Das Barki auch. Ein absolut cooler, lockerer, so ein sehr in sich ruhender Mensch ist. Ja, es ist einfach zu warm hier mit euch. Es tut mir leid. Ey. Ja, okay. Ey, Akarius, es war natürlich nur ein Prank. Ich würde niemals irgendwen aus meiner WG austauschen. Ich bin sehr zufrieden mit der Gesamtsituation. Özge generell nicht austauschbar. Ja, schwer austauschbarer Mensch. Stopp. Nicht austauschbarer Mensch. Aber Barki, ich würde sagen... Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein, als du mit dem man es machen kannst. Mit dem man es machen kann, safe. Jetzt kommt ja aber die Funken zu mir. Banane Marmelade. Banane räumt nie auf. Er baut nie ab. Zu sagen, mittlerweile macht er es manchmal ein bisschen. Er will immer gehen und sich rauszneaken und sagt dann nur so, oh, mein Bus kommt in drei Minuten. Sorry, ich darf nicht mehr abbauen. Das ist Indiz 1. Indiz 2. Ich kriege jedes Mal von ihm einen zerknütteten Geldschein für den Entry. Was denkst du mir, wie wir mit deiner Wohnung umgehen? Kein persönlicher Sender an Banane. Wir lieben Banane. Also wenn er Geld hasst, dann ist er für mich ein Homie. Aber er hasst ja das Geld nicht. Er behandelt Seid so ein bisschen... Vielleicht liegt es daran, dass er Geld hasst. Wie oft landet er im Price Money? Ganz ehrlich. Heute ist er im Price Money gelangt. Okay, dann weg mit ihm. Weg mit Banane. Nein, Banane ist wirklich relativ schwierig einzuordnen, weil ich kenne ihn halt privat so gar nicht. Er ist wahrscheinlich der, den ich am wenigsten kenne von allen Leuten hier. Deswegen müssen wir unsere Ansätze nehmen, die wir hier haben. Also wir wissen, wie er auf dem Weekly mit der Reinlichkeit und den Sachen umgeht. Er vergisst häufig die Flaschen wieder. Er hat heute seine Flasche wieder vergessen. Schon wieder? Nein, ganz letztes Mal. Schon wieder. Immer vergisst du alles, Banane. Runter, weg. Er ist hier noch, oder? Nee, er ist schon weg. Er sagt, okay. Ja, dann könnte das Land da richtig losgehen. Ich halte mal. Nein, also. Ähm. Ja. Ich finde, Banane kann. Banane kann ein wenig. Mach's gut auch. Ich ändere die Farben. Das hat mich total fertig gemacht, dass zweimal dieselbe Farbe da war. Okay. Und Rot ist halt Red Flag. Ich verstehe. Rot ist keine gute Farbe. Wir machen Gelb. Es sind immer noch Atzen. Wir machen Gelb. So. Okay. Ähm. Ja, ich würde sagen, Banane schon irgendwo, wenn es halt sein muss. Oder hat's aber keine Worte. Ja. Eins von den beiden. Ähm. Ich glaube, ich würde mich mit ihm gut verstehen. Ich glaube, was bei Banane dazukommt, was ich zum Beispiel mit Ahmed nicht habe, ist, dass ich mit Banane, obwohl ich ihn nicht so gut kenne, das Gefühl habe, immer eine gute Wellenlänge zu haben. Weißt du? Ich habe mit Ahmed, Ahmed war immer lieb und freundlich zu uns allen so. Aber ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass ich mit ihm eine gute Wellenlänge habe. Und wenn Ahmed der Gatekeeper für dieses Tier ist, dann ist Banane auf jeden Fall darüber. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich mich mit ihm unterhalte, er ist auf jeden Fall... Weißt du, wir teilen so, keine Ahnung, so ein bisschen so die Art von Humor. So ein bisschen. Wir können so ein bisschen so rum schnacksen. Man sagt schnacksen und sagt man bei den Kids heutzutage, oder? Schnacksen und sagt man. Schnacksen und sagt man. Deswegen Banane für mich auf jeden Fall hier. Wenn ich ihn besser kennen würde, hätte er wahrscheinlich eine Möglichkeit aufzusteigen. Aber ich kenne ihn halt leider nicht so gut. Benno hingegen. Oh mein Gott, Dicke. Er würde in der Wohnung nicht existieren, aber du wärst trotzdem auf der Wellenlänge mit ihm. Er wäre immer auf Arbeit und irgendwas machen, aber er wäre komplett sauber. Wir ranken alle Berlin-Malay-Arten nach Mitbewohnerfaktoren. Benno ist ein Geist in einer Wohnung. Benno ist wahrscheinlich wirklich ein Geist in einer Wohnung. Er würde nicht existieren, außer wenn du ihn gerade brauchst. Dann sagt er so, hey, ja klar, kann ich dir mal schnell was von... Aber ich glaube, wenn du zu Benno sagst, Benno, ich würde gerne zu meinem Geburtstag eine Homeparty machen. Dann würde er sagen, ja klar. Ja, aber er wäre halt nicht da. Wahrscheinlich. Und er würde hingehen, ein bisschen so an der Ecke sitzen und sagen, so, boah, nee, keine Ahnung, jetzt einen Spaziergang machen oder so. Das glaube ich nicht mal. Ich glaube, er würde sich halt so assimilieren und so auf seine Benno-Art sich assimilieren einfach so, weißt du. Ja, okay, ich sehe es. Auf jeden Fall, also keine Frage ganz oben hinten. Ja, Benno gehört... Also er ist nicht Anni. Keine Diskussion. Ich glaube, Anni hat hier eine sehr schwierige Position zu überwinden, aber... Ja, weil er ist der perfekte Mitbewohner, aber halt nicht aktiv so. Er ist ein passivperfekter Mitbewohner. Ja, ja, genau, genau. Er ist da und du kannst wirklich alles machen und er passt sich perfekt an deine Bedürfnisse an. Ja. Das ist zu weit. Aber er kocht halt nicht für dich. Ey, vielleicht kocht er nicht. Und schon gar keine... Hast du schon mal mit Benno zusammen gegessen? Ich weiß nicht, ob er vielleicht kocht. Ja. Das ist auch hier. Okay. Okay. Ähm, anyway. Na, also ich sag das aus der... Ich meine, Benno hat ja mal zwei Wochen lang nichts gegessen, so aus Spaß. Mhm. Dementsprechend hat er in den zwei Wochen auch nichts gekocht. Ich glaube, wir müssen ganz kosten. Und das ist ja eine schlechte Quote. Ich finde, wenn wir hier über Menschen reden, müssen wir ein bisschen zurückhaltender sein. Nein, nein, nein. Wir lieben Benno. Wir lieben Benno. Das ist keine schlechte Sache, aber das ist eine schlechte Kochquote. Aber mit Personal Infos auch ein bisschen zurückhaltender. Ich finde... Ach so, ah. Oh, die Kategorien haben Farben geändert. Ich finde, es ist ein Classic Grün. Benno? Ja. Du kennst ihn gar nicht. Er war noch nie da. Er hat die coolste Urkunde aller Zeiten bekommen. Das kann ich nicht anders sagen. Eben. Ich habe dreimal chic gemalt und chic war mein Favorites zu malen. Also er kommt da oben hin. Also er ist aber ganz oben. Tut mir leid, Heide, aber du bist da halt ein bisschen... Also erstens, kennst du ihn nicht? True. Absolut wahr. Und zweitens, er ist schon hier. Wo soll er noch hin? Genau da soll er hin. Fertig. Wir machen weiter. Wir müssen nicht weiter darüber reden. Kevin hingegen. Marius hat mal mit Kevin gewohnt. Man hat mit Kevin gewohnt. Marius hat Expertise an seinem Freund. Ich weiß, dass... Da ist er. Marius, ist Kevin der beste Mitbewohner? Spielt er dir Klavier vor? Dicker, äh... Alter, ich habe ohne Witz, ich habe ohne Witz Mitbewohner, wo ich hingehen kann und sagen kann, hey, ich bin heute traurig, ich spiele mir was auf dem Klavier vor. Und er spielt die schönsten Sachen... Das würde Bob Target machen. Das würde er auf jeden Fall machen. Das ist Top Tier, in meinen Augen. Jeden Samstag Pancake-Sticker? Sorry, aber ich glaube, Anni wurde abgelöst. Anni wurde abgelöst. Samstag ist Stecken mir die Zahnwürste in den Mundtag. Hey, vor allem so... Every Definer's Better. Er spielt dir nicht nur was auf dem Klavier vor, wenn es dir scheiße geht, oder auch wenn es dir gut geht. Gitarre. Auch auf der Gitarre. Er ist auch noch am Pancakes-Maken. I could never... Hey. Brian hingegen... Weiter unten. Aber er kann auch Musik spielen. Marius, dir ist was runtergefallen? Nee, nicht, sorry. Er hat eine Band. Ja, und ich habe Brians Band auch schon live gesehen. Das war richtig sick. Marius und ich waren beim Konzert. Das war wirklich sick. Ich bezweifle halt, dass es eine Pancakes macht. Das Problem, was ich mit Brian habe... Er hat zwar eine Band, und wir lieben Musiker. Also ich möchte jederzeit... Ich würde immer mit einem Musiker zusammenziehen. Aber er ist Drummer. Und das ist die schwierigste Art von Mitbewohner Musiker. Das ist absolut die schwierigste Art. Arzen müssen drummen, Dicker. Schau, die muss drummen, Dicker. Drum ist fun. Alles andere ist okay, aber Drums... Aber Drums ist knackig. Ich habe aber nur zwei Tiers runter. Zwei Tiers runter schon? Ich meine, wie viel schlechter als Mensch kann er sein? Er hat halt aktiv schlechter Einfluss im... Also nicht, wir hassen ihn, weißt du nicht, aber halt... Ist halt laut. Also ich würde sagen, Brian ist ein Arschloch, und er muss ungefähr bei Barki bleiben. Wir hassen Brian. Ey, Dario... Unser nächster Mann ist Dario. Dario hat mir einmal... Wir hatten bei uns Stromausfall, bei uns zu Hause. Max, Özge und ich. Und Dario hat mir Tür und Tor geöffnet und hat mich bei sich übernachten lassen und hat mir sogar korrekte vegane Rüreei gemacht zum Frühstück. Und Dario, er ist für einen Atzen da. Deine Wohnung ist ein bisschen klein für mehr als eine Person, weil es eine Einraumwohnung ist. Aber zu zweit kann man das gut regeln. Und ich würde mit Dario auch in einer Einraumwohnung wohnen. Ich sage es so, wie es ist. Dario ist für mich safe hier. Aber Stopp, ist das nicht... Also alles, was du bisher gesagt hast, klingt nach einem absoluten Mitbewohrzen. Ja, ich muss sagen, fairerweise, Dario war nicht vorbereitet daraus, dass ich komme. Und ich war sonst noch nie bei ihm zu Hause, außer an dem Tag. Dario ist nicht mehr da, leider. Dennis, wie gesagt, es geht hier gerade um Mitbewohner, nicht Gast sein darf. Nein, 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 nein. Das ist schon ein bisschen anders. Das heißt, was ich sagen will jetzt, er war nicht vorbereitet, als ich kam. Weil ich spontan... Wir hatten Stromausfall in der Wohnung und ich wollte halt nicht in einer Wohnung ohne Strom pennen, vor allem, weil es auch kalt war. Ich habe einen Schluck auf, ich bin tot. Ach, Herr Jemine. Ja, Mann. Viel Erfolg beim Ankämpfen dagegen. Mir hilft immer sehr viel Wasser trinken. Und obwohl er unvorbereitet war, war es ein hervorragendes Erlebnis. Also er hat sich nicht aufs Gastgeberseid eingestellt und es war trotzdem sehr nice. Weißt du? Ja, aber wie gesagt, das ist ja etwas ganz anderes, als für mich zu wohnen. Weil wenn ein Gast kommt, dann tut man ja auch ein bisschen was für mich. Ja, aber er macht es ja nicht. Er war ja nicht darauf vorbereitet. Er hat ja seine Pläne nicht dafür umgestellt, dass ein Gast kommt. Also er hat schon darauf adaptiert, dass du ein Gast bist. Das ist etwas anderes, als dass er die ganze Zeit da ist. Aber wenn Dario die ganze Zeit in meinem Leben wäre, ich will ganz ehrlich zu dir sein, dann wäre mein Leben vielleicht sogar noch besser, als er sowieso schon ist. Das ist fair. Und ich glaube, es geht niemandem hier anders, oder? Ich meine, gut, ihr kennt jetzt Dario nicht gut, aber du kennst Dario ja wohl ein bisschen besser als Ove Somalik. Ich glaube, aber der zartlösten Tier wird halt ein bisschen zu sehr... Ich will, ich will, ich will, chat, chat, hört mal kurz nicht hin. Das ist jetzt diese Information, das ist Müffelkonski, hört bitte nicht hin. Das war ein bisschen mein Plan. Ach so. Na gut, ich finde, die Zahnrüstentier ist perfekt von der Größe gerade. Oder? Und wir können da noch mehr Leute rein. Da können noch mehr rein. Zum Beispiel Dario. Da ist er schon. Gucken wir an. Wer ist der nächste Tier? Duzan. Duzan. Wir haben, ähm, wir haben, äh, subjektive Meinungen dazu. Es gibt Leute, die mit Duzan zusammengewohnt haben. Wer? Stivo. Er ist doch gar nicht hier. Bella. Die ist doch gar nicht hier. Aber wir haben doch sicher schon mal von Ihnen gehört, was Sie über Duzan als Partner denken. Nichts Schlechtes. Konzi braucht für seine gesamte Hülse. Konzi ist thick. Herr Jethas VH wohnen als Bassist einfach mit einem Drama zusammen die Rhythm-WG-Sack. Ich habe meinen Arsch nicht gesehen. Konzi ist thick as fuck. Es gibt ein Foto von Konzis Arsch in einer Radlerhose und das ist so unglaublich. Ist thick. Ich verstehe nicht. Ihr wisst ja was ab. Er ist ein thicker Mutterficker. Ich werde Ficker oder Ficker. Ähm, okay. Duzan. Weiter geht's. Duzan ist sehr bedacht auf Reinlichkeit. Mhm. Was ja Bassist. Was ja absolut Bassist ist. Ich verstehe es sehr, weil ich glaube ich bin genauso. Ja, ich habe dich wohnen sehen. Ich hasse, ich hasse in Ordnung. Andererseits. Hast du mein Zimmer gesehen? Hast du die Anzahl an Spielzeugen gesehen? Ja, ja. Andererseits, also Hass ist hier. Machen ist hier und manchmal haben die sehr viel miteinander zu tun und manchmal nicht so viel. Okay, fair. Ey, ich war noch nie bei Duzan, egal ob damals in der WG hier in Charlottenburg oder ob in seiner WG mit Steve oder auch damals, als er alleine gewohnt hat. Aber es war folgendes, es war noch nie unordentlich, aber es war auch noch nie zu clean. Du hast nie das Gefühl gehabt, er muss gerade einen Mord vertuschen, weißt du? Auf jeden Fall. Kennst du diese Leute, wo du in die Wohnung kommst und das Gefühl hast, die haben gerade jemanden umgebracht? Meine Mom, Alter. Oh Gott. Alter, das ist so lustig. Ich wollte jetzt nicht am Stream deine Mom für Mörder outcallen, aber... Absolut. Ich bin dabei. Okay, das Mutter hat einen Menschen umgebracht. Nicht meine. Mindestens einen. Dann könnte sie, sie könnte, sie könnte einen Menschen umgebracht haben und niemand würde, und ich schwöre, niemand würde in der Welt der Wohnungen jemals was davon erfahren. Es sind auch so ein Ticken zu viele Krimi-Romane im Ruhm, also so ein Regal. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Es ist so ein bisschen zu viel. Ich wurde letztens darauf hingewiesen, dass es, wenn du in so in Cafés gehst, so nice in Cafés sind, dann sehen wir, wie 80% von denen einfach zu squeaky clean aus. Mir ist das vorher nicht aufgefallen, und seitdem schickert mich das komplett. Es sieht nicht mehr gemütlich aus, es ist einfach nur noch weiß und schwarz und das war's. Und das ist, was ich sagen würde, bei sowas... Stopp, was? Warte mal. Ich habe Dusan vor Benno hinter Dario gepackt. Stopp, nee, das sehe ich nicht. Nein, das sehe ich nicht. Er ist nicht aktiv oder passiv daran. Das sehe ich weder noch. Ich würde sagen, er ist ein absoluter Mitbewahrze. Ja, er ist ein absoluter Mitbewahrze. Er hat es alle gefickt. Nein, Mann, Jan hat gerade einfach abgeräumt. Hey, Miri, Miri, was geht? Miri! Hey, Miri, ich habe original vorhin gesagt, dieses Tier, Arzt, mit dem man es machen kann, sollte eigentlich nach ganz oben, aber... Ja, andererseits finde ich, genau da müsste er jetzt hin. Mit S meinte Mario. Miri, ich finde, du hast sie spät eingeklinkt, bin aus sehr guten Meinungen, und ich finde es sehr gut, dass du da bist. Hallo, Miri. Wie Schuhe aus. Hey, Herr Jischersvh, wir ziehen Schuhe aus zu Hause. Schuhe werden ausgezogen. Schuhe werden ausgezogen. Schuhe ausgesogen, ist keine Frage. Ich will nicht slendern, aber Niki, Anni ist heute bei mir reingekommen und hat die Schuhe nicht ausgezogen direkt. Ein Schuh runter. Consti, du slenderst. Es tut mir leid. Nein, oh mein Gott. Zu Hause macht sie das safe, aber einen runter. Ich war noch nicht bei Anni. Warum machen wir Dusan da rein? Das habe ich gerade gesagt. Es ist safe, ein Mitbewohner. Argument, er ist besser. Ich glaube, ich glaube, ich glaube halt wirklich, das ist nicht so ein Ding, wo halt... Safe. Zahnbürste teilen, Alter. Du wirst schon ein Problem machen. Es sind zu viele Menschen, mit denen du Zahnbürste... Dusan, jedenfalls. Ich habe in meinem Leben noch nie Probleme mit Dusan gehabt. Ich auch nicht. Dusan ist überhaupt kein Mensch, der sich in deine Probleme einmischen würde oder sowas. Ich glaube, wenn du mit ihm wohnst, kann das sein. Wir tun so, als wäre, ich habe keine Probleme mit ihm. Das Beste, was passieren kann. Das Beste, was passieren kann, ist, ich will meine fucking Zahnbürste mit dieser Person teilen, weil ich seinen scheiß Speichel in meinem Mund haben könnte. You know? Und das sind wir... Warum musst du das färgig klingen lassen? Ja, das wissen wir nicht. Und ich finde... Schuhe Anlass Nummer zu Gast ist null pro... Ja, null okay. Ich glaube, ich habe es jetzt einfach vergessen. Es ist die kontroverse Tealist ever. Ja, es ist kontrovers, aber andererseits based. Ich glaube auch, weil es so gute Meinung ist. Ich finde, wenn ich darüber nachdenke, finde ich die Position fair. Ja, finde ich fair. Danke, danke. Danke. Hört auf mich. Fabio Doe? Fabio Doe? Fabio, dicker. Ich liebe Fabio, wenn ich auch... Okay, jetzt muss was passieren. Wenn du jetzt Ragee slanderst, dann werde ich immer sauer. Er spielt WoW. Let's go. Max spielt auch WoW. Stopp. WoW spielen ist keine schlechte Eigenschaft. Kommt auf an, wie man spielt. Nein. Nein. Ich kenne die besten Menschen, die WoW spielen. WoW spielen ist keine schlechte Eigenschaft. Es gibt Ragee, die ich schon wieder spiele. Nicht gleich. Ich denke, ab zuvor, Kappe, du musst humble bleiben. Was geht? Wir sind schon gerade am Rageen. War ich schon drin? Parsex mit Domme. Ich kenne euch. Aber ich will nicht. Aber kannst du mir zeigen, wie sauber das bei mir ist? Hast du die Anzahl der sauberen Orte gesehen? Fabio jedenfalls. Dumme, als Gast immer erst mit der Zunge den Boden auschecken. Hey, Max. Er spielt sogar jetzt gerade WoW. Und deswegen, Max ist auch ein sauberer Typ. Er ist nicht über squeaky clean. Er ist wirklich angemessen sauber. Wir haben manchmal Phasen, wo wir uns ein bisschen gehen lassen. Und dann gucken wir uns an und sagen so. Und er guckt mich an und sagt so. Ja, du hast recht. Und das ist genau dieses Level an Mitbewohnerei, die ich will. Was Sauberkeit angeht. Lass uns uns angucken. Wir haben eine relativ niedrige Schmerzgrenze, würde ich schon noch sagen. Was eklig angeht. Dass wir beide so sind. Keine Ahnung. Da liegen Essensresten rum. Das ist eklig. Lass uns das jetzt behandeln. Und wenn Fabio als WoW-Spieler in dieselbe Kategorie fällt wie Max als WoW-Spieler. Sorry. Ich kann gar nichts anderes machen. War eigentlich auch schon besser drin. Argumentativ. Lupenrein. Lupenrein, oder? Nein, tut mir leid. Das sagt Konsti bei Dennis. Ich will mal ein bisschen dabei sein, wenn wir jetzt spielen. Das ist Young Hofer. Young Hofer am Tag. Ich will nicht. Young Seehofer, nein. Young Seehofer. Wer ist denn gerade? Ich sehe gerade. Jetzt kommt Hans. Okay. Warte mal ganz kurz. Ich war noch nie. Ich war das letzte Mal. Und ich check's nicht. Digga, ich... Stopp. Stopp mal. Stell mal ganz kurz. Ganz kurz. Wer ist das? Das ist Fabio. Wir lieben ihn. Wer ist Fabio? Er war leider noch nicht da, als du mal da warst. Er ist der Giga-Adze. Wir lieben ihn. Wir lieben ihn. Er ist ganz hinten im Top 10. Er ist ein Grundpfeiler unserer Welt. Ich hab nichts gesagt. Weiter geht's. Fabio ist ein Grundpfeiler unserer Welt. Ja. Wer? Los. Weiter geht's. Hans. Warte mal. Wer ist das? Wir können einander lesen. Das ist Hans. Das ist Hans. Hans war heute leider nicht da. Der Termeer baut Hans. Hans würde immer absagen. Hans ist die Art Mitbewohner, die er immer absagen würde, weil ich hab doch noch was zu tun. Die Sache ist... Die Sache ist... Stopp. Aber mein Lieblingsmitbewohner ist genau diese Kategorie. Das ist... Also... Ey, ich fühle es großartig, mit ihm zusammen zu wohnen, aber er ist immer so, ich bin verabredet. Und das ist schwer. Oder? Ja. Aber grün mindestens würde ich trotzdem... Hans ist für mich immer noch ein türkiser Atze. Hans ist türkiser Atze. Auf jeden Fall. Ich bin mit meinem Atze. Er ist so... Ich würde sagen, top of this tier. Aber was war denn da Party? War ich noch? Dicker, Partys, die Hans veranstaltet, werden auf jeden Fall sick. Partys, die Hans veranstaltet werden safe. Die werden sick. Die werden vielleicht ein bisschen außerhalb deiner Comfortzone stattfinden. Aber... Dann entdeckst du neue Horizonte. Okay, also ich akzeptiere... Also Dom hat auch gesagt, es hankt sich Anwalt. Das ist bestimmt nice, was treibt in der Comfortzone. Ey, ich wohne ja mit zwei Juristen zusammen. Es ist schwer, ne? Geht ab, geht ab, geht ab. Ich finde tatsächlich die Juragespräche am Frühstückstisch nicht immer interessant. Ich finde Jura-Gespräche super lustig klein. Sechs Jahre mit dem Juristen zu sein. Das ist hart. Aber andererseits kann ich den gesamten scheiß Juristen-Talks jetzt richtig gut... Du kannst auch so... Du kannst so... Du passst als Jurist, als Jurist, als Lawyer. Gerade im Bereich Schwarzrecht sind die Scheiß gut aufgestellt. Also warte schon mal, das ist kein Spaß. Okay. Ich finde beim nächsten... Beim nächsten muss ich pinkeln gehen. Das reicht mir. Ich muss pinkeln. Dennis, du musst gar nicht mit pinkeln. Ich gehe jetzt pissen. Dennis kommt einfach... Kannst du, zahnen musst du mit dem Schein. Dennis? Weil ich habe wahrscheinlich schon mal meine Zahnbürste... Wo ist Dennis? Ist das Dennis? Das ist Dennis. Das ist so ein Bild von dir von der Hauptstadt. Das ist das zweite Bild, nicht das, wo du gerade drauf bist. Also Dennis offiziell im Zahnbürste-Tier. Entschuldigung, aber... Ich muss mal ganz kurz... Dennis ist nicht nur die Kategorie Zahnbürste-Teilen. Dennis ist Kategorie... Ich beziehe dir die Couch neu. Stopp, ich beziehe nicht dir die Couch neu. Das muss auch nochmal gesagt werden. Dennis macht fantastisch zu Ruhe, ey. Dennis... Das weiß ich gar nicht. Aber Dennis bezieht nicht für dich die Couch, sondern für sich. Und das ist einfach... Ich finde, sowas muss appreciated werden. Okay, wow. Oder? Ich bin da gut, ich bin da gut. Ja. Dennis ist auf jeden Fall... Wenn jemand im Top-Tier ist, dann Dennis. Ich habe keine Ahnung, wer der Platz 1 im Top-Tier ist. Ich kenne diese Person nicht. Ich glaube es euch. Das ist Kevin. Ich weiß nicht. Er spielt Musikwürdig und macht Pancakes am Samstag. Ich kenne nur einen Kevin und der macht definitiv keine Musik oder Pancakes. Er ist sehr langsam. Kevin wäre ganz langsam. Auch guter Mitbewohner. Auch sehr guter Mitbewohner. Ich würde ihn feiern, aber er wäre eben nicht die Kategorie Pancakes und Musik. Okay. Kevin Moller, ja? Ist das das nächstes Jahr? Ich habe eine Smash. Für die nächste? Nicht zur nächsten Mal. Was für dich? Ähm... Wie gesagt... Oh mein Gott, ich bin als nächstes... Wir können Esteban anrufen. Also ich finde, hier ist er safe. Die Frage ist, ist er lieber. Telefon-Joker Esteban. Esteban ist ein Hund, Alter. Was? Oh, okay. Er soll mal seine Töpfersachen machen. Neulich hat da einen Topf rum, über eine Woche, Alter, mit so Schokoladen, angefangen zu schimmeln, Alter. Esteban ist nochmal ein Scheiß, Alter. Wow, das ist heftig. Das ist eklig, Alter. Ich bin immer die Mutter, die in der Gruppe schreibt. Ich glaube wirklich, bei Mitbewohnern, weil diese ganzen Leute hier, generell die meisten Leute, lassen so keinen Topf verschimmeln. Ich nie, Alter. Aber ich glaube, wir müssen mal anfangen, nach so einem Maßstab auch zu messen, weil ich glaube, dass wirklich diese 10% bei denen das passiert, die sind wirklich, also... Das ist wirklich hässlich, Alter. Das ist schlimm. Dennis, würdest du Töpfe rumstehen lassen, die du benutzt hast? Nein, ich wasche sie sofort ab. Ne? Jedes Mal. Same. Immer abwaschen. Oder zur Not, als über Nacht stehen lassen. Und Jojo macht das nicht, oder was? Ja, oder nach stehen lassen ist okay. Jojo macht das nicht, oder was? Nein, nein, es geht um Jan gerade. Ah, wo ist Jan denn? Ah, Jan lässt Töpfe stehen, oder was? Nein, 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 nein. Warum lässt du denn Töpfe stehen lassen? Weil ich habe doch... Vielleicht sogar das nicht mal. Du warst mal so cool. Dennis, ich habe Jan's Mitbewohner, das Ding, also Jan's neuen Mitbewohner habe ich halt den Spot besorgt. Genau. Weil das ist halt ein Kumpel von einer Freundin von mir. Ah. Ähm, und scheinbar hat der Schokolade im Topf verschwärts. Was? Acht Tage. Und wenn Jan sich darüber beschwert, dann würde ich sagen, das ist ein ganzes Worte. Also, verstümmelte Schokolade finde jeder normalerweise... Verstümmelte Schokolade. Verstümmelte Schokolade muss sich jeder aufregen. Da spiel er das Gehirn. War schon sehr ungeheuer. Äh, Leute, Jojo wohnt ja buchstäblich unter der Treppe wie bei Harry Potter. Echt jetzt? Er wohnt in so einer Kammer einfach. Der wäre auch fast bei mir eingezogen. Ey, das wäre wahrscheinlich super sick, weil seine Lebens... Ich glaube, Jojo kannst du wirklich einfach nur, egal welchen Space, geben, und er war so, okay, ich wohne hier jetzt. Ja, perfekt, dann bin ich jetzt hier. Ich habe ein 8,5 Meter Zimmer, er wollte da rein, es hat ihm nichts ausgemacht. Sein Zimmer ist kleiner. Ja, ich weiß. Sein Zimmer ist klein. Aber halt auch flieger. Ja, mein Jojo ist nicht so klein. Er hat ein Zimmer, das so klein ist, dass da kein Bett reinpasst. Die Wand ist an seinem Kopf und auf der anderen Seite der Wand ist er. What? Du streamst wirklich in einem Kleiderschmacht. Ja. Insane. Das ist sein Kleiderschmacht. Es ist sein Zimmer. Es ist wirklich so, ich war da einfach ab, Peter. Also der hat ein Bett... Auf dem Brief steht unter der Treppe, ja, auf seiner Adresse. Er zahlt auf ganz wenig Miete. Und die Eulen dem Brieger. Aber, äh, wollen wir Jojo auch ganz, ganz oben? Wollen wir eine, äh... Der braucht nicht viel, Herr Scheu. Zahnbürste mit dem Teil, das ist jetzt meine Frage. Das Ding mit Jojo ist, ich glaube, Jojo ist halt... Das ist sehr interessant. Du kannst mit Jojo immer alles machen. Ich habe Jojo noch nie zu irgendwas Nein sagen können. Original, egal was du machen willst, so, Jojo, wir machen das und das. Ja klar, bin ich dabei. Ja, vorhin. Jojo, wir machen an einem Tag folgende drei Sachen, machen wir an einem Tag. Wir gehen erst bowlern für drei Stunden. Er so, ja klar, ich bleib sogar länger. Dann, okay Jojo, danach gehen wir was kochen irgendwo. Er so, ja klar, ich bring Zutaten mit. Und dann sagst du, Jojo, und dann gehen wir mal schön auf eine WG-Party und lassen uns mal richtig schlimm vorlaufen. Er so, ja klar, darauf fahre ich den ganzen Tag. Jojo ist immer dabei. Er ist so ein Arzt, Digga. Ich glaube, Jojo ist ganz oben hin. Er ist wirklich, also, er ist so ein... Ganz, ganz vorne hin. Und das Ding ist, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie Jojo innerhalb von vier Wänden ist, aber außerhalb von vier Wänden ist er eine Legende. Er ist deutsche Ditto einfach. Er ist einfach deutsche Ditto, Digga. Ja, die kann man ganz vorne hinfallen. Ganz, ganz vorne. Ganz vorne, wirklich? Er ist so anpassungsfähig. Er macht ja die Pancakes, though. Das wissen wir nicht. Aber er ist auch Jojo. Ich glaube, er kocht schon. Jonas, denke ich, ohne Frage. Junge, Jonas wäre, glaube ich, richtig sick. Jonas ist noch viel sicker als Ditto. Er passt sich gar nicht an. Er weiß schon vorher, was du willst und macht es jedes Mal ohne nachzudenken. Ey, imagine mal, du hast halt einfach den Weekly Stream, aber halt als Mitbewohner. Das ist so krass. Du sagst also, boah, ey, Alter, so, keine Ahnung, so ein Mikrowelle wäre ganz gut. Und er ist dann so, okay. Und hier habe ich eine programmiert. Ich programmiere eine Mikrowelle. Genau das habe ich auch gerade sagen. Ich programmiere eine Mikrowelle. Wie geil? Okay, das ist klar. Wer ist das Nächste? Das ist Julian. Das ist Julian. Er ist auch ein Hartner. Da müssen wir Jonas mal fragen, ob er da erfahren hat. Jonas ist draußen, glaube ich, gerade. Jonas ist draußen? Also, ich sehe ihn irgendwo. Ich gehe ihn mal holen. Wir fragen den Bruder von Tavsy. Die Top-Heaviest hier. Ja, weil wir nur alle den ganz oben packen. Ey. Man will halt niemanden nach unten ziehen. Außer man an gutem Grund. Ich finde, da Barton wurde schon gerobbt. Eigentlich wurden alle schon gerobbt. Alle, die nicht ganz oben sind. Einfach alle ganz oben. Das ist ein bisschen problematisch, dass wir Leute das hier machen. Nur ein bisschen. Ich habe ja schon gewundert, nach welchen Kriterien wollt ihr jetzt die Leute sortieren? Ich hätte eher gehofft, dass es sowas ist, wie so, würde ich ein Bier mit trinken? Ja, das finde ich doch schlimmer. Weil mit dem Wunder kann man ja sagen, so, ja, ich bin faul. Wie viele Bier würde ich mit trinken? Da kann man zum Beispiel so Banane und so Hanen zum Beispiel aussortieren, weil die trinken ja gar nicht. Dann kannst du auch kein Bier mit dir trinken. Ja, gut. Okay. Bei Mitbewohner kann ich auch für mich sagen, ja gut. Ich bin ein bisschen nervig und so vielleicht. Es gibt Leute, mit denen kannst du halt zwei, drei Bier trinken. Oder einen. Was soll man machen? Einfach. Wo du sagst, okay, ey, wir lassen uns jeden Tag verlaufen, bis wir sterben, Alter. Ja, okay, das ist nur das. Was will man machen, meine Allerzene? Das ist schwer. Wer ist der nach Julian? Ich erkenne es gar nicht. Gutes. Das ist ein großes Bild. Erkennst du das? Das ist zur Hälfte durch, ne? Wer ist das? Nach Julian. Das ist Kahn. Kahn, oh shit. Ja, von dem habe ich es zweimal im Weekly gesehen. Ey, er hat mich zum Ende der Line gefahren. Er ist ein Homie. Hallo. Als nächstes ist Julian. Oh mein Gott, niemand kennt Julian. Stopp. Ja, das ist ein Bruder von Julian. Nein, stopp, 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 ganz los. Das ist Julian Hartmann. Er zieht auf. Jonas Bruder. Er ist cool. Wir alle lieben Julian. Wir wollten Jonas fragen nach seiner Meinung. Er hat mal in dem Haus gewohnt, in Charlottenburg, mit allen in Zukunft. Oh mein Gott, natürlich kenne ich ihn. Oh, nicht mehr? Er wohnt in Hamburg. Kaiser Friedrichschaße? Er wohnt in Hamburg. Ja, stimmt. All das ist dein Space-Ris im Stuhl. Das Haus, ich wollte es nur sagen. Ja gut, dann nehme ich ihn aus. Das Haus, ich wollte es nur sagen. Das Haus, ich wollte es nur sagen. Und seine WG, Hamed und Malte, meine Schulfreunde, die Ex von Dario und ein random Bumble-Date von mir geworfen. Decker Bumble-Date? Stopp. Random Bumble-Date. Das war nicht alles ein und dieselbe Person. Was? Was du alles aufgezählt hast. Hättet ihr selbe Person sein können. Double-Date, die Ex. Aber das war nicht so. Das ist nicht so. Apropos. Obwohl, ich war mal mit dem Bumble-Date. Mit der Mittenmoderin von der Ex von Dario. Warte mal ganz kurz. Machen wir hier gerade ein Tierlist Thursday without the original Tierlist. Wir machen ja nicht weiter. Wir besprechen. Wir besprechen. Wir ziehen ja nichts um ihn. Ich muss an dieser Stelle einfach aus Fairness die Frage in den Chat werfen. Ist es okay, dass wir das überhaupt wieder ranken? Das haben wir auch schon angesprochen. Also Maxi, bin ich gerankt auf jeden Fall? Ich weiß nicht. Die, die wollen, ich weiß. Menschen sind gerankt. Ist nicht böse gemeint, I don't know. Gedanken, die nicht gerankt. Ich finde, mein persönlicher Take dazu ist, dass ich alles, was ich habe, ich bisher erlebt habe, extrem viel Appreciation für die Person, die überkommt. Und dass es kein Slender ist. Und dass es hier nicht darum geht, hier irgendwie zu sagen, diese Person ist besser als Person A oder Person B. Sondern eher so eine Art, wir zählen lustige Eigenarten der Person auf und sagen, mit denen könnten wir richtig gut und mit diesen Eigenarten könnten wir weniger gut. Es wird wirklich niemand geslendert. Und die Sache ist einfach, die letzte Kategorie, das Schlechteste, was einem passieren kann, ist, bist ein Arzt, aber kein Mittwoch von Atze. Und ich meine, das ist halt, also da muss man auch sagen, das ist einfach nur sehr hohen und deswegen finde ich für mein, sorry, ich rede kurz zu Ende, aber danach dachtest du sofort. Deswegen finde ich, habe ich nicht das Gefühl, dass wir hier gerade schlecht über Menschen reden, sondern dass es eher so eine Art ist, wir packen lustige Storys aus. Wir packen die Pizzas da. Oh, schön. Konzi hat Pizza bekommen. Konzi hat Pizza. Ein umso besserer Moment, um ein bisschen länger einzusteigen darin, was ich sagen wollte. Ich glaube, dass der Punkt von dieser Sache ist mehr so, wir ziehen lustige Eigenarten auf, wir ranken Finger auf. Nein, das tun wir eigentlich nicht. Oh, shit. 10 Mal 20. Easy. Okay, anyways, chat, ihr versteht mich, ihr wisst, was ich meine, ich glaube, ich glaube, das ist hier mehr ein Appreciation-Chat als in irgendeiner Art von Schlendern. Wir haben auf dich gewartet, weil es dein fucking Chat ist. Wir haben auf dein fucking Chat gewartet. Bis jetzt ist keiner dagegen zumindest. Naja, das muss ich jetzt nicht sagen. Ich habe kurz meinen Faden verloren, weil ich einen Armdrücken hinter Brücken gegen Jenny Krenzel-Girl gemacht habe. Punkt ist, niemand wird hier geslendert. Wir appreciaten jeden. Wir zählen lustige Eigenarten auf und hoffen, dass die Leute das als liebevoll und als wehrschätzend erfindet, weil wir empfinden es genau so. Und wir freuen uns über euch alle. Los geht's, weiter geht's. Ich bin raus. Also ich habe mit ihm 16 Jahre ein Zimmer geteilt. Oh wirklich, ja. Zimmer sogar. Ja, wir sind halt... Das war meins gewesen. Da kenne ich gerade noch. War das dein? Ja, der spricht nach dem Fall. Deiner. Also das ist schon geil. Er hat mich zu Melee gebracht. Nice, das ist base. Das ist schon richtig. Schau mal ganz kurz und hätte irgendjemand, äh, Jonas, nicht zu Melee gebracht, dann würden wir alle zaffern und zwar auf Hardtide. Wir können an der Stelle auch gar nichts machen als Schloss hier. Es können nichts anderes tun. Es ist einfach das Anarchivlos. Wir haben den Bundesabstand ein auf jeden Fall. Der beste Mensch der Welt bis hierhin. Ich. Kahn, though. Was machen wir mit Kahn? Neu, Jeff. Er hat sein Hobby, er hat mich zu Ende auf the line gefahren, das war sehr nett. Nice. Danke nochmal. Ende auf the line. Also er hat dich um die Ecke gefahren. Von Charlottenburg nach Charlottenburg. Ja, ja, genau. Okay. Von hier nach Westen. Oh, das ist noch weniger weit. Das ist noch weniger, tatsächlich. Oh, go, let's go. Es gibt Pizzer. Pizzer. Ey, Chad, willst du Pizza? Ey, Chad, will die Pizza? Ja. Eddie Pizzer. Eddie Pizzer ist in der... Hello, Pizza Boy. Anyway. Ich weiß nicht, wer die Rees bestellt hat. Wir sind nicht gesponsert. Halt die nicht die Kappen. Warte. Wenn du uns sponst, DM. DM Berlin Smash für Sponsoring Contracts. We are reaching 16 viewers at the moment and it's just rising. Hell yeah. Hey, what's up, Duneut? You're still in the chat. What's up? Oh, Duneut. Das kriegt man, wenn Rees bestellt? Das kann man bestellen. Das ist das Ergebnis. Das gibt es an jeder Linie. Drei, zwei, eins. Here we go. Drei, zwei. Das war das Erste? Das war sehr wichtig. Nein, das... Wir tun mal so, als würde ich mich daran stören, dass es... Ich störe mich daran nicht. Ich bin ein schlechter Mitbewohner. Oh, shit. Geil. Ich bin auch ein richtig schlechter Mitbewohner. Okay. Guten Hunger, Leute. Ich bin, glaube ich, ein jitten guter Mitbewohner. Ich bin so jemand, der die eine Person, die den Adventskalender, den wir alle machen wollten, nicht vergessen hat. Oh, shit. Die eine Person, die ständig einfach viel zu geiles Essen kocht. Hat jemand vielleicht Erdnusssaladien? Und alle so, okay, ich esse mal mit. Was will denn? Bei Peanutbads. Welche rausfinden? Und ich mache das Bad gerne. Ich habe absolut keine... Worum ich schlecht bin... Das wäre so weird. Das wäre... Bad machen. That's it. Bad. Das Badezimmer. Das Badezimmer. Ja. Bad. Junge, mein Mitbewohner hält sich schon wieder nicht an den Putzplan, Digga. Henry, mach mal jetzt den Spass. Ich finde es wie... Henry... Nein, fuck. Wandert weinhalb unten. Oh mein Gott. Ich finde es richtig geil, wie ich das wiffigst mache. Mach mal ein dummes Schwein. Ich weiß nicht, warum ich mich entschuldige. Deswegen ist es nicht passiert. Dennis? Man muss das einfach so, wie ich von Wayne und Deppi mache. Einfach mit Putzplan mit Matches regeln. Ja. True. Wir kommen noch zu dem. Aber ich würde es mir abgewöhneln. Aber die, die hier in Putzplan mit Matches sind, das ist so base einfach. Sie ist weg. Kahn jedenfalls. Einfach medias gesellschaftlich. Ich glaube, Kahn ist so ein... Kahn verbringt seine meiste Zeit zu Hause. Und ich glaube, er möchte sich wohlfühlen in seinem Reich. Ich kann mein Bier hier nicht hinstellen, weil ich so Angst habe, wenn es abgültig ist. Danke. Und ich glaube, dadurch, dass Kahn die meiste Zeit zu Hause ist, und er sich wohlfühlt in seinem Reich und wohlfühlen will in seinem Reich, ist er auf jeden Fall ein mindestens absoluter Miebe-Wortze. Wir müssen ganz heute an dieser Stelle, äh, fuck Wohnzimmer aufräumen. Das stimmt nicht. Das ist einfach falsch. An dieser Stelle, das ist einfach, in meinen Augen, ist es einfach ein falscher, möglicher, nein, möglicher, aber nicht unbedingt korrektes Tag. Das ist so geil. Das muss ich sagen. Ihr Leute, ein piece... Ich habe es jetzt erst so ein halbes Stuhl. Dann hat es übrig bleibt. Okay, okay, stopp. Ein Piece of Hits. Also eigentlich... Was ist das gleiche? Ähm, ja, ist ja schon... Fungi und zu... Jedenfalls glaube ich, dass Kahn ein sehr angenehmer Mitwohner wäre, aber auch kein sehr ereignisreicher. Ich glaube, Kahn wäre so jemand... Ich habe mit so jemandem zusammengewohnt. Es gibt genug, ja? Der, die... Na, mit jemandem, den ich mir wie Kahn eigentlich vorstelle, der so... Jetzt habe ich doch Bock wohl hier. ...die ganze Zeit ein eigenes Lüftchen kocht, so, der sein Ding macht. Und es ist auch total cool, es ist auch base, dass du so jemanden hast, der halt... Der hat einfach... Der kommt parat und der macht sein Ding und der trägt auch seinen Teil zu der Gemeinschaft bei. Aber er ist niemand, der dein Leben nachhaltig beeinflussen wird. Und deswegen denke ich, Kahn ist ein Arzt, mit dem man es machen kann. Die Sache ist, kurzer Break von diesem sehr intellektuellen und absolut hochwertigen Content, den Dennis euch gerade läuft, mein sehr Low-Tier-Content zum Thema Pizza. Selbstbedingte Pizza in meinen Augen. Menschen, die gerne wollen, dass Blattspinner, dass der Pizza ist, sind die gleichen Menschen, die gerne wollen, dass Champignons auf der Pizza sind. Und an dieser Stelle, all das habe ich nicht gesagt. All das, wrong. Aber die Sache, das ist die gleichen Menschen, die gerne Champignons auf der Pizza hätten. Und dazu haben wir ein Ergebnis. Man kriegt Pizza, auf der Spinat und Champignons sind. Und dann fühlt man sich so, wie wenn sein einer Mitbewohner, der eine, der es immer gut meint, aber der einfach nicht kochen kann. Wenn der so eine kleine Gnocchi-Pfanne macht und denkst du, das sind die letzten Gnocchi, die wir in dieser Wicke haben. Aber mach mal. Und dann holt er den Teethil-Spinat raus. Und dann holt er die Champignons raus. Und dann schneidet die so klein und brettet sie so in der Pfanne an. Und wir alle sitzen so da und denken so, Blattspinat und Champignons. Wir können das verbinden. Mit ein bisschen Sahne, mit so ein bisschen Rosmarin. Wir können da eine Richtung, wir können das finden. Und die Sache ist, nein, werden wir nicht. Und genauso schmeckt diese Pizza. Die schmeckt komplett random. Genauso wie die kleinen Gnocchi-Pfanne, die dieser mit dem Wunderland zusammenhaut. Und der, der du einfach nicht böse sein kannst. Ich meine, wie lieb ist es? Es ist wunderschön. Jeder freut sich. Aber jeder denkt sich auch so, hättest du mir einfach diese scheiß Gnocchi überlassen? Das hätte einfach so gut werden können. Zwei Sekunden. Zwei Sekunden, Jan. Ich habe hier gerade ein bisschen Traumata. Das ist gerade ich, ich verarbeite gerade was. Live on camera. Das hattest du schon? Vier. Das ist meine Sache. Das ist mir, dass wir keine Luft haben. Die Sache ist, Pizza mit Spinat und Champignons. Sie hält dir doch die Pizza aus, heute. Yellow flag, if there ever was one. Ich sage, mehr sage ich nicht. Das war die kleine On-Air-Coping-Session von Heide. Das ist das Problem, was du mit Ofis hast. Es geht jedenfalls um Khan. Und wie gesagt, ich glaube, Khan ist die Art Mitbewohner, die niemals etwas Wronges macht und auch nicht so viel beiträgt. Ich glaube, Khan ist der King of Atze, mit dem man es machen kann. Genau da. Soll ich das mal irgendwie? Okay, jetzt hast du meine Welt komplett durcheinander gebrochen. Nein. Steuerung Z, schnell. Steuerung Z. Du bist doch einfach nicht weg. Save me. Achso, ich war auf der ganz falschen Khan. Khan ist auf jeden Fall dieser King. Konzi hingegen. Oh, schön. Gut, dass er gerade nicht da ist. Ich glaube, ich komme unter dir. Konzi kriegt gerade nichts mit und ist noch nicht da. Er ist genau hinter dir. Ja, safe. Aber ich heime es mit Ehre dort ein. Niemand will argumentieren. Niemand will was dagegen sagen. Oh, schön. Liva. Sehr gut. Wir lieben Liva. Also wir können doch mal kurz über Konzi reden. Ich glaube, Konzi ist ein... Aber er ist mit Konzi weg. Konzi ist ein perfekt ausreichend reinlicher Mensch. Er ist nicht zu eklig reinlich. Konzi nervt dich, wenn du nicht reinlich genug bist. Muss man auch sagen. Ja, ja, aber weißt du was, weißt du was? Auf ne gute, auf ne gute Art. Wenn ich in Konzis Wohnung bin, dann fühle ich mich, als wäre das genau mein Komfort-Level an reinlich. Das ist genau mein Komfort-Level an reinlich, wenn ich bei Konzi bin. Und ich denke mir, ich glaube, wenn er mich nerven würde, dann wäre es auch wirklich angebracht. Absolut wahr. Und deswegen finde ich es sehr fair. Aber andererseits muss man auch sagen, jemand, bei dem du weißt, wenn er dir was... So ein Feedback gibt, ist es immer berechtigt, dafür ist ich auch ein bisschen scheiße. Ist auch so. Ich fühle mich bei Konzi eh immer ein bisschen scheiße. Nein, 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 bei Konzi fühlt man sich grundsätzlich wohl. Konzi ist dafür da, dass alle Menschen sich wohlfühlen, alle sind gut drauf, alle sind im Zweifel... Aber Rondi geschürzt wieder ein. Konzi, verpiss dich, du hast einfach nichts zu suchen gerade. Anyway, jetzt wo wir Konzi korrekt geraint haben, Liver. Leute, als Liver noch am Berlin war, ich glaube, der einzige von uns, der Liver vielleicht noch kennengelernt haben könnte, wäre Konzi. Warst du mal bei Liver zu Hause? Und wie war es? Es war Knorke. Ich war in seinem Keller auf den Fernseher abgeholt. End of the line, oder? Und die Fernsehermediazierung. Genau, die Fernseher haben auch noch hin. Ich war mehrmals, als Liver in Spandau gewohnt hat, war ich, glaube ich, zwei, dreimal da. Die Wohnung war immer nice, es war auch so... Also er war auf jeden Fall auf Besuch vorgehört. Weißt du, du kennst so Leute, der weiß, dass du kommst und der macht sich so den extra effort. Und du siehst aber an allen Ecken und Enden siehst du so... Da wurde sich Mühe gemacht. So ist der nicht normal. Das ist nicht normal. Aber er wohnt in Spandau. Ja, Spandau ist halt ein Problem. Er wohnt inzwischen in der Schweiz. Insider-Info. Er wohnt in der Schweiz jetzt. Du und du. Du und du weißt Bescheid. Er wohnt auch in Spandau. Spandau zu Schweiz, Mann. Und ich auch, let's go für Spandau. Ich glaube, Liver ist... Ich glaube, Liver ist... Ich schau und schweig, ich bin jetzt so heile Ecke. Das ist nicht Berlin. Liver ist auf jeden Fall ein Arzt, mit dem man's machen kann. Das geworden auch, das ist ein Spandau. Luma, sorry, aber ich kann... Bro, Bro. Was soll ich mit Luma machen? Er muss da hin. Luma ist... Luma ist der perfekte Arzt. Richtig. Luma ist ein hervorragender Koch, ein besserer Koch, als ich jemals einen gesehen habe. Und er macht das... Ja. Und er macht das gerne und freiwillig. Krass. Und er will, dass du seine verrückten Kreationen probierst, wie zum Beispiel damals, als der Das ist mein Traum mit Bewohner, Alter. Bekoch mich, bitte. Hey. Und Luma ist dazu, natürlich, ist er ein Arzt, der down with whatever ist. Egal, was du machst. Das hatten wir bei Jojo vorhin schon so. Luma ist so ein... Egal, was du machst, er so... Ja, klar, bin ich dabei. So. Ja, hör damit, Digga. Normal. Wenn du zu Luma sagst, Luma, ich hab Geburtstag, wir machen Homeparty. Er sagt so... Ja, klar, ich lad alle meine Freunde auch noch ein. Ja, geil. Und du so, genau so muss es sein. Geil. Luma ist der größte Homey. Und Luma... Aber ich muss fairerweise sagen, ich bin sehr biased, weil Luma ist der Mensch aus der Melee-Community, den ich am allerlängsten kenne. Ich kenne ihn seit 2006. Er hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Da war ich 8. Ja, ja. Da war ich 6, beziehungsweise 7 Jahre alt. Unser Opa hier. Ja, ich bin... 30, glaube ich, erzählt man sich. Und ich kenne Luma seit 15 Jahren in etwa. Und es ist halt... Es ist wirklich einfach nur ein Arzt. Marius hingegen. Marius ist noch hier. So geil. Klar. Ich habe gehört, dass Marius... Welch ist der von Mainz? Ganz laut. Das Leere ist nicht dein. Nee. Das wäre untypisch. Vielleicht kannst du auch... Du musst mich jetzt halten, oder? Ja, du musst dich halten. Weißt du, welches Mainz ist? Was ich von Konsti gehört habe, wie scheiße Marius als Mitbewohner sein soll. Wenn ich jetzt mit euch... Ich hab's doch mal ganz kurz... Ich hab's doch mal ganz kurz... Auf jeden Fall Marius. Marius ist einfach einer der... Der besten Mitbewohner, die man sich vorstellen kann. Er bringt einem... Konsti halt einfach... Er bringt einem einen Kaffee... Und er lässt sie in deinem Bett stehen, damit man sie später findet. Genau so habe ich gerade gesagt. Er bringt dir voll in dein Bett und dann kannst du Kaffee trinken im Bett. Wie geil. Was ist denn Service? Ey, das hydriert einfach. Hydriert und wach. Alter, kalter Kaffee. Konsti ist bias an der Stelle. Und wir müssen einfach alle sagen, das ist falsch. Marius ist ein super aufmerksamer, liebevoller und sehr wachsamer Mitbewohner, der genau weiß, was du brauchst. Und im Zweifelsfall ist es ein kalter Kaffee in deinem dritten Kissen, mit dem du nicht rechnest. Und die Sache ist, vielleicht können manche Menschen es nicht appreciaten. Fair. Das mag sein. Aber der Kaffee ist eine gute Geste. Und Menschen, die gute Gesten bringen, sollten hoch geranket werden. Und von daher müssen wir ein absolut... Also gar keine Frage, sonst sterbe ich hier an dieser Stelle. Aber Marius muss mindestens Türkistier werden. Absoluter Mitbewahrze. Ist Marius besser als Young Dog? Ja. War Marius auch ein Schiller gewiss? Ist ihm ja scheißegal. Wir sind ein guter Zeugnis. I don't fucking care. Würde ich mit Marius 3000 mal lieber zusammen... Ja. Als mit Jan. Ich habe keine Ahnung. Das ist ziemlich wies von dir. Ich habe dutzende Gesten dafür. Ich mach's sauber. Das Schiller-Gemüs Schüler... Nicht ordentlich sind. Würde ich sagen. Ich würde Marius trotzdem höher ranken. Also ich bin nicht auf Ende. Das ist mir scheißegal. Hammer und Malte haben sich getrennt als WG, weil sie beide so scheiße unordentlich waren. Stopp mal ganz kurz. Niemand approfst diesen Marius Slender hier gerade. Niemand will das und niemand will das sehen. Der Chat ist abgefuckt. Wir haben noch so 15 Zuschauer. Und all die müssen jetzt abgeholt werden mit einfach einer wholesome Story. Und Marius ist einfach einer der liebsten Menschen, die es oft gibt auf dieser Welt. Ja, ich liebe Marius. Und jeder liebt Marius. Selbst die Menschen, die ihn gerade geslendert haben, lieben ihn. Und ohne Lulu. Und an dieser Stelle müssen wir sagen... Ich habe Marius nicht mehr geslendert. Parsec. Und nun hätte das auch immerhin gesagt. Krieg ich. Und deswegen... Wir machen nur Lulu. Also nichts wäre mir egaler, als ob ich Marius Zahnlöste in meinem Schlund hätte. Oder nicht. Und deswegen wäre Marius einfach Top Tier für mich. Und jetzt macht man einen besseren Take, um zu sagen, ihr gehört da nicht hin. Marius gehört für mich an folgende Stelle. Oh shit. Und genau an diese Stelle gehört er. Und genau dahin und einfach... Dennis hat es verstanden. Dennis hat es verstanden. Eine gute Kaffeetasteteil. Musst du auch. Du hast keine Wahl. Und die andere Sache ist... Oh, was willst du denn mal machen? Du meinst, das ist das Gleiche. Wie Zahnbussetal. Ich mache die Regeln nicht. Weißt du, wenn eine Katze dir was hinlegt, dann bist du auch so. Cool, danke. Du bist so ein toter Vogel damit. Marius. Kann man mit ihm spielen. Du bist eine Katze. Oh, halt so. Der hört sich zu mir. Deshalb bin ich noch hier. Ich kenne die aller wenigsten dieser Menschen. Und Katzen. Danke, JCM Powell. Welcher Powell bist du? Ich kenne so viele Powells. JCM Powell? Du setzt mich jetzt ein Hundemensch. Dennis, Dennis, der gehört da hinten. Das musst du. Dennis, der hat mich jetzt Hundemensch genannt. Fancy, bist du ein Hundemensch oder nicht? Consti? Nein, Pistole auf die Brust, Hunde oder Katze? Katze. Gib mir deine Hand. Gib mir deine Hand. Gib mir deine Hand. Er weiß genau, dass er einfach Hundemensch ist. Bist du nicht. Stopp, er ist ein Katzenmensch? Du verstehst nicht, dass du ihn gerade als Hund bezeichnet hast. Habe ich nicht. Das ist, was er meint. Das ist, was er meint. Okay, okay, das habe ich nie gemacht. Oh no. Oh no. Oh no. Jetzt geht er weg. Ich bin genauso beleidigt wie ihr, Chad, dass ich hinter Consti und Marius gelandet bin. Aber wir müssen alle damit leben. Dennis ist einfach auch so ein bisschen so eine linke Sau. Er war so, wie ich weiß genau, warum es hier gerade geht. Pseudadene. Nein, ich wusste, dass du das nicht meintest. Ja. Ich habe Pseudadene, Powell. Wie link von mir. Also cool, dass du hier bist, ne, Powell? Aber auch so. Ach, wir deine Teile. Ganz ehrlich, wir können damit arbeiten. Dennis, du wärst Zahnbürsten, Team Nummer 1. Dennis, kannst du dem Pseudadene, Powell? Wenn ich jemanden weniger hassen würde als dich, dann wäre das berichtenswert. Das ist ein Melee-Azte. Welcher Powell? Er heißt einfach Powell. Also sein J.C.M. Powell heißt Just Call Me Paul. Oh. Und er ist einer von den Valhalla-TOs. Oh shit, okay. Krass. Es gibt so viele Pauls. Als nächstes übrigens in der Liste haben wir Marley. Marley. Auch noch hier. Großer Hoffnungsträger. Marley ist auch noch da, Le. Marley ist gut da. Marley! Marley! Marley, bist du ein guter Mitbewohner? Ja. Okay, dann machen wir ihn ganz oben hin. Warte mal, steck Marley. Deine Top 3, äh, Eigenschaften als Mitbewohner. Jesus. Er hat immer für den Queller. Nice. True. Katze. Wo ist eine Katze? Wo ist eine fucking Katze? Fuck yeah. Er hat eine Katze, ab in die Top Tier. Ich hab auch eine Katze. Nice, okay. Marley, Top Tier für mich, er hat eine Katze. Katze? Hülern hat zwei Katze. Was war der dritte Katze? In Hamburg jetzt. War die vorher hier? Also, ist ja ein bisschen... Manchmal nicht so besucht. Nee, die Katze kam. Aber der kann nicht ultimativ sagen, was seine... Er ist auch humble. Ey, wir alle lieben auch ein gutes Mystery. Das war so geil, wo ich... Marley ist der Mysterybewohner, den ich an der Stelle hinter André gern hätte. Ja, Jonas, ist mir egal. Kannst du Marley bitte hinter André packen, ans Ende von Zahnbürste-Teilens hier? Na klar. Marley. Marley hat uns noch keinen Laptop geschenkt, aber vielleicht macht er's noch. Aber er bringt Katzen mit. Das ist ein Mystery. Aber er bringt Katzen mit. Niki ist da, let's go. Niki mit dem Zahn. Let's go. Danke, Niki, für den Zahn. Zwei Monate. Danke für den Zahn, Alters. Echt krass. Das war unsere Custom-Zahn-Message. Boah, fick dieses Game, Alters. Echt krass. Ey, dieser Original-Clip. Also, ich hab ja einen Smash-Spieler nachgesprochen. Marco, auch bekannt als Mojo-Hans aus Wien. Und es gibt einen Clip von ihm, wo er gegen Stormred verliert. Und er sagt so... Echt, Marco? Und er sagt so Original. Stormred, so Komody, du machst so ein Billo. Gimp-Edge-Guard mit Samus. Und Mojo-Hans sagt so... Alter, wollt ihr mich verarschen? Und dann geht die Combo so weiter und er verliert den Stock und er verliert das Match. Und er so... Boah, fick dieses Game. Alter, das ist echt krass. Und das ist halt, woher mein Sub-Alert kommt. Echt jetzt? Ich hab das einfach nachgesprochen. Ich hab einfach nachgesprochen. Ach so. Boah, danke für den Sub, Alter. Das ist echt krass. Geil. Ich bin eh noch, dass du eine 1% schenkst, dass du anstatt Sub-Saps sagst. Sub. Und nun, Lulu hat auch zwei Katzen. Oh ja, deswegen ist auch Lulu auch da ganz oben. Er hat eine Katze mehr als Marley, deswegen ist er einen davor. Ich wollte gerade sagen, ne? Ja, Julian hat ja auch zwei Katzen. Und deswegen ist er ganz oben, weil er hat aber auch Atzen zu Melee gebracht und hat unseren Stream geboren. Julian ist schon sehr geil. Er hat mich sehr willkommen. Anyway, Michael ist der Nächste. Wir lassen Maxi aus. Den können wir da hinten schieben, oder? Ja, wir schieben Maxi nach ganz hinten. Er möchte nicht, also schieben wir da ganz hinten. Genau. Jetzt kommt Michael als nächstes. Michael und... Wir haben hier direkt einen Doppelpack. Warte, den packe ich auch noch nach vorne. Genau, wir packe ihn direkt dazu. Wir können Michael und Sam nicht trennen. Team Schwiffy ist... Team Schwiffy... Naja, hier ist nur einer gerade, ne? Sie sind unzertrennbar. Sie sind literally getrennt. Sam ist in meinem Herzen auch hier, weil Michael da ist. Und umgekehrt. Okay, das stimmt. Team Schwiffy ist... Was ich super geil finde bei Team Schwiffy, ist, dass sie ihre Haushaltstätigkeiten wie Spülmaschine ausräumen, Müll runterbringen, Balkon wischen oder was weiß ich so, das klären die in Melee. No way. Für mich wäre das total geil, weil ich viel besser bin als die. Das wäre für mich halt eine ideale WG. Und du würdest auch trainieren dabei? Nee. Die müssten trainieren dafür. Ich würde viel lieber mit denen grinden, wenn es um nichts geht, damit die halt auch locker sind. Weißt du, das wäre mir lieber. Aber ich finde Team Schwiffy sind auf jeden Fall absolute Miebevo-Adsen. Ist okay. Ich glaube, das sind absolute Miebevo-Adsen. Ey, Sims. Die machen die Schwiffy genau hier neugmeinander. Ach, stimmt. Und nicht mal Jan kann sich trennen. Ja, geil. Joga, was ist das Frech mit gerade von dieser Pizza? Ja, so ein bisschen so... Kindertal. Oh, schon. In unserer Kapitän haben die halt immer diese... Genau, diese Kolder Pizza-Pizza. Die tun wir jetzt aber Kolder Pizza. Wenn man bestellt, dann kommt es mit den Kapitänern für 1 Euro ein Stück raus. 1 Euro 1 Slice, ding. Das sind... Die haben trotzdem Verlustgeschäft gemacht. Das sind Großkapitalistenpreise, die hier angeboten werden. Die meinten, die haben Verlust gemacht damit. Ja, wem bald. Das hat 20 Euro. Aber ja, die Schwiffy sind auf jeden Fall in ihrer Lebensweise voraus. Das ist ganz klar. Und deswegen gehören sie auch in die absolute Miebevo-Adsen hier. Ich weiß sonst halt nicht viel von deren Zusammenleben. Das war sein Krieg, Alter. Ich war mal... Die haben eine WG in Kreuzberg, glaube ich. Und ich war mal da. Und es war ein bisschen Messi. Mehr Messi, als ich comfortable mit bin. Und das ist auch okay. Es ist immer noch eine Gegend, in der ich mich wohlfühle. Also es ist immer noch nicht uncomfortable. Es ist mehr so... Naja, es ist nicht uncomfortable. Es ist mehr so... Das wäre mir ein bisschen zu doll. Jeder? 5,5 Stunden. Jetzt kommen wir jetzt zu Michele. War irgendjemand von uns schon jemand bei Michele? Nein. Aber er ist cool. Er ist ein Mystery-Ads. Er kommt hierhin. Er ist zu mysteriös. Nein, das ist viel zu nett, wenn wir zu landen. Wir wissen nichts über Michele. Er ist ein... Der ist nicht mehr hier. Kann das sein? Michele ist reingehaut. Er ist reingehaut. Er hat nicht Schiss gesagt. Ganz ehrlich? Ich glaube, man kann viele Dinge über... 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 Ich würde es sagen. Aber mysteriöse Arzt auf jeden Fall. Genau eins davon. Oder er ist zu mysteriös. Scheiße, meine... Für meine Verstehung. Ja, ja. Das sehe ich. Du? Ja. Scheiße, Alter. Warum war der nicht mal hier bei mir zu Hause? Brauchst du jetzt auch noch mal... Nein, er verheilt. Er ist nicht mehr im Presse. Er ist nicht mehr. Er hat nichts, ja. Ich gehe mal um uns 12, aber ist mir egal. Ja. Ja. Sorry, klar. Ich habe deinen Platz für Anspruch kurz, aber... Wir müssen noch Nick davor ranken. Und Nicky. Oh, was? Wissen Sie um dich feiern? Ist Michele jetzt wirklich so mysteriös, dass wir ihn da hinmachen? Ja, aber er ist schon ultra geil, ne? Okay, er ist schon echt gut da. Stopp, wo? Er ist schon ein richtiger Homie. Er ist ein richtiger Arzt. Okay, die Sache ist... Michele ist ganz unten, weil er zu mysteriös ist. Nein, 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 falsch. Wir wissen nichts. Völlig falsch. Ich bin zum Bett dafür. Mindestens hier. Dann will ich einfach ein Meme-Tier wieder machen. Die Sache ist, ich will einfach auf meinem Leben was drum geben, mit Michele zusammen zu wohnen. Ich weiß nix, wie er wohnt, aber ich würde eine Dose haben, musst du mit ihm teilen. Das stimmt schon. Ich habe nie... Ich würde eine Dose haben, musst du mit ihm teilen. Ich würde einen Finger riskieren, um mit Michele zusammen zu wohnen. Ich sag's, was ist. Jetzt machst du ein Meme-Tier. Schreiben? Mystery-Tier. Schreiben Mystery-Man. Aber der kommt auf die Mitte. Aber mach den so, so wie dein Meme-Tier in die dritte Stufe, oder so. Nee, Mystery-Man mit E. Da kommen vielleicht noch mehr rein. Aber kann der auf die Mitte, der nach unten ist so ein bisschen... Mach's grau, genau. Und dann machen wir Michele da rein, weil es ist... Er ist ein fucking Mystery-Man. Er ist Bizarro-Land. Er ist Bizarro-Land. Die Sache ist einfach von der ganzen Liste bisher, I'm so sorry, I love you all. Aber ich würde niemanden so gern zusammenleben wie mit Michele. Er ist schon richtig süß. Und das ist das Mysterium. Warum regieren wir so und zu Hause immer solche Vergleiche zu essen? Mysterium. Was hat die Vergleichs mit Michele? Michele jedenfalls. Ach so. Unser Boy... Niki würde immer so hingehen und sagen so, wollen wir das nicht in Bele klären? Und dann würde er einen dummen Dirt-Joke machen. Runter mit ihm weg. Junge, er macht die Kasten, er macht die Dipps. Ich will Jokes schieben. Ich will mit Ruhm an dem Joke... Dirt-Jokes? Nein, was tust du hier? Warum machst du... Ich wollte noch kurz nach... Warum willst du Konzi und Marius tauschen? Konzi ist ein objektiv besserer Mitbewohner. Das stimmt. Du hast völlig recht. Das stimmt schon. Also, ich will nicht, weil Marius schlechtreden. Das stimmt einfach. Hey, das ist einfach Chaos, Einer-Züger. Also, Niki würde, das wäre so für zwei, drei Wochen richtig geil. Weil er würde ganz lustig kochen, so, du wirst voll viel dein Mehl lernen. Alter. Mega nice to dance. Er macht die besten Witze überhaupt. Und dann kommt der Turning Point. Ihr rangeht zu low, wie lieb Niki ist. Niki ist richtig lieb. Es gibt bei Niki keinen Turning Point. Niki ist der liebste Mensch in der Helle. Ich kenne Leute, die ich mit Niki vergleichen würde in der einen oder anderen Kategorie, wo es einen düsteren Turning Point gibt. Und Niki ist auf gar keinen Fall in dieser selben Kategorie. Niki ist base. Warum würdest du diese Leute denn mit Niki vergleichen, wenn es kein Turning Point gibt? Base in Melee Pills. Der Turning Point existiert. Nein, das stimmt nicht. Ihr habt in die Tiefen seiner Seele noch gar nicht reingeschaut. Du hast einfach nie erlebt, wenn du wirklich ganz, ganz, ganz tief warst. Die Tiefen von Nikis Seele sind Grundgut. Er ist wahrscheinlich einer der besten Menschen und er ist übertrieben chill. Er ist sehr reflektiert. Er ist der liebste Mensch. Er macht sich auch Gedanken über das Beisammensein, über das zivilisatorische Miteinander. Niki ist auf jeden Fall im obersten Tier. Also das ist für mich außer Frage. Er ist pure Harmonie. Hat er mir schon mal einen Laptop geschenkt? Ich denke nicht, er kommt unter André. Er kommt zwischen Mali und André. Alle über André haben wir auch noch gar keinen Laptop geschenkt. Mali ist nicht über André, deswegen. Ja, aber 20 Jahre. Was denn, der nächste? Keine Ahnung. Das ist Nick im Perfect. Nick aus Oslo. Und Nick, der verschissene Homie. Ich war bei ihm zu Hause, mehrfach. In mehreren verschiedenen Wohnungen von ihm. Krass. Und er hatte erst so Mitbewohner, bla bla bla. Und er hat immer gesagt, I hate these guys. Und aus den komplett richtigen Gründen. Er hat die Leute, er hat die Geistes immer aus den richtigen Gründen gehasstet. Ich war immer so, Nick, I feel you. This flat is fucked up. Und er so, yeah, super fucked up. I wanna get out of here. Und dann ist er mit seiner Freundin zusammengezogen. Er hat mal das wildste Berlin-WG-Leben gelebt. Voll, er hat nur mit abgewechsten Mitbewohnern gelebt. Wow, ich hasse dich halt, die nehmen nur Drogen. Wahrscheinlich ist es genau so gewesen. Und ich schwöre, er wäre wahrscheinlich wirklich einer der geilsten Mitbewohner. Weil er ist immer down für Melee. Er ist ein bisschen, ich war einmal mit ihm auf einer Party. Weil er ist auch ein paar Jahre älter. Er ist so 32, 33 oder so. Also noch älter als ich. Warte mal ganz kurz. What? Ja, es gibt es. Mittlerweile nicht mehr. Es geht auch noch so. Aber er war einmal mit auf einer WG-Party bei uns. Er war bei Bella und Dusan damals in der WG auf einer WG-Party. Und er kam so an und er ist so ein Dad einfach so. Er hat so eine richtig tolle Flasche Whisky mitgebracht. Und er sagt so, I thought it was a housewarming party and I brought a gift. Oh mein Gott, Alter. Er war super geil. Richtig tolle Flasche. Das war es nicht. Er war richtig gut. Er war richtig gut. Da habe ich schon Cola getrunken. Bist du mir leid. Und ja, Nick ist auf jeden Fall so. Er ist so, er ist classy. Er ist übertrieben funny. Er ist ein richtiger Atze. Okay. Und er hat alle WGs gehasst, in denen es Messie war. Und als er mit seiner Freundin zusammengezogen hat, war die Wohnung einfach premium. Boah, geil. Sie war auch nicht eklig sauber. Sie war nicht mordvertuschend sauber. Sie war einfach sick. Sie war sauber. Ja. Sie war sauber einfach. Man sieht, dass die bewohnt wurde. Genau, genau, genau. Mehr als das will ich auch nicht. Bei mir ist es aber scheiße. Und Nick ist für mich auf jeden Fall im Zahnbürste Teil 4. Das hat irgendwas zu berühren. Ja, Nicky hat abonniert. Oh, danke Nicky. Danke Nicky. Das war wirklich nur, weil er ihn so hochgepackt hat. Nein, es war 15 Minuten. Es war vorher vor jedem Moment. Sie gucken nur zu. Nicky jedenfalls. Über dieser Messdoppel-WG. Okay. Sie sich gegenseitig hassen und so. Es klingt sehr geil. Nick gehört darüber. Ich habe den noch nie getroffen. Als nächstes Microsoft Office. War irgendjemand von uns jemals bei Office zu Hause? Ich weiß nicht mal, wo er wohnt. Ich glaube, er wohnt in Hohenschönhausen, aber tut er wahrscheinlich nicht mehr. In Hotsdam. Korrekt. Du bist in Hotsdam. Hotsdam? Hotsdam? Hotsdam. Hotsdam. Hotsdam, jetzt Hotsdam. Okay. Also, er ist Ossi, was Based ist. Es dauert nicht so lange, dahin zu kommen, von mir aus. Was heißt das? Nach Hotsdam aus? Von hier? Hä? Na, von mir aus. Ach, von dir. Ja, ich bin Prenzelberger. Ja, das weiß ich. Das ist natürlich ein Grund. Weiß irgendjemand, wo Dennis wohnt? In welchem Stadteil? Ich bin ein Monarcher. Prenzelberg. Weiß es irgendjemand? Er heißt Jenny Prenzelberg. Ist es möglich, das rauszukriegen, wo Dennis wohnt? In welchem Stadteil? Es ist mir fast Prenzelberg sogar. Nein, no way. Es ist nirgendwo aufgeschrieben. Office ist fast ein Prenzelberger. Es ist ein Mysterium. Niemand kann es wissen. Und ich glaube, es ist ein Mysterium. Ey, das Ding ist... Wir retteln gerade darüber, ob es möglich ist, herauszufinden. Jenny Wuppertal, so heißt er. Jenny Wuppertal. Jenny Wuppertal. Okay, Freunde, Office geht jetzt. Office geht jetzt. Jetzt, wo wir ihn ranken müssen. Und wisst ihr was? Ja. Ich finde genau das, was er gerade macht, das passt für mich perfekt. Zu was ich von ihm als Mensch sowieso halte. Er ist ein verschissener Mystery-Man. Er ist ein Mystery-Man. 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 Tschüss, Mystery-Man. Niemand weiß irgendwas über Office. Eine Sache, die haben ein Mysterium zu nehmen. Ich spiele auch Klavier, aber nur zwei Songs. Tschüss. Oh. Welche? Welche Office? Wir wollen wissen, welche. Ich spiele drei. Sag einen, sag einen. Sag einen. Sag einen. Bloody Tears. Nice. Bloody Tears. Tschüss. Nach Höllenschönhausen. Okay, Ovis, ein weiterer Mystery-Man. Äh, Geldjunge, Paul. Ja, ja. Ich glaube, Paul ist, also wenn du ihn in Melee siehst, dann denkst du, du weißt, wer er ist und dann redest du mit ihm und dann denkst du dir so, er ist das Gegenteil davon. Er ist so ein chilliger Arzt. Und ich denke mir, mindestens grün. Er ist eigentlich auch ein richtiger Mystery-Man. Er ist 100 Prozent, sorry, aber die Kategorie wurde erfunden, damit Paul dort landen könnte. Ja, ja. Aber ich habe das Gefühl, es wird ihm nicht ganz gereicht, weil er mindestens grün ist. Ich würde mich richtig freuen. Ja, aber Juggler gehört auch ganz oben. Also Michele gehört auch ganz oben eigentlich. Ich glaube, Michele gehört für mich auf Platz 1. Also wenn wir vom Homie-Faktor reden, was wir nicht tun. Was wir nicht tun. Okay, true. Dann wären die beide sehr weit oben. Ja, ja, okay. Aber findet ihr nicht auch, dass Paul ein Mystery-Man ist? Ich glaube, Paul lebt schon. Nein, ich war noch nie bei ihm. Paul wohnt bei mir eine Straße weiter und er kommt immer zu mir. Ich gehe halt nie zu ihm. Er kommt zu mir. Oh, wirklich? Ja, weil er wohnt halt bei seinen Eltern, glaube ich, noch. Das ist ja auch weird, wenn so ein 30-jähriger Mann so kommt, so wie ich habe, wie in Videospiele. Okay, okay. Die Sachen sind 18, wir wissen es nicht, weil Paul ist ein Mystery-Man. Er ist ein Mystery-Man. Ich glaube, er ist 18. Das Ding ist, er ist, nee, er ist 19. Ich glaube, er ist 2000er, äh, 2000. Aber er ist gerade so nicht mehr Geldmann. Ich glaube, er ist 19. Ich glaube, er ist 19, aber Geldmann halt. Geldmann mittlerweile. Er ist ein Geldmann. Ich glaube, er ist... Kann ich mal ein Bier halten, ich habe es einfach umgeschippelt. Die Sache ist, ich glaube, er ist nicht mysteriös genug, weil wir wissen genug über Paul, um zu wissen, dass er nicht mysteriös genug ist. Weil, zum Beispiel wissen wir, dass er bei seinen Eltern wohnt. Das heißt auch, er hat noch nie alleine gewohnt. Ja. Das heißt, er hat keine Erfahrung. Null. Null. Die Sache ist, an dieser Stelle hätte ich gerne Paul zu interviewieren. Auf jeden Fall. Das war richtig gut. Ja. Aber dass er sich einschätzen kann, wie viel macht er im Haushalt bei seiner Eltern. Wo bist du? Paul, du fehlst. Vielleicht macht er alle. Hashtag, was fehlt? Paule. Machen wir dieses Ding. Das Hashtag, was fehlt? Achso, das ist ein Herz. Was beim Hashtag, was fehlt, immer dabei sein muss. Aber ein schwarz. Ein schwarzes Herz. Was fehlt? Ohne das Gebrochenes. Oh. Das ist so süß. Ein gebrochenes Herz ist, was fehlt. Paule fehlt. Also, Paule ist nicht mystery genug. Ich glaube, Paule hat Potenzial für Zahnbürste teilen. Aber dadurch, dass er noch nie alleine gelebt hat, hat er auch Potenzial für... Türkis. Nee, er hat auch Potenzial für dieses Tier. Nein, nein, stopp. Aber kein Mitbewohner würde ich nicht sagen. Also, ich erlaube nicht, dass ich anwesend bin. Er ist immer ein Mitbewohner, grün. Also, dass Paule was anderes sein sollte als Türkis oder grau, erlaube ich nicht. Also, also... Okay, wir machen ihn, wir machen ihn grün, wir machen ihn, äh, Hinterliver. Hinterliver. Nein, nein. Hinterliver. Er ist, er ist türkis. Warum? Absoluter? Weil ich euch einfach auf die Finger haue, so doll, dass es weh tut, wenn er nicht türkis wird. Er wird grau, türkis oder lila, es ist mir scheißegal, was davon. Aber er wird nicht grün. Chat, wir brauchen einen Paul. Jonas, mach mal einen Paul, bitte. Mach mal einen Paul. Also, Paul. Wir machen... Chat, please agree with me. Weil allen... Der Chat würde dir nicht widerstehen können, du hast den Chat den ganzen Abend um den Finger gewickelt und jetzt tust du so. Allen anwesenden Ratzen wird es wehtun. Lila, türkis, grün. Und wenn jemand mit grün kommt... Also, ich würde ja wirklich gerne sagen, ich liebe euch, aber ich liebe euch nicht. Grün, nimm grün. Sagt das bitte nicht zu Jonas Chat, das ist Jonas Chat, die sind sehr empfindlich. Jonas Chat, ihr seid cool, aber ich liebe euch nicht, wenn ihr grün steht. Eine Minute reicht. Reicht, reicht, reicht. Na gucken wir mal, wer überhaupt noch wach ist. Seid ihr noch wach? Ich mach was heilig. Wir haben 50 Zuschauers. Grün, es ist... Man kann es mit ihm machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass man mit ihm machen kann. Man kann es bestimmt mit ihm machen. Absolut, absoluter Mitbewahrze. Mindestens der Käse. Wir wissen es nicht. Wir können es nicht sagen. Lemurenkönig. Ich habe kein Foto von ihm gefunden. Ich habe kein Foto von ihm gefunden. Ich habe kein Foto von ihm gefunden, deswegen ist er nicht stressig. Ich habe kein Foto von ihm gefunden, ich mache Pizze. True. Echt? Falk, Sam, ich liebe alles. Aber er ist nicht drin. Ich liebe daran, dass du sagst, dass du machst, was ich mache. Und ich liebe daran, dass du meinen Namen schreibst. Falk, Sam, ist so. Der Sterni-Man ist für immer ein Mystery. Er ist ein Mystery-Man. Sterni-Man ist ein Mystery-Man. Aber wir haben einen Sterni-Man Award. Ja, auf jeden Fall. Ein Sterni-Man Award. Und du weißt genau, wer ihn bekommen hat. Und hier sind die Träger. Einmal hier in die Mitte, ne? Wie ein Mistletoe. Jetzt musst du dich küssen über den Sterni-Man Award. Das wäre so weird, wenn ich dich da kommen hätte, weil ich gar nicht mehr zurückkriege. Ja, das ist dein. Okay. Du passt auf den Sterni-Man Award. Ja, das ist mit auf. Oh, grün. Cheers. Ich bin ein 4-Dies. Vielleicht wäre man nicht die ganze Judge. Ich bin ein Halen. Oh, schön. Heide, der Chat hasst dich. Chat, wenn du mich hasst, könntest du es auch einfach sagen. Grün. Dann kommt Paule hinter Liver. Ja. Ja. Okay, Phil. Unterschreibe ich. Ich habe bei Phil mehr als genug Zeit meines Lebens verbracht. Herzlichen Glückwunschung. Ihr alle kennt Phil ja gar nicht. Ihr habt ihn nie kennengelernt, ne? KP666, der YouTube-Star. Ich war bei einem Weekly. Ich muss mal ganz kurz. Wie viele Menschen haben gerade für Corona gestimmt? Drei. Drei. Drei Menschen. Und eine für andere. Drei Menschen hassen mich in diesem Chat. Nein, du nimmst das viel zu persönlich auf. Ich werde euch finden und ich werde euch fertig machen. Ich wollte es nur gesagt haben. Wir werden auf Pitch gebannt, wenn wir persönliche Warnungen daraus schicken. Leute, Phil kommt für mich. Auf eine liebevolle und nette Art. Phil kommt für mich. I will come für mich. Direkt hinter Luma. Phil kommt direkt hinter Luma. Pass auf. Wisst ihr, was Phil alles für uns getan hat? Oh no. Phil hat uns die Meltdown-Turniere gebracht. Krass. Das ist krass. Phil hat uns in den Dark Ages, als niemand irgendwo Turniere organisieren konnte, in seiner Wohnung Weeklys gemacht. Das ist wirklich sick. Ja. Phil ist Vorsitzender vor diesem Berliner Esports-Verein gegeben. Community Appreciation Award. Auf jeden Fall. Wenn Phil jetzt noch bei Jedow wäre, dann hätte er diesen Award auch bekommen können. Community Appreciation Award. Und dann noch mit diesem Restart. Genau, Restart. Da warten wir immer noch. Das ist ein bisschen shifty. Wir warten noch, ob das was ist oder nicht. Das ist das Meister auch nicht erlebt. Und Phil hat uns auch die Mimbims zum Beispiel mitgemacht. Immer bei diesen Mimbim-Turnieren, diese Sonntags-Meltdown-Turniere, wo halt die den Laden geschlossen haben, damit wir ein regionales Turnier in Berlin haben können. Da hat Phil den ganzen Tag die Bar gemacht. Phil ist selbstverständlich auch der große YouTube-Star. Phil hat mich mal geradet. Oberstes Tier. Und der Twits-Star. Und was? Und der Twits-Star. Ja, natürlich. Ich muss sagen, ich mag Heidsenf sehr, sehr gerne. Heidsenf. Ja. Phil kommt für mich vor Julian hinter Luma. Er hat, leider ist er in den letzten Jahren ein bisschen eingeschlafen, was Community-Arbeit angeht, aber er hat mehr als genug getan. Du hast für Dennis gestimmt. Was ist denn das für ein Fehler? Kapier ist ein absoluter Oberkönig, sagt auch Paul. Okay. Sehr gut. Wir müssen ernst genommen werden. Das ist genau das Gegenteil. Senu. Bitte nehmt das nicht ernst, was wir gerade machen. Was halten wir von Senu? Ich finde, Senu ist ein bisschen ein Mystery-Man, aber ich weiß zu viel über ihn. Stopp mal. Ach der? Oh shit. Ich habe mit Senu geboxt und aufgrund dieser Erfahrung würde ich sagen, wenn ich mit jemandem gut zusammenwohnen könnte, dann wäre das Senu und der wäre tatsächlich, und das ist jetzt kein Witz, vor Konstantin und Marius. Oh, krass soweit. Das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Das ist viel, das ist viel und ich weiß, dass es viel ist, aber es ist berechtigt. Ich habe mit Senu schon ein sehr gutes Leben gelebt. Wir waren einmal auf einem Turnier in England und wir haben uns beide... Senu ist ein sauberer Arze. Ist ein sauberer Arze. Ist ein cleaner Motherfucker. Cleaner Motherfucker. Cleaner Motherfucker. Das muss ich mir nicht ankommen. Darauf einmal. Darauf einmal. Darauf einmal. Dreimal. Viermal. Viermal. Ein cleaner. Ich dachte, ich weiß das. So. So. Entschuldigung. So muss es gehen. Das hast du gerade gesagt. Hallo. Sad. Nicht mal so. Das war fun. Das war doll fun. Was eine gute Art von Humor ist. Bei dir ist es auch cool. Anyway. Senu ist ein cleaner Arzt, wie wir von Konsti gehört haben. Ich war auch noch nie bei Senu und habe gedacht, hier ist es eklig. Es ist immer gut bei Senu. Er ist Rettungsanitäter und auch Medizinstudent. Senu wollte jahrelang Arzt werden und sein Abi war zu schlecht. Und dann hat er eine Sanitäterausbildung gemacht. Und das sind die besten Menschen der Welt. Und vor allem, sorry, aber die besten Ärzte der Welt. Ärztin, Ärztin der Welt. Wenn ihr jemals die Chance dazu gemacht habt, der wirklich einfach Bock drauf hat und der nicht ein gutes Abi hattet, ihr werdet es alle wirklich genießen und den Vorteil davon merken, tut es. Shoutouts an Richard, mein Rettungsanitäter. Shoutouts an, es sind du. Jetzt, wo ich nicht mehr unterbrochen werde von Jan und Heide, was ich sehr unschön fand. Ich habe noch nie jemanden unterbrochen in meinem Leben. Das ist nicht dein Stream. Das ist Jonas Stream, sehr richtig. Heide, mach mir ein paar schöne Hörner. Ich sehe aus wie ein Rentier. Danke, Heide. Das sieht wirklich süß aus. I wish you a miracle. Das ist der Adventsvibe. Dankeschön. Dankeschön, dass du uns hinbringst. Jedenfalls ist Senu ein sauberer Atze. Okay. Er ist ein arztiger Atze, das wissen wir alle. Ja. Er ist nicht nur gelernter Rettungssanitäter, er ist auch deswegen gelernter Rettungssanitäter, weil er eigentlich Arzt werden wollte und gemerkt hat, sein Abi war zu schlecht, um Medizin zu studieren. Und hat dann nicht nur eine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht, er hat auch noch jahrelang in dieser Branche gearbeitet und die ganze Zeit Wartesemester gesammelt, damit er jetzt Medizin studieren kann und er wird einen scheiß Arzt. Ja geil, Alter. Und das sind einfach die besten Ärzte ever. Jetzt haben wir folgendes Dilemma. Jetzt haben wir folgendes Dilemma. Ärzte, wir lieben Ärzte. Wir sind die besten Menschen. Es gibt nichts Besseres als Ärzte. Aber als Mitbewohner. Ein Arzt. Stopp. Nein, nein. Konsequenz schwierig wegen Schlafenszeiten. Nein, nein. Absolut falsch. Nein. Absolut falsch. Stopp. Er kann eine leise sein. Gegentech. Gegentech. Menschen, die Arzt studieren. Okay, das ist die einzig richtige Bezeichnung. Arztstudiengang. Die können dir einfach fucking Ibu 800 verschreiben. Ja. Einfach so. Und dein Leben ist gemacht. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Ibu 600 genommen und gedacht, das knackt jetzt nicht genug. Oh, die Sache ist... Oder? Ich habe vorhin eine halbe 600 nachgereicht. Ich schwöre, ich nehme manchmal eine halbe 600 und denke so, okay, ich glaube, ich habe noch nie so wenig Schmerz in meinem Leben. Ihr seid so niedlich und ich liebe euch sehr. Die Sache ist, ihr hattet einfach in eurem Leben noch keine Kopfschmerzen. Ich meine es auf der besten Handweise. Ich hatte noch nie Kopfschmerzen. Ja, ja. Also, wir können dir einfach schon lange fern und nicht so starken. Ärzte Matchstudies schieben vor allem immer Stress. Ja? Nein, stimmt nicht. Ich kenne die coolsten Matchstudies. Es gibt einfach Matchstudies, die einfach so gut drauf sind, dass du das Gefühl hast... Kochsalzlösung ballern. Ich schwöre. Sanu kommt morgens rein mit dem Kochsalzkopf und sagt so, ja, Digga, ich habe vorbereitet. Das ist halt, du wohnst mit so Leuten zusammen und dann legt die dir einfach eine fucking Infusion, wenn du eine Karte hast. Und du denkst so, ja, okay. So sind Menschen, die entschuldigen sich 24-7 dafür, dass sie keine Zeit haben und alle denken so, okay, chill, ich habe auch keine Zeit. Also, ich habe nicht objektiv betrachtet weniger Zeit, aber subjektiv habe ich auch keine Zeit. Chill. Und Penelzinstudie ist so wie, oh Gott, ich muss es ausgleichen. Ich muss jetzt krass feiern gehen. Ich muss einfach das krasseste Wochenende haben. Aber Sanu geht immer krass feiern und hat immer das krasseste Wochenende. Richtig, richtig, genau das. Die Frage, die ich mir stelle, die Frage, die ich mir stelle, ist, also für mich gibt es eigentlich nur eine Option. Für mich, dass es zum Glück immer heute nicht so viel ist. Nein, Quatsch, für mich gibt es zwei Optionen. Kommt Sanu hinter Nick oder vor Nick? Fair. Chat, kommt Sanu hinter Nick oder vor Nick? Fair, fair, ich weiß es nicht. War der Nick, war... Aber ich habe gerade die größte Lanze der Geschichte der Menschheit für Medizinstudies gebrochen. Das stimmt, wir müssen Heides Effort value'n und müssen ihn vor Nick packen. Tut mir leid. Vor Nick. Hey, Jan, guck die Wads. Ich weiß nicht, wo mein Wads ist. Das ist das. Ich habe Track gekippt, weil ich musste das was kriegen. Ja, genau. Steve-O. Trinkst du auch was oder hast du keinen Bock drauf? Ich kenne die alle zu wenig, Alter. Ich muss, egal. Ich bin mal Hive-Must dabei, vielleicht sehe ich ein paar Leute da. Ja, das ist nur der Berliner. Hier Lee-Swift. Steve-O ist für mich ein typischer Atze, mit dem man es machen kann. Lee-Swift und Solari sehe ich nochmal bei Hive-Must. Ich freue mich richtig, Alter. Wenn Hive-Must stattfindet. Ja, das ist eben in München, also in Bayern. In Nübeck. In Nübeck. Das wird richtig, das wird richtig. Wir müssen Steve-O und Trevor auf jeden Fall auch zusammen ranken. Ich glaube nur umgeimpfte kriegen Lockdown. Egal. Steve-O und Trevor, die haben eine WG zusammen gehabt. Okay. Und es war Sickbert. Ich glaube, Steve-O wohnt gerade mit Zenu zusammen. Er hat davor mit Dusan zusammen gewohnt. Aber er ist jetzt nicht mehr bei Dusan. Alle mit allem hier. Was geht denn ab? Berlin-Mallee ist ein einziger großer WG-Pool. Ich bin auch mit Jojo fast zusammen gewohnt. Ja, eben. Pass auf. Ihr kennt Steve-O und Trevor beide nicht so richtig gut, ne? Nee. Marius, kannst du Steve-O und Trevor mitbewohnermäßig einordnen? Okay. Weil ich habe folgende, ich habe folgende Agenda. Ich muss pissen. Wenn wir also Plätze tauschen würden. Und dann meine ich, du setzt dich auf meinen und ich gehe aufs Klo. Dennis, du gehst einfach und wir kommst wieder. Und das hat die Fülle schon. Wir beschäftigen den Chat schon. Die Sache ist halt einfach, der Letzt ist so full of himself, dass er der Meinung ist, dass sobald er weg ist, niemand mehr im Chat irgendwie Spaß haben kann. Das war ein liebevoller Slender. Jetzt denkt er, er fühlt sich missverstanden. Ja, die Sache ist jetzt. Isaac habe ich gerade richtig, er ist so richtig self-aware gerade. Ich glaube, er ist so richtig unangenehm. Okay. Er kann heulen auf Klo. Wie wir alle, ihr könnt kurz, könnt ihr mal. Schreibt mal kurz eure beste, Dennis, Appreciation in den Chat, damit er, wenn er wiederkommt, da was hat. Auf jeden Fall. Die Sache ist ja einfach nur, ich glaube, wir können ein paar Minuten, können wir noch so carryen, ohne dass Dennis dabei ist. Schreibt mal in den Chat, Alter, ich liebe Dennis so sehr. Alter, schreibt mal rein, ich liebe Dennis so sehr. Wenn er wiederkommt, sieht er, dass er geliebt wird. Sehr geile Streams macht er. Sehr geile Streams. Bestes Commentary, beste Zusammenfassungen. Jenny Penzelberg abonnieren auf Twitch. Beste Rap. Beste Rap? Ja, Alter. Alter, Mann, auf jeden Fall. Prenzle Voice, checkt es out. Prenzle Voice? Das ist der beste Scheiß. Schaut es an, ja. Er wollte nicht wissen, dass ein guter Ersatzfilm da ist, denn es kehrt einfach für das Publikum. Er ist ein Mann für das Publikum, er lebt für die Menschen. Hört auf Jan, hört was er sagt. Wolltest du auch sagen, sorry. Nein. Okay. Nein, voll. Ja. Ich dachte, ja. Nein, ich wollte nie, in keiner Welt wollte ich jemals widersprechen. Absolut wichtig. Wer ist die dritte Person hier, weißt du das? Bitte macht ein bisschen eindeutigere Appreciation für Dennis in den Chat, nur damit er, wenn er wiederkommt, dann alles ist irgendwie, okay, natürlich lieben wir Dennis. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, wir wissen alle, also wir alle wissen in unserem Heart, dass wir Dennis lieben. Dennis, ganz duftig. Großartig, Dominik. Ich finde gut, dass du den Anfang machst. Aber wir müssen das alle ein bisschen deutlicher machen, weil ich glaube, Dennis kommt wieder und ist so wie, oh shit, habe ich da irgendwie quatscht? Und wir alle so sagen, wie, niemand konnte leben, bis Dennis wiedergekommen ist. Das ist die Attitude, die ich hier sehen will. Ich will so wie, ich möchte sterben, bevor ich einen Chat lese, ohne dass Dennis darin vorkommt. Chat, ich liebe euch, ich liebe euch, vielen Dank für diese ultrageilen Supportive Messages, Alter. Ja. Wie geil, okay, er kommt gleich wieder, er wird jetzt sehen. Okay, wir tun so, als ob wir nicht drüber geredet hätten. Also der nächste ist VK danach. Den habe ich ein paar Mal bei den Lieblingsherrn gedacht. Dennis ist so ein bisschen so passive in den Chat, hoffe ich. Willst du dich wieder hinsetzen, Dennis? Wir vermissen dich alle. Dennis, bitte. Hey, ganz kurz, das Einzige, was die Leute wollen, bist du. Dennis, wir lieben Dennis. Oh mein Gott, Chad, was haben die mit euch gemacht? Was haben die mit euch gemacht? Wir haben sie nicht bedroht oder so. Das ist wahr. Warum haben sie euch bedroht, Chad? Niemand hat mich bedroht. Ich werde mich an jedem Einzelnen von Ihnen rächen. Die Sache ist, wir haben gesagt, Dennis, wir haben gesagt, wir haben keinen Bock auf Dennis. Was für ein Gott in Pokémon Dennis ist. Dennis ist ganz duftig. Es ist wahr. Der Ted liebt dich, Dennis. Aber was machen wir mit Steve und Trevor? Sie vermissen dich. Okay. Wir packen Steve und Trevor. Okay, pass auf Folgendes. Nein, es ging darum, dass ihr es sieht, Feigensinn. Aber halt nicht, dass ihr davon erfährt, dass wir euch bedroht haben mit eurem Leben. Ich bin euch sehr dankbar, dass ihr meinen Namen hochgehalten habt. Im Namen der Vernunft, im Namen der Korrektheit, im Namen der, ja, im Prinzip, im Namen der wahren Göttlichkeit, wenn ihr so wollt. Also, ich bin jemand, der ist für euch da, so wie ihr für mich da seid. Dennis, alle lieben dich. Darf ich mal ganz kurz sagen? Oh mein Gott, Max hat gesagt, ohne mich würde er das dritte WG zu mal leer stehen. Das ist mir das wirklich das Niedlichste, was jemals jemand gesagt hat, Dicker. Wir lieben Dennis. Chad, ich liebe euch auch. Dennis, more like Liebmann 5000. Chad, ich weiß euch mehr als zu schätzen. Ihr seid für mich die Art Menschen, für die ich mein Leben überhaupt leben möchte. Wenn es euch nicht gäbe, Chad, dann würde ich mir vielleicht denken, was soll das überhaupt? Es gibt Menschen, die sagen, sie wollen näher an Berlin leben, um näher an dir zu leben. Das ist das Coolste, was ich jemals gehört habe. Oh, das ist wahr. Weil es gibt kein größeres Zugeständnis, weil Berlin einfach, entschuldige bitte, ist aber die schlimmste Stadt der Welt. Das ist wahr. Ich möchte Haida an dieser Stelle offiziell aus der Venue verweisen. Es reicht. Sie kam gerne zurück nach Potsdam, wo sie herkommt. Da komme ich nicht her. Da komme ich offiziell nicht her. Ich würde alle meine kleinen Atzen ausgeben, um für Dennis etwas in einer Tillis zu empfehlen. Feigenselb, du bist so ein Atze. Ja, Chad, es ist total lieb, dass ihr das alles gesagt habt, während ich pinkeln war. Nur um diese Zeit zu überbrücken, die ihr ohne mich auskommen müsst. Alle lieben dich, Dennis, und deswegen haben sie das gesagt. Und deswegen machen wir jetzt weiter mit der Tillis. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Außer bei Pizzarbein. Das ist sehr, sehr lieb. Berlin zum Leben echt nicht nice. Da hat Haida recht. What? Wait, ich habe nicht zugehört. Hast du gesagt, Berlin ist zum Leben nice? Nein, aber Dennis, also... Berlin zum Leben... Dennis ist zum Leben nice. Ich habe das nicht gesagt. Berlin zum Leben echt nicht nice, da hat Haida recht. Ja, da hat... Aber Berlin hat... Ja, das habe ich gesagt. Genau das habe ich gesagt. Stopp. Aber wenn es darauf ankommt, wenn es Hard Apart kommt, ist Berlin nicht die geilste Show, die man machen kann. Wer war? Sondern? Das habe ich gesagt. Ich habe es gesagt, ich stehe dazu. Alles was klein ist. Okay. Wir entziehen Heidel den Sterni-Award. Postwenden. Die Community hat sich umentschieden. Chat, was machen wir mit Stivo und Trevor? Sind sie Arzen, mit denen man es machen kann? Ich denke nämlich schon. Das Ding bei Stivo und Trevor ist, okay, wir haben folgenden Faktor bei den beiden. Was ich über deren Mitbewohnerfaktor weiß, ist... Lass es dir schmecken. Ist es meins? Ich glaube nicht. Ist es deins? Ja, aber lass es dir schmecken. Oh, Jan, wo ist es meins? Ich habe deines nicht. Siehst du, da ist es meins. Die sind beide leer. Dann hast du einfach deines ausgetrunken. Okay. Ich habe wirklich keine... Anyway... Ich habe meins gehalten und jetzt hat er es nicht mehr. Und ich glaube, das ist meins. Stivo und Trevor... Ist es deins? Ja. Oder ihr teilt euch. Wir teilen uns ab jetzt. Ich mache das nicht. Zahnbürste teilt? Ne, sowas mache ich nicht. Sehr gut. Ich würde mir safe... Chat. Ich würde mir safe eine Zahnbürste mit Dennis teilen, aber... Ach so, oh mein Gott. Nichts mehr. Fair. Keine Zahnbürste, aber kein Bier. Ja. Fair. Bier ist auch mehr wert als Zahnbürste. Zahnbürste teilen? Da hört es einfach auf. Wenn es 20 Leute eine Zahnbürste teilen, würdest du schon ein bisschen... Dicker, es sind Wiatzen. Guck mal, stopp. Ich kenne die alle nicht. Ich habe keine Ahnung mehr. Also ich kenne... Bier teilt schon widerlich. Und ich kenne Marius und mit beiden... Vielleicht habe ich schon mal... Anyway... Sartin, Jungle, André, Niki, Jonas... Okay, ich kenne vielleicht vier Leute... Ich weiß nicht, die Hälfte davon... Mit Dennis findet sie keine Zahnbürste... Das ist falsch. Jan findet mich dirty, Nicker. Jan findet mich dirty. Er denkt, mein Mund baut nicht hin. Ich weiß nicht, wir müssen mehr abhängen, glaube ich. Ganz kurz, ich möchte ganz kurz... Ich möchte das ausdiskutieren. Weil wenn man mit jemandem... Wenn man mit einem von den Arzten hier seine Zahnbürste teilen würde... Wäre das doch safe Dennis, Maul. Das ist schon cool. Aber er oder so persönlich habe ich mit ihm nicht so viel zu tun. Juggles ist... Und Nicky ist so lieb und so sauber... Nee, nee, sorry. Aber Dennis stabil... Dennis wäre auf der... Ja, ja. Und bei Dennis hätte man immer so ein Grundgefühl von... Und zwei für zwei könnte meine Zahnbürste mit dem Teil. Okay, wenn ich bei ihm übernachte... Und er wohnt nicht mehr wie um die Ecke, nebenbei angenommen... Ja. Und ich habe meine vergessen. Ja. Ich würde wahrscheinlich seine... Okay, hast du recht. Hast du recht? Ja. Hast du recht? Hab ich recht? Hast du recht. Wenn ich so denke, ich würde meine Zahnbürste teilen. Und die Sache ist... Also der Ausdruck, ich will deine Zahnbürste in meinen Schlund... Das ist viel. I don't know. Du wirst stark ausgedrückt. Das klingt so wie, ich habe Bock drauf. Ich habe Bock drauf, stimmt, bei keinem, Alter. Das ist meine Zahnbürste, verpisst euch. Richtig. Aber wenn es sein muss, okay. Dann, und das fühle ich, und das finde ich auch völlig in Ordnung. Aber wenn wir jetzt an dem Punkt sind... Wir sind von vornherein an einem anderen Punkt. Okay, okay. Wir sind nicht an, ich habe Bock drauf, dass du meinst... Sondern wir sind an dem Punkt von... Ich bin jetzt irgendwo... Ich bin gerade gecrashed. Was soll ich machen? Ich brauche eine Zahnbürste. Und dann ist man nicht vorbereitet. Es forgt und hat eine eigene Zahnbürste dabei. Sondern dann kommt Dennis und sagt, du, ich habe schon keine Ersatzzahnbürste, aber du kannst meine nehmen. Und die Sache ist, erzähl mir das Szenario, wo du sagst, ne. Okay. Also naja, er hat mich nicht in den Tier gepackt. Das heißt, er würde mir das gar nicht anbieten. Das weiß man nicht. So rum ist wahrscheinlich... Das weiß man nicht. Nicht zu viel interpretieren. Also nee, mir ist scheißegal, wo ich lande. Richtig. Aber ich glaube... Aber ich würde Dennis Zahnbürste leben. Du würdest... Richtig. Ich würde seine Zahnbürste leben. Du würdest deine Zahnbürste leben. Du hast recht. Wenn ich keine Ahnung erwartet habe, besser als gar nicht Zähnebürsten. Ja. Zahnputzen. Wo ist Dennis gelandet? Dennis ist leider vom Erdboden verschluckt geworden. Nee, ich meine, erinnere List. Bier teilen schon widerlich. Nein, Bier teilen geht schon. Warte mal, was? Bier teilen ist widerlich? Ich finde, Bier teilen geht voll und und. Wisst ihr, mit wie vielen Leuten... Ich wette, Heide und ich haben auch Bier getauscht. Wir haben safe schon Bier getauscht. Ich habe sie beide in der Hand viermal so. Diskussionsmodus am Start. Ihr habt vielleicht recht. Das muss ja. Und dann kommt... Bitte können wir uns... Oh shit. Wir sind das Duo jetzt. Ja, okay. Immer gerne. Ich will selber selber spielen. Jan und ich sind so. Jan hat schon richtig hardcore... Wir sehen das bestimmt nicht schon drittem Mal gerade. Absolut, das ist wahr. Ja. Aber offline öfter. Jan arbeitet im... Also wissen viele nicht. Und sollte auch nicht wissen. Aber Jan hat mir einfach hardcore geholfen. Ich hatte... Ich war Corona infiziert. Ach so. Ich wusste nicht, wie ich mich verhalten soll. Weil es gab viele verwirrende Informationen. Ja, aus allen Richtungen. Und Jan war so wie... Weißt du was, Heide? A, B, C. Und es war sehr, sehr, sehr gut. Und es hat mir sehr gut geholfen. Wir müssen einmal am Abend getauscht werden. Ich finde das genauso. Ich finde... Wenn man nicht auszusehen, was man aus dem Bier vom Kumpel trinkt, ist was kein erfolgreicher Abend so. Und sind wir Kumpels oder sind wir nicht Kumpels? Wir sind Kumpel, Alter. Yes, Sir! So was von... Commentary Kumpels, Digga, Kaka oder so. Gleich leer. Let's go. Ja, okay. Ich will's auch... Das Bier ist leer, das ist nicht leer. Jetzt seid ihr Tier ist abandoned. Bei den letzten drei Leuten. Wieso? Wir haben Steve-O, Trevor und VK. Keine Ahnung, weil... Weil... Heide und ich ein bisschen die Mannheim haben. Guckt ihr das an, Alter. Paul meint Jan-Heide-Kommentary für zukünftige Krimiere. Jan-Heide-Kommentary für den Tag. Ja, auf geht's, Alter. Ich spiele halt selber zu gerne. Ich spiele hier so ein bisschen zwischen den Stühlen. Das ist so ein bisschen mein Safety Space. Ein Safety Space. Ich habe mal gehört, ob wir ein bisschen Steve-O und Trevor zusammen ranken. Konsti! Wir haben einen Konsti hier. Konsti! Alle mal hallo Konsti in den Chat. Wir haben den quasi Wind des gesamten Abends. Wir haben Konsti, wir haben... Wir haben... Wir haben... Hot Atze Sommer live hier. Hot Atze Sommer. Es ist wahr. Wir können es bestätigen. Die Gerüchte sind wahr. Auch er ist hier. Danke Feigensenf für die wörtliche... Feigensenf ist immer noch hier. Ich bin immer noch salty, dass das Bild... Da hat das... Ich glaube ich noch meistens mein Bild so ein Screen Grab ist oder so. Ey, du hättest jemand eins geben können. Was? Ich habe eins geschickt, aber Dennis meinte es zu spät, er kann es nicht mehr löschen. Gut einfach. Gut. Okay, Steve-O, Trevor, VK. Okay, das Ding ist... Ohne Dennis würde ich sie nicht ranken. Dennis hat irgendwas gesagt. Das ist halt so seltsam. Okay, Paul. Er will zusammen ranken und ich finde, das ist schwarz, sie haben zusammen gelebt, sehr lange auch im selben Zimmer. Sehr lange. Weißt du nicht, dass man jetzt zusammen ranken muss, oder? Im selben Zimmer. Krass, what? Ja, die haben in einem Zeitgeist... Die haben beide Dusern im selben Zimmer gelebt. Warte mal, stopp! Das wäre ein Richtig. Stopp! Dennis ist zurück. Meine Autorität betrifft den Raum. Ich finde, sie müssen separat geratet werden, weil das auch separate Menschen sind. Warte mal ganz kurz. Kann ja auch einer scheiße, einer geil sein. Auf so einer Basic-Ebene jetzt wieder mit so moralischen Werten und so anzukommen. Und die Sache ist, sowas fahren wir einfach seit Minute 1 nicht. Wir sind 100% bei, wer kennt wen, wie gut, was wissen wir über die Person und was haben wir für Erwartungen. Und letztlich muss man sagen, das Ganze hier ist ein Tierlist Thursday. Es gibt kein Ü. Und damit quasi per Definition Dennis Chatt. Hier fangen wir Wasser. Okay, Dennis... Ohne... Ohne Mühe? Das ist ein Tier, auf den können wir uns einigen. Ich kann nichts lesen. Die beiden üben Bierpong mit Wasser. Ja, absolut wahr. Üben Bierpong mit Wasser? Das ist die Wahrheit. Dennis, das... Doch, er wäre ein Team ist kein Macher. Nein, 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 nein. Ich wollte nur gucken, ob man die Farbe ändern kann von der Schrift, weil ich kann nichts erkennen. There we go. Bierpong mit Wasser üben. Das ist... Da kann ich noch ein... Cheerlist Thursday. Die üben Bierpong mit Wasser. Das ist einfach... Das ist schon komisch. Ja. Doch, er wäre ein Team ist kein Macher. Nein, 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 nein. Das ist schon... Jetzt Victor. Victor... Ich weiß nichts über ihn. Keine Ahnung. Dennis. Ich habe ihn bei einem Weekly gesprochen. Den geht ohne Pulsen. Sorry. Sorry. Dennis, wo packst du Victor hin? Victor ist ein verschissener Mysteryman. Ich weiß nicht, aber Victor ist der Mutter aller Mysteryman. Mysteryman. Okay. Ist ein relativ... unspektakuläres Finale, aber Victor ist der größte Mysteryman. Dennoch. Er ist der OG-Mysterieöse Atze. Ich schwöre, ich weiß nichts über Victor. Ich weiß, dass er... Ich weiß vielleicht seinen Nachnamen. Ich weiß seinen Nachnamen. Warum ist Marley so weit hinten gerankt? Wo ist er? Ich bin mir relativ sicher, dass Marley einfach einer der besten... Marley ist hier. Wo ist Marley? Marley ist hier. Erst über mir. Marley ist mein Gefühl. Marley ist ihn runter jetzt. Du bist ein Zähnermuss zu ziehen. Oh shit. Ich würde mit dir meine Zähnermuss zu ziehen. Ich auch, Marley. Der beide wurde gerade Matt hängen gelassen. Ach, gescheit. Holt ihr den von mir ab. Ist okay. Entweder Ball oder... Secondhand, Alter. Literally. Weil du wirst hängen gelassen. Das ist normal. Ja, das schenkt das irgendwie hier an. So, on camera. War noch so? Okay. Was soll ich das? Zusammen drücken und ziehen. Aber heute bin ich great again. Oder? Nein, nein. Können wir das mal mit den zwei machen? Nur so fürs Gefühl. Nicht, dass es geht. Für dich vielleicht nicht, aber für mich halt einfach safe. Was mit Ringfinger und kleinen Finger? Soll ich so? Ohne mir ist es klingt falsch. Das ist nicht so satisfying wie die. Ja, mach so. Geil. Probier klickst du gar nicht sowieso. So leer. Nein, nein, nein. Du machst es falsch. Du machst es falsch. Wir machen... Ich muss in. Das ist der Beste. Der Beste. Der Median. Jesus Christ. Nice. Chad. Die Tierlist ist fertig, glaube ich. Chad, warte mal ganz kurz. Maxi... Maxi hat sich... Maxi hat sich dagegen entschieden, gerankt zu werden. Er ist... Nein, mach ihn raus. Mach ihn raus. Nein, hör raus. Er ist ungerankt. Dennis, was hast du getan? Maxi ist ein Mystery-Man. Nein. Er ist ungerankt. Nein, nein. Er ist ungerankt. Maxi, du hast es verkackt. Du bist ein unranked Mystery-Man. Du hast es verkackt. Mach ihn raus. Du hast es falsch gemacht, Dennis. Mach ihn raus. Das war ein Fehler. Wir möchten uns an dieser Stelle offiziell entschuldigen. Wir brauchen ein extra Tierfühl. Einen müsste einen öseren Mann als Maxi. Stopp. Das ist aber völlig egal, was du willst. Maxi wollte nicht gerankt werden. Das stimmt gar nicht. I'm low. Oh fuck. Und damit haben wir einen Fehler begangen an dieser Stelle. Maxi ist ungerankt bei diesem Tierlist Thursday. Wir lieben Maxi. Wir lieben Maxi. Wir lieben Maxi. Wir lieben ihn auch. Wir alle lieben Maxi. Aber wir lieben ihn eigentlich. Obviously. Obviously. Weil es die Top Tier ist. Okay, ich lebe mal ganz kurz den Chat. Ich habe ihn seit Ewigkeit nicht mehr gelesen. Das ist wahr. Es ist unverpannend lustig. Ich habe mich gefallen. Maxis Zahnbürster muss nach unserem Schirm. Die Sache ist safe. Aber andererseits will er das nicht. Und deswegen machen wir das nicht. Ein unranked Tier. Ja, Mann. Es ist unranked. Ein neues Tier Casual. Mach ein unranked Tier. Ein Tier Casual. Ist auch wieder spät geworden. Vergnüge der Schirm. Ist auch spät geworden. Cem Paul. Mach's gut. JC and Paul. Just Corey Paul. Thank you for showing up. Das war cool. Dennis, auf den letzten Metern. Disrespecting. Ich habe ihn outgecalled. Die Sache ist, ich habe ihn outgecalled und ich glaube, wir sind wieder auf einem guten Track. Ich glaube auch. Guna, Guna Feigensenf von Parsec und alle. Guna Feigensenf. Schön, dich gesehen zu haben. Und cool. Thanks for the support. Danke fürs Abschauen. Danke für alles. Der hier. Wir lieben euch. Das ist euer Streamer. Wir alle lieben euch. Legit. Wir sehen uns bei JEDO 101. Oh mein Gott, das wird krank. Nächstes Jahr vielleicht. Im Januar, I guess. Warte mal, aber was ist mit Tierlist Tuesday? Das ist nicht derselbe Chat. Das ist derselbe Chat. Feigensenf. Feigensenf. Wir sehen, also wir zwei, also im Sinne von ich und du sehen uns. Nur du. In dem Moment spreche ich konkret Feigensenf an. Ach so. Und wir würden uns einfach safe uns sehen, oder? 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 Tierlist Tuesday? Ich glaube, wir würden uns sehen. Dieses Image ist geteilt worden. Sam, mach mal ein P6 in den Chat. Ja, schon. Ja, safe. Ja, safe. There it is. Bevor ich euch nach Hause schicke, gebt mir alle Jenny P6 Hours, die ihr habt. P6 Hours. Was? Sollen wir raiden? Wie ein Raiden. Oh, shit. Oh, wie ein Raiden. Weird. Wir lassen Jonas ran. Wir lassen Jonas ran. Ja, Jonas. 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 Das ist Jonas-Chat immerhin. Kommst du zu mir? Da sind ganz viele Jenny P6 Hours im Chat. So, wen soll sie rein? Danke, Phil. K.P. Das sind noch mehr. Feigensenf übertrumpft. Stopp, stopp, stopp. Ihr habt so eine Über-Attitude. So, übertreiben. Übertreibt sehr gut. Falsch. Falsch. Weniger ist mehr. Genau angemessen. Mehr ist mehr. Alter, wo ist der Rede? Mehr ist mehr. Super Smash Brothers. So. Super. Oh, wir sind da. Wir sind der Erste unter den deutschen Streamshorts. Heute spielt wir den? Ey, Leute. Oh, what? Das ist ... Das ist ... Das ist bei jedem ... Zane & Mango, ABDW. Ja, das ist richtig ... Dritter. Ja, die Vloggers, Alter. Ey, Irfan, ich hab vorhin ... Ich hab Berlin-Smash gemacht, weil das der ... Weil das der ... Nein, zusammen, Alter. Ja, ja, ich weiß. Oh, no. Oh, wieso? Alles verpasst. Hallo, willkommen im Chat, Diana2227. Nicht so ... Sie haben alles verpasst. Manchmal bin ich super ... Die Worts werden hochgeladen. Können gerne alles nachholen. War sehr lustig. Ich tendiere dazu, nicht so clever zu sein. Sehr viele Tangents. Okay. War nicht immer konzentriert. Wir haben immerhin über sechs Stunden gestreamt. Kenn ich. Und jetzt wird gerated. Jetzt wird gerated. Seid ihr ready? Es wird gerated, Alter. Wir raiden bei IBDW. Oh, wir raiden beim Werner. Let's go. Sag bitte im Chat ... Sag bitte im Chat, ich bin der Werner. Ich bin der Werner ist die Raid-Message. Ich bin der Werner. Ich bin der Werner. Ich bin der Werner. Wir alle sind der Werner. Wir sind der Werner. Jetzt raiden! Ich bin der Werner. Ich bin der Werner. Gute Nacht, alle Mann. Ich bin der Werner. IBDW. Wir raiden den Werner. Achso. Ja, okay. Raiden den Werner. Ich bin der Werner. Let's go. Kopiert Irfans Messenger. Warte, die warst auch noch hier. Ja, weil ich mir der Werner gesagt wurde. Gute Nacht, Birg Irv. Wir sehen uns heute. Birg Irv, Digga! Let's go! Birg Irv? Ey Irv war das viel zu spät. Rain! 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 Rain!